All right, ihr Lieben, let's go mit dem 24-Stunden-Rennen. Acht Minuten Quali, zwei Runden haben wir Zeit. Unser lieber Julian Reimer, der macht das hier heute gut. So, gehen wir nochmal gleich unsere Crew durch. Aber jetzt erstmal gucken wir... Erstmal in der Blimp-Ansicht uns die Strecke an und dann gehen wir nochmal auf einen kleinen Strecken-Guide in die Cockpit-Ansicht. Ja, wir sind unterwegs im wunderschönen Phoenix Racing Green Auto. So, heißt nicht, dass das gesamte Auto grün ist. Die Autos sind alle grün. Sondern, dass die Feinheiten, die Außenspiegel und die Außenplatten vom Heckflügel, dass die grün sind. Insofern, wir sind so ein bisschen der Stealth-Wagen von dem Team. Wir haben gerade 30 Grad, 14 Uhr Ortszeit. Bedeutet, dass wir so ziemlich die heißeste Temperatur jetzt gerade zum Quali haben auch direkt. Und, ja, schauen wir mal rein, wie es jetzt läuft. Daytona, unfassbar geile Strecke. Die halbe Runde ist im Oval. Bedeutet, Top-Speed ist auch unfassbar wichtig. Mit diesen Autos kann man auch pushen, bump-draften, nennt es wie ihr wollt. Bedeutet, du schiebst das Auto vor dir an, damit ihr beide gleichzeitig auch schneller werdet. Weil, du kannst natürlich vorher vom Gas gehen, Spritsparen, auch ein großes Thema hier. Oder, du schiebst den Fahrer vor dir an. Und, ähm, damit, ja, hast du entsprechend, ähm, damit hast du entsprechend dann eine höhere Top-Speed. Und der Fahrer vor dir eben auch. Das macht man, wenn man zum Beispiel eine Lücke vorne schließen will. Wenn man aber auf dem 2 ist, dann gibt's eigentlich keinen Grund, jemanden anzuschieben, so wirklich. Sei man will wegkommen von den fahrenden Dimes. So, gehen wir die Onboard-Ansicht. Rechts ungefähr bei diesem gelben Dings, bummsi, äh, bremst man an. Dann geht's hier runter in den zweiten oder wahlweise dritten. Schön links an den Scheitel ran. Rechts ein bisschen kerb, links ein bisschen kerb, früh rüber. Dann etwa, wo die Pylonen rechts anfangen, geht's hier dann runter in den zweiten. Schön über den kerb. Ich geh hier auch manchmal noch gerne in den ersten. Außen auf den kerb dann nochmal. Und die Kurve geht im Regelfall voll. In der ersten Runde muss man ein bisschen aufpassen. Links kann man ein bisschen kerb mitnehmen. Dann hier ist die Linienwahl ein bisschen, ich sag mal, tricky, weil LMPs durchaus überrunden können. Und dann wird's ein bisschen gefährlich. Genau, dann relativ lange am Apex bleiben. Irgendwann geht's dann raus. Dann hier außen auf den kerb reinbremsen quasi. Links über den kerb ein bisschen an den Scheitel ran und hier dann aufs Oval. Natürlich, je kürzer der Weg, desto besser. Dann hast du nicht ganz so eine hohe Endgeschwindigkeit, aber natürlich den kürzeren Weg. Und genau, das sei auch gesagt, GT3-Klasse haben wir. Genauso wie die LMP2-Klasse, die ist ein bisschen schneller. So, und hier haben wir nach der 2 rechts wieder so ein gelbes Ding. Da ungefähr wird angebremst. Links durch die, über den kerb. Rechts fährt über den kerb. Den kerb hier rechts. Ich spule mal kurz zurück, weil jetzt kommt nur noch Oval. Hier, das ist der gefährlichste kerb. Wenn du hier drüber fährst, der Wurstkerb, dann kannst du dich aushebeln. Und dann geht's halt quasi wieder zurück aufs Oval. Bus Stop ist so ein bisschen, finde ich, die heikelste Stelle, weil du das Auto verlieren kannst. Und erstens haben die anderen eine hohe Speed drauf. Es ist ein bisschen uneinsichtig, wie es da entlang geht, was da vor einem ist. Und darüber hinaus ist es auch eine Stelle, wo du durchaus in die Wand scheppern kannst. Auch aufgrund deiner persönlichen hohen Geschwindigkeit. So, wir haben in einem Split etwa 20, 22 anscheinend LMPs, oder? Etwa 20 LMPs, 20 GT30, 25, 25 etwa. Es sind 50 Autos auf dem Server drauf. Ja, und mal gucken, wo es jetzt im Quali hingeht. 43.2 ist bis jetzt die schnellste Zeit, die hier gefahren wurde. Man sieht, die LMPs sind ein bisschen flotter. Da muss man halt aufpassen und sich beim Überrunden und Überrundetwerden einigen. So, gucken wir mal, wie jetzt die nächste Runde läuft von Julian. Ja, mittlerweile ist es in iRacing so, nicht der Fahrer, der anmeldet, bestimmt quasi, wo man vom Rating her bemessen wird. Sondern das durchschnittliche iRating. Was auch zu so spannenden Szenen führt, wie dass, ich glaube, im Topsplit einer quasi gesagt hat, hey, ich fahre nicht mit. Weil man sonst vielleicht mit dem Auto nicht im Topsplit gelandet wäre, was ich auch heftig finde. Ähm. Und dementsprechend, weil der Durchschnitt vom iRating genommen wird. Sehr schön, das war kein Offtrack. Weil der Durchschnitt vom iRating genommen wird, ist es so, dass wir natürlich eine gewisse Differenz haben. Zum Beispiel Julian ist jetzt bei 5,1k, ich bin bei 3,4k. Einer im Split hat man eben gesehen, der ist bei 6,8k. Also, es gibt durchaus ein bisschen auch Unterschiede, würde ich sagen, wie gut oder wie schlecht manche Fahrer sind. Ey, jetzt war ein bisschen schwach. Muss natürlich nichts aussagen über die Space. Alter Vater, mein Lenker hat sich vor der Buschdopp verschoben, ey. Verschoben? Ja, keine Ahnung, das war unkalibriert. Ich habe auf einmal, um geradeaus fahren zu können, 90 Grad nach links gelenkt, äh, Standardslenker. Übel, komisch. Ich überprüfe es mal, dass es jetzt wieder geht. Ja, irgendwie nach dem Weaving da aus der Links raus, das war immer einfach schief. Hm. Aber sehr, sehr gut. Egal. Schönes Ding, ist halt super knapp von den Zeiten her, ne? Ja, allgemein, ja. Da machst du nichts. 3,42, ja. 3 Zehntel ist schon viel. Ja, aber das ganze Feld in 3 Zehntel, würde ich sagen, ist schon krass. Das ist Daytona. Ja, vielleicht auch eine recht entspannte Position, dass man da am Anfang irgendwie nicht von hinten viele hat, die dann anschieben. Da kann man sich mal ein bisschen in Ruhe anschauen. Ja. Ja. Ich habe die erste Runde im Buschdopp richtig, richtig schlecht erwischt. Ich habe da gerade in der zweiten Runde 2 Zehntel wieder gewonnen. Ne, 2 Zehntel. Wäre mal gut nach vorne gerutscht, auf jeden Fall. Ja, alles gut. Alles entspannt. Jetzt noch Setup mit Race Fuel nehmen. Ganz wichtig, ja. Ja, alles drin. Sonst haben wir die ersten 2, 3 Runden Spaß. Und dann so, nein. Wir haben ein bisschen underfueled. An Endurance High Down first. Für den Regen. Ja, stimmt. Das ist ja auch ein Meme, auch für die Leute da draußen mal kurz erklärt, dass eventuell um 2 Uhr nachts Regen kommen könnte. Das ist aber wahrscheinlich eher nur ein Gag als tatsächlich Realität. Also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Das ist ein Gag. Ja. Ja. Ja, wir werden über 800 Runden fahren in 24 Stunden. Krass. Äh, John, wirst du dann spotten für die ersten paar Runden, oder soll ich? Ja, ja, ich übernehme das. Okay. Dann mute ich mich hier im TeamSpeak und kommentiere ein wenig Heiko Wasser Style. Alles klar. Erklär auch die Gummiwurzeln. So, wisst ihr denn schon, was ein Undercut ist, oder soll ich mich muten und dann erklären? Wir wissen, was ein Undercut ist. Gucken ja auch ein paar Leute aus der Niederlande zu. Aha. Ich muss sagen, die Ratings sind gar nicht so hoch da vorne. Wie ich, also, so 4K, 4K. Okay. Der Typ, der mit Pablo ein bisschen Stress hatte, der ist einfach Erster. Traurig. Ja, aber Quali-Pace, Ungleich-Rand-Pace. Wir holen die im Long-Rand. So, toi toi toi, ich mute mich schon mal grad. Jo, danke. Damit ich nicht irgendwie das Mikro-Dummes-Zeug-Quatsch. Okay, Tarantino auch im selben Split wie wir. Nice. Ähm. Ja, schauen wir mal. Also, in der ersten Runde wird natürlich nichts entschieden. Ähm. Oder auch im Quali. Also, in der ersten Runde kann was entschieden werden. Wenn es unglücklich läuft. Hm. Vorne sind die ganzen Audis. Ich glaube, wir sind der schlechteste Audi, kann das sein? Ja. Geiße. Peinlich. Peinlich. Ja, aber das, das wird, das wird. Kopf hoch. Ich weiß, was du kannst. Ja, grad wurde noch... Du holst das falsch auf. Grad wurde schon gefragt, was, äh, was die Splits sind. Also, Split ist, äh... Jetzt heißt sowieso wahrscheinlich erstmal... Die ersten Runden wie an Perlenkette am Nunder fahren. Ja, bis die LMPs kommen, das Feld auseinander stehen. Ja. Split bedeutet, ähm, dass man quasi verschiedene Unterteilungen macht, äh, je nachdem, wo halt ein Fahrer grad pacetechnisch steht. Also, nehmen wir mal das extremste Beispiel. Ein Max Verstappen ist ja extrem stark. Und Max Verstappen wäre halt komplett fehl am Platz in einem Split mit mir. Weil, ich bin noch viel stärker. Nein, Quatsch. Genau andersrum, natürlich, logischerweise. Äh, Max Verstappen wäre dann... Mats, Mats Verstappen, richtig. Mats Verstappen wäre dann, äh, einfach viel zu stark für mich zum Beispiel. Deswegen gibt es halt diese Unterteilung, dass man sagt, hey, äh, der eine Fahrer, oder das eine Team, das krassere Team, das richtig krasse E-Sport-Team, äh, ist halt woanders als die, äh, schwächeren Teams. Und da hat das, äh, vorderste Auto schon direkt mal einen Start hingelegt, wo es sehr gut wegkommt. Und wir sind jetzt... Ja, trotzdem ein, zwei Plätze schon mal gut gemacht. Und da sind manche echt nicht gut weggekommen. Der Mercedes zum Beispiel, der hat viele Plätze verloren. So, jetzt geht's in die erste Kurve rein. Da wird's immer ein bisschen eng. Oh, der sendet gegen den Porsche, meine Güte. Boah. Ist aber gut gegangen. Und jetzt gleich gegen das nächste Auto. Achtung, Krier verkehrt, flog recht. Lass dich rollen, lass dich rollen, lass dich rollen. Ja. Krier, Krier, Achtung. Gut koordiniert. Das ist jetzt natürlich direkt schon mal eine sehr belastene... Muss der sein, das war da rein, ich hörte, ne? Gänge auch mal. Das ist natürlich direkt nur ein bisschen belastene Situation, aber... Ja. Kein Schaden, alles gut. Das ist das, was wir jetzt mitnehmen können. Alles entspannt. Also wir wurden nur angeschoben. Das heißt, wir haben Zeitverlust. Wir haben jetzt für die ersten Runden definitiv keinen Windschatten. Vielleicht geht's in den nächsten paar Runden wieder in den Windschatten. Mal gucken. Aber ansonsten ist noch entspannt. Ist noch entspannt. Das ist noch nichts allzu wildes. Ja, Jim came aus an seinen Weg. War wieder immer heiß. Ja. Der Typ, der Pablo-Typ da. Achso. Der hat durchgereiht worden durch die Anzeige. Okay. Ah, dumm. Ja. Schauen wir mal ganz kurz. Direkt schon mal, ob das Auto vor uns oder hinter uns, ob die Damage haben. Direkt in der ersten Runde. Ey, das ist so traurig. Guck mal im Replay. Hätte ich da irgendwo hinfahren können, oder? Du hast ein bisschen zugezogen, aber er hat aufgemacht. Direkt am Entry. Er hat genug Platz gehabt, um die Lenkung auch zuzumachen. Also nicht dein Fehler. Ah, da waren doch überall Leute. Warum ziehen die Leute? Egal. Einer machen. Ja, da warst du dich nicht sicher, was er machen soll, glaube ich. Aber so halbherzig die Nase reinzustecken, ist halt auch nicht die Lösung. Ich glaube, ich gebe vielleicht gleich mal im Oval durch, dass der Lambo, ja, wobei, vielleicht nicht so die wichtigste Info. Also erstmal ruhig eintrudeln lassen, gleich mal auf die Zeit schauen und ein bisschen motivieren können, wenn wir dann wieder ein bisschen näher rankommen. Ja, eine Sache, hier ist immer eine gelbe Flagge in der Haarnadel und durch die neue Version von Daytona, wurde kurz vor dem 24er geupdatet, gibt es jetzt auch in der Bastop-Schikane immer wieder eine gelbe Flagge. Das hat allerdings keinen ersichtlichen Grund, nur mal so ganz softe Kritik mal angeführt. Könnte man in einem Spiel mit Amosystem eventuell irgendwann mal anpassen oder aber auch nicht. Genau, hier die gelbe Flagge, die komplett unsinnig geschwenkt wird dann. Das sind schon zwei LMPs an der Box. Das ist natürlich belastend. Ja, und hier haben wir das LMP-Feld. Die werden irgendwann an uns dran sein. So, und hier haben wir Gyu Min Kim. Der eben angesprochene Dude. Ja, der ist jetzt wahrscheinlich am Fuel Saven. Wir gehen mal ganz kurz. Er ist beim Hin- und Herspringen mit den Autos manchmal ein bisschen schwierig in iRacing. Gehen wir mal hier in die Cockpit-Ansicht. Mal gucken, spart der jetzt hier Fuel viel oder? Wir können mal ganz kurz hier gucken, wie das hier aussieht und dann springen wir direkt wieder zu unserem Auto zurück. Ja, das sieht jetzt gerade alles zivilisiert aus. Jeder greift sich an. Ach, wieso auch? Mit Sicherheitsabstand hintereinander. Alle am Spitzbarn noch schon. Ja, der ist ein bisschen früher vom Gas. Ja, aber warten wir mal ab. Also... Das Rennen ist auf jeden Fall noch super super lang. Da müssen wir irgendwie ran, ey. Ich hoffe, der Lambo kommt jetzt nicht, oder fährt vorbei. Entweder der Lambo pusht dich, oder kommst dann denn Macker vor dir rum. Und hier wird angegriffen, tatsächlich. Ich sehe hier gerade schon den Audi. Jetzt seht ihr ihn auch. Pitplatz haben wir auch nicht. Den vordersten. Also einer will hier Fuel saven, der andere nicht. So, es wird schwierig da... 44,5 ist bei den Temps halt auch schon wieder eine sehr gute Runde, ne? Stark. Ja, er staut sich ein bisschen vorne. Oh, da war schon einer an der Box. Nice. Direkt wieder eine Position zurückgewonnen. Haha. Sehr schön. Also stand jetzt glaube ich nicht, dass der Lambo einfach vorbeifahren wird, weil er hat auch ein bisschen Damage. Also ich glaube, der wird auch gerne das haben, dass man sich gegenseitig pusht. Ja, hoffentlich. Mikrofon muted. Tjo, ansonsten 2,6 etwa zu dem McLaren vorne. Der schließt jetzt zur Gruppe auf, aber wir haben es eben gesehen, oder wir sehen es jetzt hier schon, dass wir nicht zwingend den Zeitenvergleich zu McLaren brauchen, sondern die Autos hier fahren allesamt langsamer als der McLaren. Also 45,8 sehen wir hier unter anderem. Hat vielleicht da gerade einen Off-Track gehabt oder so, oder musste Slowdown, hatte er. Oder hat sich fast gedreht. Ja, 44,6 jetzt wieder schneller. Ansonsten hier die 45er-Zeiten, die eintrudeln. Javier Chavez ist gerade nicht so interessant. Gucken wir hier. Hier 44,7, also wir kommen da auf jeden Fall an einige Dudes ran. Hier zum Beispiel an die Demon Tweaks kommen wir da auf jeden Fall nochmal deutlich näher jetzt. Und der Lambo hinter uns hat auf jeden Fall auch eine ordentliche Pace. Ja, wenn der jetzt ein bisschen näher dran wäre, dann könnt ihr schön auf der Geraden einen anschieben. Das Pushen werden wir euch hoffentlich im Laufe des Rennens noch zeigen können. Also vielleicht jetzt gerade noch nicht, aber demnächst vielleicht. Gucken wir mal, ja und, also, jetzt gerade seht ihr das Feld nicht, aber wenn wir jetzt quasi mal in die H-Nadel fahren, dann seht ihr das Feld glaube ich auch nicht. Jetzt seht ihr hier quasi so ein bisschen das Aufstauen. Also, geht schon, geht schon ganz gut voran. LMPs sind bald da. Etwa 18 Sekunden, die sind jetzt da unten im Infield. Ja, dass die Autos aufploppen und so, bei manchen Sachen wollte ich einfach ein bisschen ressourcensparend sein. Also ich wollte jetzt nicht die Grafik immer überall auf Maximum stellen. Deswegen werdet ihr bei mir auch später keine Tribünen sehen, wenn ich dann fahre. Da gibt es irgendwo eine Zeitentabelle, leider nicht. Das muss man sich immer so ein bisschen, also man kann hier die Rundenzeiten zum Beispiel von Julian sich dann anschauen. Aber, ja, man kann das jetzt nicht so machen, dass man quasi auf eine Online-Seite geht und sich das alles abrufen kann. Das wird es nach dem Rennen dann geben. So, 44,6 haben wir hier. 44,3. 44,8. Ah, 45,1. Virtual Motorsport. Da vorne wird auch schon fleißig gebumpdraftet. Ja. Boah, ja, und da gibt es auch eine kleine Gruppe. Oh, da vorne wird gefightet. Hier gibt es eine kleine Gruppe, die sich schon absetzen will. Und dafür ist dieses Thema Bumpdraften halt super wichtig, dass man da halt, perfekt, ich habe den Audi erwischt, den ich auch erwischen wollte. Da ist dieses Thema Bumpdraften halt wichtig, weil du kannst dich durch das Bumpdraften halt sehr, sehr gut absetzen von den anderen. Das war eine Kacke, ey. Die können alle spritzbaren da vorne. Und wir müssen viel Viertel. Ja. Ich bin gerade auch ein bisschen am Liften-Costen, aber... Okay. Komm halt nicht richtig dran. Nicht in die Bus Stop reinquatschen. Ja gut, nach dem ersten Stop wird das sowieso wieder anders ausschauen. Ja. Die ersten LMPs sind etwa drei Sekunden weg. Ansonsten würde ich sagen, du kannst ruhig pushen, weil da gibt es einen Porsche, der fährt 45er-Zeiten. Da kommst du auf jeden Fall ran an die Gruppe. Okay, gut. Okay, er fährt jetzt zu 44,6. Aber da wird auch gefightet. Da wird regelmäßig gefightet. Also... Oh, haben wir die erste Überrundung? Ja. So, dass jetzt so ein paar Autos, die ein bisschen anders aussehen, immer wieder schnell vorbeiziehen werden, das ist kein Zufall. Das ist auch nicht, weil wir irgendwie super langsam sind oder so, sondern das ist, weil das eine andere Klasse ist. Und die kommt jetzt... LMPs jetzt in diesem dichten Feld machen. Wahrscheinlich überall rein diven. Oh ja, das wird spannend. Da gucken wir gleich rein. Läuft rein. Ja. So, im Glücksfall hat man halt sowas, dass man halt relativ entspannt schon vor einer Kurve ein LMP passieren lassen kann. Im schlimmsten Fall passiert das halt in den Kurven. Und das wird hier vielleicht auch passieren. Dann schauen wir mal auf... Warte mal, gehen wir zum führenden LMP2. Ach, scheiß. Felix, oh Gott. Aber bitte keine Barstock-Dives. Achtung, früher. Naja. Okay, er ist sogar geduldig. Krass. Hast du längst? Ich darf noch mal... Ja, das ist relativ belastend gewesen. Das ist jetzt auch leider ungünstig für uns gelaufen, weil... Die anderen werden jetzt alle im Oval überrundet vor uns. Von dem Gros des LMP2-Felds. Na gut. Die Hälfte ist vorbei. So, an uns sind sie jetzt alle vorbei. Jetzt kommt halt die Phase, wo es für uns ein bisschen lucky sein könnte. Gucken wir mal, wie es hier läuft. Ja, da seht ihr es halt, ne? Es ist ein riesiges Chaos. Aber auch irgendwie geordnetes Chaos. Also, oh, da wird es eng hier. Die Stelle ist super, super heikel. Weil der Lambo und der Porto versetzt gefahren sind. Achtung, Crash vor dir. Äh, LMP in der Mitte. Let's. Ja, nice. Okay, das haben sie Jungs super gemacht. Jetzt hast du einen Anschluss, oder? Ja, sehr gut. Boah. Ja. Bleibt auch ein... Good for us. Ist das Christopher Beats? Das ist ein Name, den ich immer super gerne ausgesprochen habe. Chris Beats heißt er mittlerweile. Noch einer. Und wir sind dran an Roberts. Nice. Da sehen wir ihn. Da, da ist er. Wunderschön. Ja, also, wie gesagt, am Anfang waren wir ein bisschen unlucky. Jetzt sind wir wieder ein bisschen lucky. Kann ich mal erklären, warum GT-Autos mit LMP-Autos fahren. Nesca fährt ja auch nicht mit IndyCar. Ja, das sind halt Multiklass-Rennen, ne? Also, es gibt Autos, die werden zusammengefahren. Es gibt Autos, die werden nicht zusammengefahren. Jetzt können wir ein bisschen saven. Sauber. Und der McLaren hat auch eine Pace, da können wir gut hinwannen. Der Lambo fährt ein bisschen dicht auf. Das ist ein gutes Recht, aber sei natürlich nochmal angemerkt an der Stelle. Oh, da ist noch ein LMP. Der bleibt geduldig. Cooler Typ. Aburame, Aburam. Sorry, Aburam. Wenn ich deinen Namen wahrscheinlich nicht richtig ausspreche. Hoffentlich warst du den drei Aussprechen, Aussprechweisen drin, wie der Name richtig ausgewählt hat. Er bleibt ja einfach verstehen am Exit. Ja, das war natürlich ein bisschen unnacky, aber er wollte uns, glaube ich, wenig Zeit kosten. Deswegen trotzdem Ehrenmann. Ich glaube, der Lambo auf 16 hat sich gedreht. Das müsste der Lambo auf 16 gewesen sein. Ja, aber ansonsten, wenn wir an Mr. Roberts dranbleiben, Chris Roberts, Entwickler von... Na, sagt es selbst. Wie heißt dieses große Weltraumspiel, das vielleicht nie fertig wird? Ach, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wahrscheinlich nicht der echte Chris Roberts. Also nicht der, den... Star Citizen, danke, genau. Star Citizen, genau das. Oh, Todspeed ist komplett drin. Wie? Garten oder... Läuft dann von mir? Oh, jetzt geht's. Letzte Runde war schlecht. Okay. Nur gut, wenn es nur eine Momentaufnahme war, ist gut. Ich glaube, der Markt hat allgemein keinen schlechten Tux wie zu uns mitfangen. Ja, aber der hat da vorne den Menschen auch noch mehr. Du, ist auf jeden Fall ein guter Pace, die der McLaren allgemein fährt. Da kann man sich dranhängen. Schaut doch, was die Überrundung und so kosten, ne? Also, das ist halt heftig. Das ist auch Teil von diesem Multiclass-Ding. Du musst halt auch einfach mit Verkehr gut klarkommen. Da wurden ein paar Pylonen umgeworfen. Einfach der Hate gegen die Pylonen. Ja, und zu jedem Endurance-Rennen gibt's auch eine BOP. Die BOP hier hat zum Beispiel den McLaren gar nicht betroffen. Der Mercedes wurde anscheinend relativ stark runtergenervt. Und ansonsten würde ich sagen, kann man im Prinzip mit jedem Auto grob fahren. Der Audi und der Lambos haben ja im Prinzip dieselbe Basis. Und da würde ich sagen, da war bei uns auch so die Tendenz da, Audi oder Lambo, Audi oder Lambo, Audi oder Lambo. Ich bin ja auch ein bisschen Lambo gefahren. Letztendlich fand ich den Audi dann doch ein bisschen geiler. Aber, ähm... Der ist nicht so schnell in der Schikane, äh, Basto. Ja, doch. Aber ja, insgesamt, äh... Ist halt auf jeden Fall... Der Lambo ein bisschen weniger betroffen gewesen. Dürfte aber keinen so riesigen Unterschied machen, glaube ich. So. Let's go. Da haben wir's. Fuel safe to the max. Äh, Kupplung anziehen kann man auch. Dadurch wird die Motorbremse außer Kraft gesetzt. Ob das jetzt in der Realität so 100% Sinn ergibt und gemacht werden kann, sei mal dahingestellt. Ähm... Aber im... In der Simulation... In der Simulation, iRacing, im Service iRacing kann man das machen. So, Moment. Da hat die Nase kurz gejuckt. Bob steht für Balance of Power gerade noch zusammengereimt. Fast. Äh, Balance of Performance. Aber, äh... Power ist natürlich ein gutes Stichwort dafür. Bei der Power wurde zum Beispiel dem Audi 1% weggenommen. Wir haben 5 Kilo draufbekommen. Als hätte ich nicht schon eh genug. Ähm... Ja, und, äh... Genau, 2% Fuel-Beschränkung. Das bedeutet, dass man, ähm... Nicht ganz 120 Liter hat, sondern 117,6 Liter. Was letztendlich so ein bisschen erfordert, dass du entweder mehr Spritz sparst oder halt eine Runde weniger fährst. Wenn ich eher wäre, würde ich an den Lambo vorbeifahren. Das ist nicht unbedingt schlimm. Ne. Ist dumm. Müssen sie jetzt so dritt nach vorne schieben und dann vorbeifahren. Weil sonst hast du ja gar keinen Job mehr. Ah, jetzt wird schon zu spät. Ja, also das ist genau das, was ich gerade auch mal kurz meinte. Warning with car 23 LMP2 dangerous driving. Von ist der tolle Porsche. Geil. So, fahren wir mal eine Runde mit dem McLaren mit. Und dann sieht man auch mal, wie das mit dem, äh, Bumpen funktioniert. Also jetzt hier noch nicht, aber vielleicht vor der Bus Stop. Wenn's klappt, aber dann definitiv auch nach der Bus Stop. Ja, an der Stelle auch nochmal Anmerkungen. Genau, Ausrufezeichen Phönix. Da könnt ihr dann, äh, zum Schwestern-Team kommen. Die sind noch ein bisschen höher als wir. In welchem Split seid ihr neuesten? Wir sind, glaube ich, im Split 6, oder? Zu McLaren Flamethrower auf vier Reifen. Ja. Ist auch immer dieselbe Animation. So, ganz kurz. Hat ihm vielleicht einen kleinen Stupser gegeben, aber... Keinen richtigen. Und... Man hat echt ein bisschen Angst davor, das wirklich erstmals zu machen. Aber ich kann euch sagen, es bringt etwas. Also es bringt wirklich was. Und auch wenn ihr vorne seid, lasst es ruhig mal mit euch machen. So. So, da können wir mal ganz kurz... Hier kurz zurückspulen. Das sah gerade nicht so safe aus. Nee, das denke ich, war nicht weitergemacht. Ja. Gibt's da den Moment, wo er angestupst wird? Und hier gibt's aber getummelt. Ihr holt sowieso auf die Gruppe auf. Der Porsche will auch... Oh ja, man merkt's gar nicht mal so hier. Krass. Machen wir. Ein bisschen angestupst wurde er. 1,44,8 fährt er. Na, 500stel aufgeholt zu dem Mercedes, immerhin. Ja, und da hinten schön im Feld sind wir jetzt. Und im Dread, bei der Reihen, da im Anschluss. Trotzdem wieder fassen wir da den. Machen die das Ansturfs im Real Life auch? In NESK-Rennen, ja. Wird für unsere Pace. Bei GT3-Rennen wäre ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, das ist, dass die LMP einfach ziemlich viel gemacht haben. Also bei GT3 wäre ich mir ziemlich sicher, dass sie es nicht machen, tatsächlich. Da gewinnt halt der, der besser managen kann. So, ganz kurz. Ich zeige euch mal einen Clip, da habe ich gestern mal was in unsere Gruppe reingestellt. Genau, äh. Das dauert so lang, bis man in McLaren dran ist. Das ist jetzt im Topsplit gewesen. Ja, da sehen wir es. Ja, ja. Reiherspann funktioniert es, glaube ich, nicht. Doch, das funktioniert nicht, wenn wir den Lenkrad gerade halten. Ja, es klappt halt nicht, wenn du in ein BAM draufgibst und er dadurch perzieht und in dem Moment dem Fall sich in ein BAM draufgibt. Der Ende kann man es geschafft. Ja, ich zeige mal den Clip gerade. Ja, ne, mehr kam es nur gleich vorbei. Am besten. Gucken wir mal. So funktioniert das halt auch im LMP. Das ist jetzt Casey Kervin, Profi-Ovalfahrer primär. So. So sieht das dann aus. Nur mal als kleine Demonstration. Das ist schon... Big Oof. Und ich glaube, im LMP machst du es in der Realität auch nicht. Weil die Gefahr, dass du... Dass du, ähm... Die Gefahr, dass du dir was am Auto kaputt machst in der Realität, ist viel zu hoch. Ist Bumpdraft bei dem Netcode nicht gefährlich? Sollte eigentlich funktionieren. In echt ist der ganze Fondsbilder weg. Das kann gut sein, ja. Hätte ich dir nicht schon noch seinen Reacts auf die iRacing-Highlights? Ja, der streamt auch recht viel. Also wer Oval-Racing mag, sollte auf jeden Fall reinschauen. Ja, das Ding ist, äh... Aber Julian probiert es jetzt vielleicht. Ich würde halt echt sagen, er kann eigentlich echt... Ich glaube, er kann aber auch nicht schieben. Nee, irgendwie nicht. Ja, er kann 0 zu einer Linie halten. Das endet irgendwann, dass er den Lambo wegdreht einfach. Ich glaube, das Versuchen meint ja auch dann so... Das wäre ruhig. Sieht auch so aus, dass würde der eben die ganze Zeit hinten so auf die Ecke fahren. Und es wurde ja bei uns auch versucht. Die versuchen, die nicht in der Mitte zu schieben, dann fahren die irgendwie hinten auf die Ecke. Da wird das Auto richtig unstabil. Also ich persönlich... Das ist natürlich was anderes, was Julian machen würde. Und wahrscheinlich rede ich da auch ein bisschen aus einer Plebsicht, aber... Ja, das macht man einfach nicht mehr mit Fernraising zu tun. Ne, ja. Am Trashen ist eine andere Sache. Ja. Oder sowas. Aber ich würde halt ein bisschen... Einfach abwarten. Da kommt jetzt ein LMP, der ist noch hinter eurer GT3-Gruppe, aber direkt dran. Jo. Ah ja. Ah, bitte nicht rein da. Ehrenlose. Es ist halt so ungeil, wenn die Leute da richtig rein diven einfach, weil das ist halt so unnötig. Ach, das hat er sich in gebracht? Nix. Richtig. Richtig. Mich verwirrt immer dieser Bug mit der gelben Flagge in der Bastog. Ja, die ist auch. Ja, da habe ich mich noch nicht gewöhnt. Ja, an zur Wahl, den kenne ich mittlerweile seit sechs Jahren oder so. Warum ist das eigentlich? Der Bastog ist neu. Weil das ist die ganze Strecke mit gelben Flaggen versehrt. Ja. Ja. Gehen wir mal in die Chopper-Camp. Da sind wir ein bisschen näher dran. Da kann ich über Fernando Alonso. Auch hier kann ich ein bisschen mal rauszoomen. So, 44, 7, 9, 6 und 5, ja. Wäre schon optimal, wenn wir in der Gruppe noch 2,3 Zehntel flotter wären. Total, worauf geht auf jeden Fall auch gut runter. Perfekt. Das ist 3,4 schon. Jetzt sind wieder die LMPs dran. Ich bin so der LMP-2-Spotter. Die LMPs, die versuchen außen zu überholen, sind immer die besten. Ja, gut, der GT3 hatte gerade auch ordentlich gegen können. Ah ja. Ja, Rhein. Kör auf der Rhein. Ich persönlich würde halt jetzt die Dienste noch abwarten hinter dem McLaren und dem Lambo und einfach mal schauen, was die machen und vielleicht versuchen, über FuelSafe nochmal vorbeizukommen. Ja, mach ich. Weil das hat keinen Sinn, jetzt nach vorbeizufahren. Ja. Da will ich auch so nicht. Auch wenn ihr sagt, die sind ein bisschen risky, fände ich ein bisschen schwierig dann. So wie die sich beim Treften und die sich um 10 Uhr rum. Könnte man denken, ja. So. Ja, jetzt haben wir wieder die Überrundung mit den LMPs. Das heißt, hier rein, da ist ein bisschen daneben, leider. Ja. Jetzt kommen die weiter hinten auch noch angeschlossen. Da haben wir noch einen weißen LMP2, der geht jetzt immer vorbei. Julian, das ist sehr schön. Die haben noch nicht verstanden, dass wir in vier und fünf Stunden Rennen fahren. Alter. Das Ding ist, das Ding ist, die Fernsehung, das glaube ich auch nicht verstehen. Die werden es auch nicht verstehen, solange es nicht gekracht hat, mal im großen Stil, glaube ich. Ja, aber es ist halt, ich würde sagen, das geht halt gerade ganz gut, klar. Ich glaube, aus dem Cockpit wirkt es halt immer noch mal ein bisschen intensiver. Ich kenne das ja auch selbst, dass ich da im Cockpit noch ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, in Rage bin, als dann wirklich im, äh, im Nachhinein oder so. So, der Herr Crisp, der soll bitte nicht hier rein senden, tut er nicht, sehr schön, er bleibt auch hinter Chris Beats. Ist das derselbe Christopher Beats, gegen den wir mal gefahren sind? Weil, der hat jetzt halt 5,1k Rating. Also, jetzt pusht er ein bisschen den McLaren. Er kann nicht die Linie halten. Oder er wollte jetzt... Okay. So ein bisschen mit dem Poster spielen. Erst den McLaren andeuten, er könne dann Überholmanöver machen und dann selbst den Lambo pushen, um hier hin zu überholen. Meine Güte, ist das geil. Alter, das hat Julian, das sei ja mal strategisch komplett brillant. Das sei ja mal richtiger IQ 500 Move. Was geht ab? Ja. Jetzt, toi 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 Julian, jetzt, äh, pusht euch, äh, zu dem Mercedes rein. Oh, was ist hier? Äh, Ford hier, links in der Wand. Jop. Oh, und da ist ein Lambo raus. Na, der Top Ten war der Lambo. Da, was geht ab? Oh, 3 Wide weiter vorne. Was geht denn da ab jetzt beim Ernst? Ja, das war ein Ding hier. Von hinten kommt gleich noch ein P2. Jo. Das war gerade 4 Wide. Das war gerade ein 4 Wide. Hier, da haben wir erstmal nicht positioniert. Jo. Da, also, wie gesagt... Da hat sich vorhin anscheinend ein Audi weggedreht und der Lambo ist nur ausgewichen und ist dann links in die Wand rein. Was bringt das Anschieben, den vor dir zu pushen, damit er seinen Bremspunkt verpasst? Nein, das wäre richtig mies. Ah, schade. Man schiebt jemanden auf die Vollgaspassage, damit er eine höhere Geschwindigkeit erreicht. Das ist auch Sportsbeantrage. Du hast den Windschattenüberschuss und du kannst entweder vom Gas gehen, Sprit sparen oder du schiebst die Person an auf der Geraden, damit ihr beide eine gemeinsame höhere Geschwindigkeit erreicht, um eine Lücke zu schließen. Zum Beispiel jetzt zu dem Mercedes. Das erfolgt jetzt über andere Bedingungen, über andere Situationen, dass wir da herangekommen sind, aber, äh, ja, letztendlich, äh, das schwabbelt hier gerade ein bisschen rum mit der Kamera. Aber, ähm, aber das ist quasi der Sinn dahinter. Ansonsten, man fährt nie bei dem, oder man sollte nie bei dem hinten drauf fahren, damit er den Bremspunkt verpasst, weil das wäre unsportlich. Naja. Er kommt raus, so. Der MP ist auch ein bisschen schief mittlerweile. Der Porsche ist raus. Hey, was, was ist, was ist hier los? Bye, have a great time. Ja, jetzt, frag mich gerade auch, was so bei den Leuten hier gerade los ist, ob die da ein bisschen nervös werden jetzt. Die Bälle sind da jetzt ein bisschen, ein bisschen zu aggressiv hier. Schauen wir mal. Kollege, du bist ja fast dreimal so schlimm. Ja, das legt sich, wenn sie nicht beim Plex sind, aber. Die sind ja kaum mehr, guck mal, da gibt der Kamera ein. Ja, okay, ja, gibt schon Abstände, ja. Klar, sind die auch halbwegs eng beisammen, aber trotzdem. Bringt das nix, wenn die jetzt überall voll reinliften. Alter, wer zieht sie mich? Alter, wer jetzt noch nebengeblieben, ne? Er war ja schon fast neben mir. Ja, der 54er, der hat auch vorhin gezögert. Das war der, der quasi dann an der Haarnadel komplett stehen geblieben ist. Okay. Wir sind schon auf P13, nach letzter Runde. So, jetzt P12 wegen Porsche. Yep. Wo waren wir vorhin? Wir waren letzter. Ja, irgendwie 23 oder so. Auf jeden Fall weiter hinten, ja. Mann, Mann, Mann. Die erste Hälfte ist, also GT3-Felder sind mal hinter uns, die andere Hälfte ist nur vor uns. Chopper-Cam ist ein bisschen arg unruhig. Ich geh mal in die Blimp. Wo ist denn der 400-Gran? Blimp-Cam wieder. Hört gerade auf T3 zu. T4. Okay, wir sind ja gar nicht so weit weg. Ich bin echt mal gespannt, wie das später ausschaut, wenn die anderen Fahrer der anderen Teams ans Steuer kommen. Das ist auf jeden Fall wieder am Pack. Ich versuche mal, Reifen zu schauen, dass wir den Triple auch schaffen. Ja. Eine Sache ist natürlich klar, daraus mache ich jetzt auch kein riesiges Geheimnis. Ich weiß nicht, ob es bei 29 Grad kritisch wird. Das geht. Ich ziehe so ein bisschen den Pace-Durchschnitt von unserem Team einen Ticken runter. Das ist klar. Ich habe mein Bestes gegeben, die Lücke möglichst zu schließen. Aber ein bisschen Lücke ist auf jeden Fall trotzdem noch da. Ich meine, die Jungs sind halt sehr erfahren. Die sind wahrscheinlich auch nicht umsonst bei Phoenix. Was zum einen Thema Skills angeht und zum anderen Thema Erfahrung mit Audi angeht. Das sind Flugzeuge. Und ja. Das war jetzt so random. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, fast unmöglich, da quasi diesen Rückstand komplett aufgeholt zu haben. Aber passt. Der Lambo scheint gerade nicht zu sparen. Ja, Mercedes und ich. Auch mit Fublong in die erste Kurve rein. 44,2. Ich fahre da nicht rein. 45,1. Wir holen gleich jemanden neuen in unsere Gruppe. Nice. Komm in die Gruppe. 44,9. Hier weiter vorne. Reift. Ja, ja. Ich habe auch gemacht. Ach, das ist der LMP. Okay, ich dachte schon, wie ist der 34,2 gefahren? Alter. Ja, für alle, die ein wenig später dazugekommen sind oder im YouTube-Video durchskippen. Meinesens kommen etwas später am Abend, beziehungsweise auch in der Nacht. Ja. Was war meine Topzeit? Es ist halt schwierig, das immer zu sagen, weil in iRacing ist es je nach Bedingung hinsichtlich Temperatur. Hast du Windschatten oder nicht? Und wie schnell ist der, der die Windschatten gibt? Extrem unterschiedlich, wie schnell du fahren kannst. Wenn du von 29 auf 18 Grad runter gehst zum Beispiel, dann bin ich schneller als Julian. Aber das sind halt auch 11 Grad Unterschied. So, natürlich bin ich dann ab einem gewissen Punkt schneller als Julian, wenn die Strecke an und für sich viel mehr Grip bietet. Oh, die LMPs kommen alle aus der Box. Insofern ist es halt natürlich da ein heikles Thema. Und, äh... Oh, da hat sich ein LMP gespinalert. LMPs fahren an der Box. Jo. Okay. Ähm... Ja. Dann, wie sieht es bei Red aus? Bei Red? Ja. Ihm. Achso. Keine Ahnung. Warte. Der Ausrufezeichen Phoenix, dann könnt ihr auch zu unserem Schwestern-Team. Kurz nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Okay, bei Niklas heben schon LMPs ab. Das sage ich ihm nach der Bus-Stop. Beim anderen Team. Red ist P7, danke. Platz 7 im dritten. Da, blöd. Ähm, und laut Niklas heben da auch schon LMPs ab. So, wieder da. Hi. Moin, Moin, es geht. Na ja. Moin, Chris. Hi. Mikrofon Muted. Mikrofon Muted. Er hat ein kleines Malheuer in der ersten Runde direkt in der dritten Kurve. Ja, boah, ist ja gut. Wir sind gut nach vorne. Na ja. Ja. LMPs haben gut aufgeräumt. Achtung, LMPs kommen aus der Box. LMP außen. Oh je. Oh je. Hä? Warum das so je? Haben sich berührt von der Lampe und der LMP. Ach so. Aber noch ein LMP weg. Achtung, LMP. Achtung, LMP aus dem LMP. Eine Sache habe ich gesehen, die finde ich ganz cool. Wir gehen jetzt auch mal in die TV-Ansicht rein. Ja. Okay. Aber die gehen da zu weit erst mal. Top. Welchen Startplatz haben wir denn? Oh, auch sehr weit hinten. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall weiter vorne am Start. Ja. Taktisch hast du richtig gemacht. Ja. Nein. Wir haben lieber irgendwo vorne gestartet. Wir haben uns aktiv für die Last of the First entschieden. Ja. Ja. Ich finde es eben 24er. Die meistens, ganz ehrlich, die Leute, die hinten starten, die landen dann irgendwo gut vorne. Drei, vier Stück hast du immer dabei. Ja. Ja. Kann passieren. Wenn du einen starken Split hast, kann es auch sein, dass du einfach die ganze Zeit hinten rumfährst. Ja. Mikrofon aktiviert. Kann aber auch einfach vorne starten und vorne bleiben. Das war eigentlich der Plan. Ja. Mit guten Fahrern kommt man auch in starken Splits nach vorne. Jo. Kann vorne starten und vorne ankommen, glaube ich irgendwie nicht. Jedes Mal beim 24er, der da vorne startet, ist dann nicht mehr vorne am Ende. Ja, ich meine so Top 5, oder? Das kann man nicht auf jeden Fall hin. Ja, ich bin in 3,3 Liter aktuell. Ja, gut. Mehr Spaß schafft du 10 Minuten. Können noch mehr sparen, wenn die hier nicht so komische Linien fahren und immer fast stehen bleiben. Aber können wir das in der Nacht noch halten? Dem Splich. Da haben wir ja mehr Sportverbrauch. Ja, dem, wenn du im Windschatten bleibst, ja. Ja, du wirst nicht immer Windschatten haben, bis in der Nacht. Da kann es mal gut sein, dass du einen ganzen Stint ohne großartig Windschatten fährst. Ja, muss man sich halt einen holen, der ungefähr genauso schnell ist. Ist das der dritte Split? Nee, 6, glaube ich. Sechste. Das ist sogar krank. Äh, Stream Red ist in 3. In 3, genau. Ja. Okay. Und da auch auf P7 anscheinend. Also, läuft. Ist krass über die Jahre, wie das explodiert ist. Ja. Ich habe damals 2015 einen Split 2 gewonnen. Ja. Mittlerweile wäre da gar nicht mehr dran zu denken. Kommen wir da ein paar LMPs? Ja. Sehe ich. Mikrofon muted. Ja, der Standard Spritverbrauch in Daytona liegt bei etwa 3,7 Liter, sagen wir. 3,7 bis 3,8. Eher 3,8 als 3,7. Ähm, das variiert auch ein bisschen je nach Tageszeit. In der Nacht verbrauchs ein bisschen mehr. Ähm, das Ding ist, er ist jetzt bei 3,3 Verbrauch. Gehen wir mal von 3,6 der Einfachheit halber aus. Boah, der Lambo ist von hinten da reingeschossen. Hey, da wäre der nicht mehr reingefallen. Ich habe gerade mehr auf die LMPs, ich davon bekoppelt. Gehen wir mal der Einfachheit halber aus, davon aus, dass wir 3,6 standardmäßig haben. Oder jetzt hätten wir jetzt 3,4 zu 3,7. Auf jeden Fall 0,3 Liter Ersparnis. Bedeutet an der Box eine Standzeit. Ne, Moment. Moment, umgekehrt rum. 1 Liter, also 3 Runden sparen, ah, 0,3 Liter, bedeutet an der Box 0,3 Sekunden Boxenstoppstandzeit Ersparnis. Bedeutet, wenn du 1 Liter tankst, stehst du 0,3 Sekunden weniger. Und wenn du 3 Liter sparst, stehst du 1 Sekunde weniger. Wenn du genug sparst, dass du eine Extrarunde fährst, dann fährst du 1 Runde länger auf mit. Ja, der hat erst von 28 gestartet, das war der ursprüngliche Führende. Wenn du eine Runde extra fährst, dann kannst du eine Runde mit wenigem Sprit extra fahren, was die anderen mit vollem Sprit da bereits wieder fahren müssen. Ja, ganz wichtig für ein Boxenstoppflöcher ist, dass Wincheltier auf jeden Fall drin ist. Ja. Hast du ein bisschen Staub abbekommen? Boah, ein bisschen ist gut. Ein oder zwei Fliegen? Ich glaube eher ein paar Hunderte. Naja. Das sind nur so kleine Klecks. Ich hatte aber einen Test her aus. Naja, was ich. Lef side. Boah, der hat aber... Ja. Clear. Car on your left. Clear. Hey, das ist mal angenehm. Ich glaube der Lambo will so schnell wie möglich wieder nach vorne. Dann mache ich das mit dem Mama zusammen. Da war er hinter dem Mercedes, fühle ich mich ein bisschen unwohl. So drei Autos hinter uns ist wieder in den Zögern der LMP. LMPs kommen schon wieder. Ja, das ist der Zögern der LMP. Ja, das ist gut. Ich werde um Viertel vor vier glaube ich das Rennen nochmal fahren. Ergert sie? Dann bin ich auch warm. LMP, innen. Clear on the left. Okay, das Zögern, das ist nicht gut. Ja, aber das ist auch wieder der Typ. Genau, wie gesagt, das ist genau der Typ, der zögert. Dann soll man auch nicht antäuschen, dass man überholt wird. Dann bleibt man einfach da hinten. Ja. Ganz oder gar nicht. Oh. Oh, okay. Nicht der Lambo war der Führende, der McLaren war der Führende in der GD3 am Start. Der mit uns davon gegangen ist. Ja, ja, ja. Oh. Entweder ist es ein Hotlipper oder keine Ahnung. Ich würde sogar sagen, der dived jetzt eh rein. Mal gucken. Lass ihn lieber ziehen. Der ist schneller, glaube ich. Ja, der dived rein. Nein, hat den jetzt nach vorne ziehen. Der räumt nachher noch ein, zwei ab. Keine Sorge. Nice. Jo. Ja, wir sind im sechsten Split. Das Schwestern-Team ist im dritten. Der fährt echt mit dem Messer zwischen der Zähne. Ja, ansonsten die Stimmen könntet ihr mittlerweile, äh, genau, die angezeigte Position ist im Class, genau. Und das aktualisiert nach jeder Runde, falls ihr euch jetzt wundert, warum der Lambo immer noch hinter uns geführt wird. Ähm, die Stimmen könnt ihr mittlerweile auseinanderhalten, oder? Ähm, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen für euch was Neues. Bald kommt noch Luca dazu. Ähm. Ja, aber... Ich denke, dass die Jungs auch alle irgendwo eine charakteristische Stimme haben, dass man da den Unterschied auch raushört. So, wunderschön. Ja, wenn wir uns jetzt da schön ranklemmen können, dann geht's hoffentlich gut nach vorne. Haben wir uns den Plan schon angepasst? Ja. Weitendemisch, ja. Welches von den fünf Schwestern-Teams? Das große. Das mit, das Red-Team. Ich komm echt nicht an, ey. Wir fahren 2, 92. Boah. Ich glaube, es ist perfekt, wenn er dann irgendwie in Turn 1 überholt, können wir hoffentlich auch in Turn 1 überholen. Ähm, schicken. John, oder? Du hast das Zugriff drauf. Der Link ist noch in der Gruppe. Ich kann's ja auch bei Discord checken, wenn du magst. Als Screenshot. Ja, das würde ich haben. Okay. Ich soll fast ausschlafen. Geil. Ja, mit fünf Leuten ist es echt entspannt. Ja. Ich war nie wieder in 24er so dritt. Das ist auf jeden Fall klar. Oh, der Exit war schlecht. Mikrofon activated. Ich werde übrigens bei meinem Triple Stint Windshield Tear-Off komplett ausmachen. Auch für den Fahrer danach. Sicher. Ich tausche mal irgendwann die komplette Scheibe, Lüge. Ich finde es auch immer noch ein bisschen schadet, dass wir keine Lambo fahren, weil dann hätte ich jedes Mal auf Day umgestellt, das Display. Turn in der Nacht reinblenden. Car right. Day on the left. Day on the left. Day on the left. Unvorteilhaft, dass Sails dagegen hält, muss ich sagen. Ja. Dann warte ich. Er verliert das Hebel entwirft. Er muss auch merken, dass er Pace-technisch nicht ganz mithalten kann. War von mir dumm, dass ich halt ex außer Barschab so schlecht rausgekommen bin. ja der kann sich mithalten aber der spiel spart halt spart halt so viel schritten lmp ist von hinten gut ist dann auch der grund sein warum man mercedes wird effizient ja das könnte dir jetzt passieren ja okay gut schon vorbei alter okay das spart echt dann kann es sein dass er zwei runden länger fahren kann also wenn das so spürt ein bleib da oder vorne gibt es ja da vorne gibt schon den zweikampf mit den lambos der lmp nutzt die situation gekonnt aus stark ja also der lambo hat sich da gut durchgesetzt und wir sind jetzt mit dem mercedes wieder wenigstens an einem der lambos dran hoffentlich können die lambos also kann der eine lambo dem anderen jetzt nicht wegziehen jetzt sehen die aber auch einmal alle wieder an hier ja aber ordentlich wir haben in der letzten runde vielleicht ein bisschen zeit verloren ja 44 1 44 2 also mittlerweile passt die pace mit weniger sprit ist es auf jeden fall auch super angenehm und ganz vorne da wird richtig gepusht ja das ist die ganze liege das ist halt super geil das ist so eine extrem vorteilhafte position die die top 6 jetzt haben krass ist man nur einer der arme bmw hallo leute wartet auf mich hallo fahrt doch nicht weg geil wie geil ist das denn die zusätzliche runde glaube ich nicht schaffen schön ist aber auch nur ganz knapp stark warum haben manche das licht aus manche an ich habe keine ahnung vielleicht ist irgendwas autospezifisches dass der mclaren irgendwie kein tagfahrlicht hat oder sowas formel 1 fans wissen das wäre nicht das erste mal das bei mclaren etwas nicht funktioniert waren dann gab es auch alle nicht mehr und kurz schnell zu noch dem genug gespart wahrscheinlich ja man kommt auch gut am p9 schon mal dran ja er fährt jetzt alleine darum denn das ist jetzt der unbültige unbültige vorsicht kommen sieh aus der perspektive alles so super eng aus alter 1 und anscheinend ist es auch es geht ich muss sagen ja man kann ja eigentlich schon was ahja dann p geht halt auch immer ok der muss ja ähm ich glaube eine schaffste noch nicht mehr ja mikrofon aktiviert ok julian julian auch nö ne nein wir werden komplett nach hinten gesetzt auch nein auch ja das war es war das gibt es doch nicht was ist das denn warte soll ich mich fertig machen jo jo zur not ich kann auch einspringen aber wenn du magst ja ja ich bin würdig da ist ja eh noch wait ja also das ist och nein ey das wirft uns jetzt so weit zurück können wir überlegen um 17 Uhr noch mal zu starten ja race jetzt ja oder der tank noch keine reifen haben wir damage oder nicht Lena ja aber einfach weg ja eine runde oder so das kann man aufholen ach come on ey er hätte doch nur noch eine runde erstmal gemusst ja ne er hätte doch in eine box rausfliegen können ja ja warum musste er unbedingt sparen ok ich mach mal start spotting bei dir oder magst du lieber den richtigen spotter äh meinen spotter ja also soll ich machen ne ich brauch meinen spotter ok ich weiß nicht bitte ey so stark gefahren ja gut ey racing kann halt nix dafür ne das ist jetzt halt er ist halt auch bei teamspeak raus das ist halt maximal unlucky schade schade aber hey wir fighten weiter mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert mikrofon mutiert klar gleich schon überrundet mikrofon aktiviert wieviel prozent haben die reifen kannst du das gleich nachbachstopp durchgeben 98 hab mir angezeigt 98 ja hä 98 aber ich hab gar keine reifen ausgewählt der durchschnitt ja gut wer weiß was er jetzt gemacht hat der durchschnitt herausfliegt ja gut wenn man tau hat bekommt man dann nicht automatisch neue reifen keine ahnung ja gut aber du die alten werden ja nur angezeichnet und die sagen 98% das sind dann nicht die neuen dann gehen wir gleich beim zweiten ich glaube wir haben gar nicht so unendlich viel verloren wir haben gerade zwei aus unserer gruppe wieder überholt ich glaube wir haben gar nicht so unendlich viel verloren Mikrofon muted. Mikrofon muted. Ja. Nächstes Auto vor Position ist 15 Sekunden weg. Das ist aber der zweite, ne? Ja, der muss, glaube ich, noch rein, ne? Krass, der Mercedes wird jetzt 33 Runden. Are you serious? Dann sparen die echt so viel und kommen ziemlich krass. Ja, die haben 10% mehr Stintlänge jetzt fast, ne? Krass. Vielleicht sollten wir dann überlegen, auch ein bisschen mehr zu sparen noch. Boah, ich würde jetzt erstmal pushen, bis man am nächsten dran ist. Mikrofon muted. Alles klar, kann echt nicht sein. Gut, ne, echt, alt. Alles gut. So viel, so viel haben wir nicht verloren anscheinend. So viel, so viel haben wir nicht verloren anscheinend. Komisch. Ja, pass, passiert. Passiert. Habt das, das ist mir noch nie passiert. Ähm, Probleme habe ich eigentlich nicht. Naja, shit happens. Kann man sich erinnern. Am meisten ärgert es mich und macht es mich... Das ist halt genau das Ding. Also... Ja, der fährt jetzt wieder aus der Box raus. Mhm. Wir haben etwa eine halbe Runde verloren dadurch, glaube ich. Jetzt ist er raus. Nur noch etwa 14 Sekunden nach vorne. Das ist, glaube ich, ganz gut. Guck nochmal ganz kurz. Unsere Zeit ist nur 45, 4, 45, 0. Hä, wie haben wir jetzt Zeit gut gemacht? Knapp 50 Sekunden verloren. Okay. Scheinbar ist das eine Delta mehr vertrauenswürdig als das andere. Nein. Was darf nicht passieren in dem 24er? Aber mach dich jetzt nicht für etwas schuld. Das ist nicht für etwas schuldig, wo halt der Internetanbieter mal gefailt hat. Ja. Kannst du ja gar nichts für. Ja. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen verdutzter geguckt wie wir gerade, aber... Ich dachte, warum fahren wir denn jetzt so weit zurück, warum sehe ich das Auto nicht mehr? Er war doch gerade noch da. Ja. Ja. Mein erster Gedanke war doofes iRacing, jetzt sehe ich, wer die Autos nicht beobachten will, nicht? Ja. Ja. Ich hab schon mal gedacht, vielleicht kommt da jemand wieder, aber... Weil ich hab dann erst mal im TS schaut und da war Julien noch da und ja. Warum kommen solche Internet-Aussetzer immer zu den passenden Momenten? Ich hab noch nie einen Internet-Aussetzer oder sonst was gehabt, das ist jetzt seitdem ich fahre. Hast den Teller nicht leer gemacht und Vater hat am Kabel gezogen. Alles gut. Jetzt mal im Ernst, Digi, alles gut. Ja. 50 Sekunden ist nichts, was man wieder... nicht wieder rausfahren kann. Und selbst wenn... Ja, passiert. Wir haben noch 22 Stunden, 56 Minuten und jetzt ist kurz. Ja, kann ja alles passieren. Lenkrad-Defekt oder sonst was. Windows möchten Update installieren, bla bla bla. Ich dachte ja, Multimap 2-1, Multimap 2-1. Ein Glück auf die V5, bitte. Jetzt konnte ich mich nie mehr umziehen, ich fahre hier im Pulli. Ach komm. Du hättest dir nicht ausgezogen, du hättest höchstens noch einen angezogen. Der LMP, der hinter dir ist, der wird dich bald überholen, das ist der, der ein bisschen zögerlich ist. Okay. Ja, ja, happens, wie gesagt. Ist halt jetzt so. Aber wir kommen gut damit klar. John steigt hier direkt mit 45er Zeit ein. Das ist auch neus. Kann man mal machen. Er hat jetzt natürlich wieder einen vollen Tank. Das sei gesagt, der Audi ist mit vollem Tank, äh, mit leerem Tank ein bisschen flotter als mit vollem Tank. Manchmal bricht auch das Bremspedal ab, ja. So, let's go. Geben wir uns den Draft. Schön, dass er uns in so einer Position überholt. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich gucke mal, wo die führenden Fahrzeuge sind. Ja, am Anfang des Ovalteils und wir sind quasi am Ende des Ovalteils. Joa. So gesehen haben wir gar nicht mal so unendlich viel verloren, weil wir jetzt sogar frische Reifen haben, ne? Das kann sein. Also 50 Sekunden waren es, die wir jetzt sogar verloren haben. Also die Reifen fühlen sich jetzt auch nicht mega alt an. Nein. Die Reifen waren top. Ja, wir haben jetzt 98% auf den Reifen, also wir haben frische. Ja, aber wenn du doch wechselst, normalerweise werden die doch... Ja, dann zeigt sich ja die Alten an. Zeig dir immer die Alten an. Genau. Ja, wir gucken einfach an. Also entweder fährst du halt komplett frisch und dann bist du halt zwei Prozent mehr oder Julian hat halt wirklich gemiliert. Julian einfach mit zwei Prozent Apri-Pro. Sind ja. Er ist auf Schienen gefahren. Kannst du reden auf einem Reifen. Ich wollte gerade sagen, wir wechseln die Reifen nicht. Scheiße, wie machen wir den Sinnplan jetzt? Ja, wir fahren jetzt einfach so weiter. Wir gehen halt alles zwei Stints vor. Hm, wo machen wir meine zwei hin, die gefehlt haben? Wahrscheinlich am Ende dann wieder. Okay. Ich mach das jetzt. Oder wir tauschen im Prinzip deine zwei Stints oder drei Stints, wo jetzt John fährt, mit zwei Stints danach. Weil John wäre ja direkt nach dir dran gewesen. Oder nimmt man eine zwei Stints aus der Nacht? Nee. Okay, Team Red hat er auch. Nee, ich sag ja, im Prinzip. Halt zählt. Warte mal, wenn du, du bist dann mal in der Nacht noch mal dran und dann fährst du am Ende halt noch. Dann hast du auch wieder deine ein, zwei Stints da. Obendrauf, zwei. Weil am Ende haben wir ja eh noch offen gelassen. Aber wenn wir jetzt irgendwo dazwischen, dann, 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 dann hauen wir uns richtig durcheinander wieder. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, ich zieh dich mal hin. Jo. Oh, was ist denn das schon? Der LMP hat keinen Bock mehr. Ich glaub, der steckt da fest. Wirklich? Ja. So, Abstand zu Edmonds ist auch recht. Du holst konstant, du holst ein bisschen auf. Okay. Ja, der ist bei einer 45,5 gerade gewesen. Jetzt dürft ihr wahrscheinlich ein bisschen was gut machen. Ja, wäre aber cool, wenn man so einen Autopiloten hätte für das Oval, dass man da wenigstens kurz den Pulli ausziehen kann. Naja, Luca hat mir den Pulli während der Fahrt bei einem 24er ausgezogen, als wir als Team an einen Ort waren. LMP. Geht rein. Da kommen jetzt noch drei LMPs an. Die kriegen dich dann wahrscheinlich jetzt im Oval. Ja, moin Raphael. Ja, ich, äh, seh's gerade. Das ist, äh... Das ist das, was bei Team Red eben passiert ist. Das ist halt sehr, sehr belastend. Was ist denn jetzt loskommt? Und da macht Raphael auch nix. Da hat er keine Chance, in irgendeiner Form zu reagieren. Da knallt's. Was machst du? Du wirfst vielleicht den Anker, aber selbst das könnte einfach eventuell nur die Aufprallgeschwindigkeit minimal reduzieren. Du versuchst vielleicht einfach durchzujagen. Das ist halt wirklich, wirklich bitter. Das ist halt sehr, sehr bitter. Ja, aber soweit ich weiß, das Auto kann größtenteils wiederhergestellt werden. Das wird wahrscheinlich halt nicht dieselbe Pace haben wie davor. Aber... Am Onstream ist auch noch die Onboard-Ansicht. Jo, danke. Ja, das ist halt... Was willst du machen? So, klar, wenn du jetzt in die Zukunft siehst, kannst du sagen, Lenk nach rechts. Aber du kannst halt nicht in die Zukunft sehen. Oder ganz... Ups. Sorry. Ganz weit nach links fahren. Aber du kannst halt nicht in die Zukunft sehen. Das ist das Problem. Das ist höchst unangenehm. Schade, aber hoffentlich könnt ihr das Rennen wieder aufnehmen. Das wär cool. Dann wär unser Auto leer gewesen. Inwiefern dann wär das Auto leer gewesen? Ihr gesehen, was bei Team Red passiert ist? Nein. Da haben sich einfach zwei in den Pace vor der Boxen einfach irgendwie weggedreht und in Raphael reingeflogen. Scheiß. Oh nein. Ja. Auto? Halbe Stunde Repair oder so. Ja. Ja. Da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen im Vergleich. Ja. 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 Fahren die ein weiter oder fahren die nachher dann nochmal? Keine Ahnung. Also, wurscht. Erstmal. Ruhige Seite. Geht zu der links. Clear. Kann einer von euch den Systemplan bearbeiten? Nee, geht zu mir nicht. Kann ja nichts ändern. Hat nur Lesezüge. Sommer. Edmonds. Ist ungefähr hier im Moment. So, Abstand ist eins. Hier, neun Sekunden. In etwa... 14... 6, 7. Ich gucke einfach auf, was... Was für eine Zeit Edmonds gefahren ist eben. 44, 9. Nice. 44, 9. Ja, wir cleveren uns zehntel für zehntel ran. Weiter. Okay. Ihr könnt mir ruhig sagen, was wir machen sollen. Dann mache ich das. Ich gucke mal, ob ich kann. Ah ja, ich kann das tatsächlich bearbeiten. Ja, dann im Prinzip den John jetzt... Also, alle zwei vorziehen. Gut, dann hat er nur den ersten gefahren. Jawohl. Ja, nee. Irgends. Also, im Prinzip jetzt so. Moment. Mach's mal. Oh. Ja, genau. Danke dir. Oh, bitte, bitte. Jetzt bin ich verwirrt. Das war jetzt noch ein X. Ehrenmann. Ehrenbrüder ist das. Moment. Ich hab jetzt noch mal ein Foto gemacht. Ich gucke mal. Oh. Mikrofon muted. Und Lena, Ehre für den Raid. Vielen, vielen Dank. Und moin moin an alle Raider. Wir sind ja ganz kurz gerade im Stintplan. Moment. Sofort. Vielen, vielen Dank. Was habt ihr Cooles gemacht? Porter? Mikrofon activated. So, Moment. Ich guck mal. Ich guck mal mal. David ist quick. Da zwei vorziehen. Im Prinzip ist ja auch egal, was weiß unterlegt ist und was grau unterlegt ist. Ja, okay. Dann machen wir's mal so. Kannst du die Berechtigung uns auch geben dann? Weiß ich nicht. Kann ich? The lead is fitting now. Kann da eigentlich gehen. Ich hab die Kugel. Ja, muss ja nicht. Pass ihn jetzt einmal an und dann passt. Ja. Darum können wir halt nicht drauf gucken. Dann muss er noch mal ein Bild reinschicken. Weil ich komm ja gar nicht da ran. Ich schick den Link. Ich bin mal einer Sache verwirrt. Wenn wir hier zwei hochgehen. Dann kann ich das nur noch eins hoch machen. Dann wird das hier mit den... Ja, weil wir doch nachher da mit den Zweifach-Stints. Ich pass das mal so erstmal an. Ja, genau. Erstmal nur der Verabschluss. The lead is fitting now. Dann setzt du hinten Julian nochmal rein. Letztes Bind. Ich kann ihn gar nicht angucken. Ich brauche einen Zugriff. Muss ich anfordern. Dann schick ich dir dein Foto. Ja, mach das. Also für den letzten Triple quasi da nochmal Julian rein. Ja, ja. Wobei wird eher ein Double vermutlich als ein Triple. Genau. Hoffentlich. So soll es eigentlich passen jetzt. Gleich bin ich auch soweit mit der Formatierung glücklich zu sein. Alter, das Internet ist echt bei uns gerade irgendwie komplett am rumfaxen. Ich kann... ...noch nicht mal beim Handy irgendwas machen. Mal wieder F1 probiert. Oh Gott, wie war es? War Router-Neustart gemacht. Wie war F1? Ja, gleich noch ein Color. Was wir gleich sehen, machen. Johnny ist gemutet. Ja. Ich brauche ein bisschen Ruhe beim Fahren. 449, 449. Warum sind wir zurückgefallen? Aber dann drittst du halt nicht genau. Was fährt denn Edmonds gerade? Warte mal, 45, 3 die Runde davor. 45, 4. 44, 9. 44, 9. Dann 44, 9. Dann hatten wir, glaube ich... Ja, hier anderthalb Sekunden. Okay, irgendwo kamen da die anderthalb Sekunden her. Ja gut, also es wird jetzt ein etwas... Äh... ...etwas... Wir müssen Geduld haben. Das wird ein Rennen, äh... ...für den Moment, wo wir müssen mehr Geduld haben müssen. Und dann irgendwann werden wir, äh... ...wieder vorne mit angreifen können. Besser als erwartet, aber waren auch einige Bugs dabei. Und Jespys Spiel ist installiert. Nice. Ist ja auch ein Marathon, kein Sprint. Das? Richtig. Mikrofon aktiviert. Christoph, erst noch das Rennen um, äh... ...viertel vor? Ja. Ich hatte schon gedacht, wir haben wieder zu spät. Warte noch auf die Uhr geguckt. Jo, ich glaube, John hat sich da wegen... ...runde 39 da gemutet, weil da war irgendwie ein... ...little Moment. Da haben wir jetzt anderthalb Sekunden zwar liegen lassen, aber... ...sonsten sieht das eigentlich gut aus von der Pace. Wir müssen jetzt eh hoffen, dass wir da... ...bald jemanden zum Draften noch finden. Wäre vielleicht sogar cool, wenn die Startergruppe... ...wenn die Gruppe ganz vorne jetzt an uns dran wäre, bald. Guck mal, wo die ist. Vor Bus Stop. Alter Vater. Wir saven halt auch wie verrückt. Ja. Ich hab's vorhin mir auch angeschaut, also die 11 hat... ...den führenden Wagen, die 16... ...komplett geschoben. Also, das war nicht mehr feierlich wie die... ...als wäre das quasi zwei Teams, die gemeinsam... ...gemeinsame Sache machen. Ja, die wollen... ...will dann nur... ...der hintere will Sprit sparen ohne Ende, ne? Jo, und jetzt ziehen sie halt sogar vom Lambo weg. Also, vor dem Box Stop habe ich mir angeschaut. Da hatten sie den Abstand, den sie jetzt zu P3 hatten, als Dreiergruppe zu P4. Und jetzt haben sie halt quasi auch den Dritten abgehängt... ...und am Ende werden sie wahrscheinlich zu zweit da ganz vorne chillen. Ja, da muss man das auch machen, ey. Das... ...kasse ist, wenn das nicht aufgeht. Ach, der BMW juckelt auf P6 rum. Ja, aber warten wir mal ab, wie es aussieht, wenn die anderen Fahrer... ...auch bei den anderen Teams noch dazukommen. Ja, das darf man nicht vergessen. Weil jetzt gerade haben die alle sehr hohes Rating... ...der mutig machen, dass die Teamkollegen eher schwächer sind. Jo. Ja, und du wirst bei uns ja auch nochmal dann, wenn der Plan genau so dann weiterläuft... ...am Ende nochmal ordentlich durchheizen können. Denke mal, das sieht dann auch gut aus. Hoffentlich. Geht erstmal sicherstellen, dass das nie wieder passiert. Dann gleich wieder da. Jo. Sauber, John wieder im 44er-Bereich jetzt. Sehr gut. Das hat jetzt ohne Draft auch natürlich ein bisschen anstrengend dann. Ja. Und der Edmunds hat schon einen Porsche überholt. Den Virtual Motorsport Porsche. Der Damage, der hat ja vorhin einen Abflug hingelegt, kurz. Gar nicht gesehen. Ähm, das war quasi vor der Haarnadel in der Rechtskurve. Und der sieht aber noch frisch aus. Der Mercedes ist sogar gar nicht mal so unendlich weit weg. Der ist jetzt auf, äh, 13, etwa 10 Sekunden vor dem, dem, also vor dem, äh, vor dem Auto vor uns. Heißt, der ist etwa eine halbe Minute weg. Also nicht mal 50 Sekunden. Wie hieß das Team? Äh, vom Mercedes. Der Mercedes-Benz oder Elf ein Igel? Das war Elf ein Igel. Ja. Wie gesagt, wo wir gefahren sind. Der hat aber einen Hackerigel kommen. Oh. Bei mir zumindest. Stimmt, du hast recht. Hinten links. Ja. So ein bisschen als würde er die Augenbraue hochziehen. Ja, also das war, glaube ich, vorhin noch nicht so. Nee. Aber es müssten, keine Ahnung, 40, 45 Sekunden noch sein. Ich meine, das ist halt auch... User joined your channel. User joined your channel. Hallo. Grüße, Grüße. Hallo. Clear. Sieht bei euch aus. Nicht gut. Ja, ich hab schon gehört. Der wurde quasi nach Turn 1 angestupst. Für die Rechtskurve. Und... Also der LMP fällt mir jetzt nicht zum ersten Mal auf. Ja. Das sieht gut aus, schon. Ist gut unterwegs mit den 44er-Zeiten, ne? Hoffentlich. Er ist ja im Spritsparmodus, wa? Ja, ja. Ja. Aber ich kann bei Vibe nicht so spurtspornen wie Julian im Verkehr. Ja, das ist klar. Ich kann aber 3, 5, 3, 6. Sieht gut aus. Holt's auf ein paar Leute da vorne auf den Weg hinaus. Jo. Also einer zum Beispiel ist der Mercedes, der hat Damage. Und Chris, du kannst auch mal gucken, der hat vorne rechts... Da siehst du beim Übergang von weiß zu rot, der hat dann auch minimalen Damage. Also er hat vorne und hinten minimalen Damage. Ja. Ja. Die Motorhaube ist auch krumm. oder die Motorhaube ist auch cool. Hohoho All right clear on the right Microphone muted Ja, sehr schön, also die 44-8 Irgendwann schön flott Und dabei da vorne scheinen die ein bisschen Pace zu verlieren Und die Leute hier kommen auch nicht ran Die sparen zwar enormen Sprit Die Top 4 wieder mittlerweile dann Heieieiei Boah, Chris Beats, Alter Das ist der Dude, wo wir vorhin noch Sagten, ja, der will nach vorne Und da hätten wir grob auch sein können Schade, schade, schade Aber hey Gibt auch ein, zwei Vorteile, die wir dadurch haben Frische Reifen immerhin Immerhin das Das wird schon Motorsport Auto Und noch hat der Windschatten Aber Demon Tweaks und Virtual Motorsport verlieren Gerade müssen wir in Schatten 45-2, 45-6 Jawohl, ran Schön ran saugen Keep pushing, John 44-5 Wie wir das sind, es fahrt ihr auf einem Satz Reifen Ähm, ja, also mehrere Wir werden mal gucken, ab wann wir eine gewisse Schwelle überschreiten Wo wir vielleicht sogar aufgrund kühlerer Temperaturen noch einen Stint extra machen können Aber ich sag mal Komm, wir können ein bisschen konkreter werden Ähm Wir werden schon Fahrt ihr gleich nochmal, Niklas, oder Fahrt ihr weiter? Ja, Niklas ist hier, moin Wir werden schon versuchen, dreist es zu fahren, ne? Ja, haben wir Fahrt ihr nochmal um 17, oder? Na, das hat dem, wie keiner das bezahlt, oder bock Willst du bei uns mitfahren? Safe Boah, das ist echt scheiße, was euch passiert ist Die beiden vor dir, John, verlieren jetzt den Draft Die sind auf jeden Fall nicht ganz so schnell unterwegs Du holst es, äh, gerade richtig aufzunehmen Dann sind wir noch gemutet Achso Ja, gut Weiter so, John Ich versuche da immer zu nützen, irgendwie Ich sag nicht, ich stupse immer an Ach, alles gut, alles gut Und lass ruhig, lass ruhig fahren Nicht anstupsen, sonst wird danach herausgetoppt Oh Das ist halt Krise Oh, bei mir ist gerade ein kleiner Mini-Hund wach geworden Komm mal her Was geht? Und Clyde Und Clyde Oh fuck. Was? Ich habe mich den Rennen verpasst. Im Schlimm. Hey, wir haben doch 42, oder? Echt? Ja. Bei mir im Rechner steht 46, was ist hier los? Monster Stint, Plan. Du warf hier, ich stehe sofort. Danke. Kann ich dir auch noch, also melde dich ruhig an, Chris. Ich schicke... Warte mal ein Foto. Ja, danke. Er ist closed. Fuck. Obwohl wir haben 43, was soll denn das? Haben sie vielleicht die Dings geschlossen, die Anmeldung? Weil 24er parallel? Da sind 197 angemeldet. 3 auf 5... Hä? Ich glaube, danke. Bitte, bitte. Hm, vor uns wird gerade wieder gekämpft. Da hat einer ordentlich Zeit aufgeholt und gerade einen dicken Schnitz eingebaut. Mikrofon muted. Jo, guten Appetit, Lina. Naja, noch besser fahre ich gleich. Ich fahre vor 5. Der ist gegen 8 dran. Oh, ich komme noch ein bisschen in dem Johnson, wie der fliegt. Mikrofon aktiviert. Jo, wenn wir jetzt die 44er konstant haben, dann sieht das schon mal gut aus. Was ein bisschen belastend ist, ist, dass die führenden Fahrzeuge, dadurch, dass sie so viel saven, auch nicht viel schneller sind. Also, John holt sogar halt zur Spitze auf. Nur mit dem blöden Nachteil, dass er kein Spritzspannen kann. Das ist richtig. Also, ich hatte vorhin eine Runde Spritzspannen verbraucht von irgendwas, 3,7 oder 3,6. Hast du jetzt irgendwo rumgependelt. Mhm. Das ist echt viel. Und mit Spritzspannen halt, war ich kurz vor den 3,2 einmal. Ich bin mal unten. Ja, war ich mal. Ciao, ciao. Danke. Na, jetzt immerhin mal eine 44,6 von denen. Die sind halt nicht so unendlich weit weg von John. Oh Gott, willst du keine Pizzasuppe? Was? Äh, nee, im Chat geht gerade die Diskussion rum um Pizzasuppe. Das ist so. Ich denke mir so, nein. Pizza muss auf Teig idealerweise in einer runden Form sein. Wo dürften wir gerade positionsbereinigt liegen? Ja, wahrscheinlich stand jetzt da, wo wir sind. Wobei die Frage ist, Thema Reifenwechsel. Wenn wir dadurch, dass wir jetzt quasi die Disconnect hatten, noch einen Reifenwechsel sparen, dann könnte das halt wieder deutlich anders aussehen. Also dann sind wir vielleicht sogar, stand jetzt auf 13 oder 12. Boah, der eine LMP hat gerade alle Pylonen umgerammt. Ja, moin. Nice. Weniger als 16 zu der Gruppe da vorne. Car on. Clear. Car on. Clear on the right. Pizzasuppe. Okay. Pizzasuppe gut. Okay. der mercedes von vorhin ist auch bald eingeholt auch schnitzer und der porsche der team 75 branche sieht echt der der uns weggelädert hat weiß es nicht weil ich weiß sie noch nicht mehr der hat hinten links ein euro paket bekommen aber hinten rechts nicht jetzt war nicht mit viel ananas war das der virtual motorsport porsche eventuell der hat zwar so ein bisschen grün hätte sogar mit dem bisschen grün gepasst ich bin da im moment mal afk julian das war bei dir eigentlich internet tot oder ja das ist ja noch verabschiedet außerdem nichts jetzt ein disconnect hatte ich als der die neustartzeit vom router sich nicht mehr nachts sondern auch einmal am tag war sonst hat es passiert sowas nie ich verstehe es nicht aber wieder ein mysterium echt abfang für dich ne so viele rocken getreten dann einfach so früh jetzt vorbei wahrscheinlich wollen wir einfach nochmal probieren die vier drei vier stündchen morgen ja ich weiß nicht irgendwie aber kevin hat gesagt er kann nicht und ja dritt ne wird einer von uns noch mit einer mit zu sechst achso bin der bei denen ne wenn ich geführt im top split no für das toppen team hat er ein disconnect oh gott ey das ist ehrlich woher klappt er ähnlich mit der anwärmung dann wie der muss jeden zentimeter mitnehmen das team was ich bei der sim expo bei uns in den simulator eingestiegen hat ist im top split auf p3 wie so denen da führer sims wort oder was ja das war übel komisch die sind da reingekommen und ich hatte gar keine ahnung wer es ist denkst du natürlich erstmal dass das irgendein team ist was einfach so rumfährt ne aber sind echt kranke leute dabei hier mit 9000 rating und so echt schnell sagt nicht dass pg-z motorsport auf platz 4 mit pablo ist ja what the fuck bei uns im split ist ja auch dieser kim da oder wie er heißt der typ von dem imser renner gestern ja ja der einfach auf dem apron überholt hat er auch zweiter geworden ist oder dritter was alles was ist mit dem gerson passiert ach da bist du ja mit wem mit dem vor mir ja 16 sekunden weg ja er hat ja irgendwie moment oder weg war keine ahnung da kann auch ein lmp ok wahrscheinlich gegen einen unfall ja aber nach normalerweise keinen sinn mehr ja 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 jt spinnt wieder richtig und aktuell p2 hast du all cars on also draw all cars ähm in i-racing ah ne mach mal oh re-replay dann dann geht das es schadet auf jeden fall nichts w aeros auf jeden fall r ein na r r r Vielen Dank. Ich bin auch noch mal unten. Jo. User left your channel. Mikrofon activated. Jo. Ah. Ja, da sind gerade echt viele, die viel Schaden haben. Star on your left. Clear on the left. Okay. Kann wir ab fünf Runden schaffen? Und vier nach der. Ich bin mal auf die Reifen gespannt. Jetzt bin ich auch für euch da. Ich will müssen gehen. Das ist ja nicht schon gesammelt. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen dann nachher. Fahr noch nie zwei bekommen bei der im Dreher von dem Porsche. Ja, aber seitdem du acht Korner kannst, ist das dann eigentlich recht gut. Ja. Ja. Mal erst mal reinkommen, ne? Mhm. So spontan. Also der Porsche fährt jetzt 45,1. Das waren die letzten Runden. 45,3. 45,2. Jetzt hat die Frage, lohnt sich das Sparen dann dahinter? User joined your channel. Ein bisschen pushen können wir denn vielleicht auch? Moin. Moin Luca. Jo. Krima. Wie, wie, wie sieht's aus? Läuft. Geh pushen. Auto läuft. Auto läuft. Äh, ist, ist was bei dem Kontakt am Anfang kaputt gegangen oder? Nö. Gut. War halt ein ganz leichter Ditcher nur, aber hat halt gereicht, um mich zu drehen. Ja. Und dann halt der Disconnect. Ja, richtig. Durch den Kontakt ist die Internetleitung kaputt gegangen. Ah, scheiße. Der ist über das WLAN-Kabel gefahren. Der Schlag am Lenkrad ging ins Kabel rein. Ne, äh, was soll ich ihn fragen? Ah ja, hatte ich am Stimplan irgendwas geändert? Ja. Nämlich? Ja, alles eins. Was sind nach vorne gezogen, also zwei. Okay. Ja. Also, ich hab ja, ich hab ja jetzt schon gegen, äh, dagegen angekämpft, mein Lenkrad jetzt noch oben zu bauen. Ähm. Wir haben schon Betten abgeschlossen und hattet eigentlich was. Ja, also. Meine Mutter und meine Freundin halten mich zurück, weil ich weiß, also ich müsste es eigentlich auch nicht tun, weil ich ganz genau weiß, dass ich irgendwas verkacken werde. Und dann, äh, stehe ich am Ende ohne Lenkrad da und kann es wieder zurück bauen. Mikrofon mutiert. Äh, aber... Ja. Lass ihn mal lieber. Wie ohne Lenkrad. Ja, dann baue ich die, äh, baue ich das alte ab, baue das andere wieder, wieder dran. Und dann merke ich so beim Zusammenbauen, okay, funktioniert nicht, irgendwas fehlt und dann muss ich das alte wieder aufbauen und dann lass ich's lieber gleich und mach's morgen nach dem Rennen. Ja. Hast du ein neues Lenkrad? Ich hab... Ja, heute ist meine Simocube angekommen. Ah, gratuliere. Ja, danke. Ich war komplett verwirrt, warum du jetzt dein Lenkrad aufbauen oder nicht aufbauen willst. Ja, genau. Und ich meine, ich hab auch, äh, schon dran gedacht, so können wir, können wir dem T300 nochmal schönen, schönen Abschied machen. Ja. Die letzten Runden richtig schön zelebrieren. Ja. Und dann eine Rente schicken, aber ich kann das Ding ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Kannst du nochmal richtig zum Rauchen bringen. Ja, also, äh, komische Geräusche macht's meistens so nach drei, vier Runden und dann geht das wieder. Ja, und dann zieht einfach richtig schön kaputt Glocken. Ja. Da freu ich mich drauf. Bravo, aber muss sagen, das Scheißding hab ich nicht einmal im Stich gelassen. 44,7 jetzt, Juncker. So ist gut unterwegs. Warte mal, ich bin vorher so um 0 oder 1 gefahren, also soll ich jetzt so mit 10 rechnen, ne? Hm, ich hab ein Bild reingesteckt in die Gruppe. Ah, ja. Ah, okay. Dann guck ich da gleich mal nach, weil ich denk mal, ich würd mal ein kleines Powernap machen. Ja, mach gleich auch. Ja, mach das. Also... Dann noch was? Eigentlich nicht. Geht's denn eigentlich voran? Wie sind die Zeiten von den Gegnern so? Ja. Die sind schlechter als unsere, sagen wir so. Ja, das stimmt. Also ziemlich immer das Gleiche. Wir holen grad nach vorne auf, kriegen gleich eine Chance ein bisschen Draft mitzunehmen. Nächstes Auto ist auch nicht so weit entfernt, ich glaub der Lambo hat kein Aero Upgrade bekommen. Ah, doch vorne ein bisschen die Motorhaube, oder? Ne, das ist die Lackierung. Und wie viele, also wie viele fahren überhaupt bei uns? Also wir sind die ZL 17er von wie vielen? Pfff. Ja. Gut, aktiv fahren 18 noch mit, würd ich sagen. Oh. Ja. Ja, gut. Geh'n noch die mit, die nicht mehr fahren, ne? Sind 24. Ja. Mal gucken, kriegen wir noch hin. Haben wir noch ein paar Minuten? Ja. Ja. 25. Also 24 fahren noch. Ja. Okay. Wer hat denn noch? 23? Ja, genau 758,8 Runden dafür Zeit. Ja. Ja, ich meine alles entspannt. Ja. Ich meine, wir haben, das ist das Positive bei dem Disconnect, wir haben frische Reifen direkt mitbekommen. Das ist gut, aber das hat natürlich so ein bisschen den Plan kaputt gemacht, oder? Das stimmt, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Warten wir einfach ab. Lassen wir uns auf uns zukommen. Ja. Alles klar. Dann komm ich, keine Ahnung, 18, 19 Uhr wieder. Jo. Haltet die Ohren steif, wer macht das? Ach, gutes Rennen, by the way, gestern Abend nochmal. Ja, das war der Wahnsinn. Der Kim ist auch wieder hier drin, dieser Komische da. Der führt hier, glaub ich, aber ist ungeweilt hier vorne. Hier, Giumming oder wer? Genau, Giumming, Kim. Der ist fährt bei DCC Racing. Vor allem das besser Freund. Ja. Die sind erst aktuell. Nein. Okay. Ja. Schaffen wir schon, wir haben noch viel Zeit. Jo. Also bis denne. Jo. Juuu. John ist immer noch gemutet, ne? Ja. Bin da. Ah, okay. Ah, fuck. Stark. Stark unterwegs. Ja. P14 an der Box. Eine schaffst du noch, ne? Eine packe ich noch, ja. P14 ist jetzt schon an der Box. Das heißt, zu P14 und 13 machst du auf jeden Fall, was das angeht, gut. Auto vor dir hat ein kleines Aero-Upgrade hinten rechts bekommen, also kannst du relativ früh vorbeiziehen. Und nächstes Auto davor wäre 6 Sekunden weg. Lässt dich auch direkt vorbei. Still there. Clear on the road. Ehrenmann. What? Ja, next car 7 seconds. Ich muss erstmal speedmäßig gleich meinen Pulli ausziehen. Alter. Dreck. Du hast mehr als genug Zeit beim Nachtanken. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Immerhin so schwitzer, ey. Ja, Reifen sind auch schon raus. Entschuldige mich für mein Transpirieren. Ja, ja. Reifen dürfen auch schon raus sein. Perfekt. Ja. Windchill T-Off ist on. Ganz wichtig. Oh, ist die Scheibe nicht sauber. Die geht eigentlich, aber mach mal mit. Doch. Ja. 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 der von mir? ja da ist der Achter ursprünglich ne die haben Fahrer gewechselt ne? ja der war irgendwo vorne mit dabei ja Chris Bunemeer das ist der Lambo der schnell nach vorne wollte werden die auch Reifen gewechselt haben schon oder? ich guck mal ob ich das seh ach zweistens ok weil die haben die Fahrer gewechselt Mikrofon muted und die haben Schaden vorne links vorhin zu auf jeden Fall hol dich auf auf jeden Fall hol dich auf ja ich guck grad in da wirklich erwartet dass ich ihn nur vorbeilässe ja ich guck haha ja 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 jetzt Niklas ich hab dir geantwortet ah ja wir sind jetzt 15, 20 Sekunden wieder hinter dem Alpine Eagle Mercedes jetzt im Jira Kammer deutlich aufgeholt es waren vorne irgendwie mal 25 Sekunden oder so ja deutlich mehr noch der Lambo vor dir hat auch ein Aero Upgrade ok sind alle krass in der Entwicklung ähm der Lambo davor hat nur ein bisschen die Motorhaube gekrümmt aber auch ein gutes Upgrade glaube ich ok also gut für uns glaube ich weit nach vorne gekommen jetzt kann das sein und warum ist bei uns bei uns hier die Abrisskante irgendwie ein bisschen anders oder ist es allgemein bei Audi 8 oder ist es allgemein bei Audi 8 ich glaube der vor uns ja aber ansonsten das Aero Upgrade aber da haben einige gewechselt ja nennen wir es doch mal als Insider so ne das ist äh das Aero Upgrade was ich bei dem einen Lambo meine und das hier ist das was ich beim anderen meine der hat halt nur Minimals Damage aber ja und das ist das Pace Car ey Kimi nicht mit deinem Herrchen an der Schnauze mein Bein kitzeln das ist höchst unangenehm Komme her Minihund Minihund hihi was geht was geht willst du bei Papa im Rick chillen willst du bei Papa im Rick chillen nee du hast doch was im Auge Schlaf aus den Augen reiben nee nicht futtern komm mach mal weg weine schön sehr gut hat es jetzt ein bisschen Zeit gekostet aber hey ja ey also ich guck mir jetzt die Zeiten von äh ja gut Chris hat Damage Chris Brune mehr ich guck mir die Zeiten mal von Birch an oh der fährt schon die ganze Zeit ne boah der Birch könnte hier eventuell den Triple gemacht haben durchaus mit den Reifen das kann sein ne das kann sein ne der Lambo zwei Plätze vor der könnte eventuell sogar ein Triple Stint wagen weil da ist noch der Startfahrer drin ok ok den hab ich aber auch jetzt schon gut aufgeholt mikrofon aktiviert absolut ein paar 18 Sekunden oder irgendwas von mir absolut Zeiten sind super wundert mich mikrofon muted mikrofon activated mich nicht mikrofon muted die führenden Autos fahren halt echt 34 Runden das haben sie jetzt glaube ich zum zweiten Mal durchgezogen oder waren sie jetzt sogar 35 in diesem Run Lass mich herrsch colocar dann dich nach unten in der Flache komm Kimi bring mir irgendein Spielzeug Los, Mini-Hund. Moin, Bastim. So, ich nehme mir mal gerade den Moment und bedanke mich bei euch allen für den Giga-Support hier. Hat angefangen mit Jaco, der vor drei Stunden reingestellt hat. Lil Coby vor drei Stunden in den dritten Monat rein. Zip, zip er im fünften. Auf Ehre. Vielen, vielen Dank. Induced im fünften Mid-Prime. Viel Erfolg, gerade beim neuesten F1-Video zum Stream gekommen. Ehre. Gut, dass es so geklappt hat mit dem Cross-Pro-Wording. Geil. Ab jetzt immer so. Ich habe übrigens ein, zwei Sachen geplant, die sind unfassbar lustig. Ich finde sie zumindest sehr lustig. Mal gucken, wie sie ankommen werden. Für so einen Spieler am Anfang. Kaya, vielen Dank für den Tier-3-Sub in den siebzehnten jetzt schon, Alter. Digi. Ehre. Vielen, vielen Dank Colt für die 131-Bits. Eko für den zweiten Monat mit Prime. Moin. Moin. Dark Luke, vielen Dank für den sechsten Monat. DJ Psychonics für den vierzehnten Monat. Descube für die 190-Bits. Anuta Playkind, vielen Dank für den vierten mit Prime. Präse für den siebzehnten. Der Tobi für den siebten. Colin Gembris für den Sub. Zip Zimmer für zwei Gift-Subs. Chris für den Sub. PRL Whisket für den zweiten mit Prime. Tex, VVV Tex, vielen Dank dir für den zweiten. Wünsche euch viel Erfolg bei dem Rennen. Joa, also aktuell geht es gut nach vorne. Wir sind wieder auf P15. Und jetzt können wir ein bisschen Fuel saven sogar. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Plodi für 1114-Bits. Schade, dass es keine Klappflügel gibt. Oh Gott, oh Gott. Bitte keine Klappflügel. Shadow Ghostie, vielen Dank für den Prime. Siebten für den siebten. Viel Glück heute. Merci, mein Lieber. Vielen Dank Psycho-Medic für den zehnten mit Prime. Black RNG-Sus. Geiler Name. Vielen Dank dir für den Prime-Sub. Don Hawk für den sechzehnten mit Prime. Cactus für den achten mit Prime. Auf geht's in 24 erfolgreiche Stunden. Dave ist quick. Dobby, vielen Dank für den zehnten mit Prime. Hulapalu, vielen Dank dir für den siebten mit Prime. Good luck, Dave. Merci, mein Lieber. Ehre. Ja, wir kommen gut ran. Wir kommen nach und nach ran. Stevia Café für den 23. Ehre. Vielen Dank Toast Michael für den 18. Mit Prime. Moin Moin. Auf einen weiteren Monat. Euch viel Erfolg und Spaß. Vielen Dank Peranko für den Prime-Sub. Kuhi für den 20. Ja, Moin Dave. Robin für den zweiten mit Prime. TXMWB für den dritten mit Prime. Nois. Flodidan für den vierten Monat. Ehre. Expo für den 21. Hello there, fellas. Viel Glück euch. Ich hoffe, es läuft einigermaßen gut. Jo, merci. Bis auf einen kleinen Internet-Cut. Passiert halt. Ist halt Internet, ne? Äh, wir sind auch in Deutschland, ne? Was wäre Deutschland ohne Internet-Probleme? Ne, passt eigentlich alles super. Vielen Dank Formula-Lena nochmal für den Raid. Merci, mein Lieber. Äh. Meine Liebe. So. Merci, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Yannick. Ich war schon in den Gedanken eins weiter für den Gift-Sub. So. Jetzt. Vielen Dank, GT-Rufus für den Gift-Sub. Vielen Dank, Cranky, für den vierten mit Prime. Viel Glück euch allen. Merci, mein Lieber. So ein Fettsack im 28. Lecker Pizzasuppe. Am besten mit viel Ananas. Ne. Einfach nein. Einfach nein. Emission 1, vielen Dank für den vierten mit Prime. Toadsworth, vielen Dank für den 18. mit Prime. Und Big Bang Puff für den 16. Monat. Wupp, wupp. Und Sau-Stall, vielen Dank für den Prime-Sub. Habt ihr. Ehre, Leute. Vielen, vielen Dank für den fettesten Support. Oder was ist denn das? Du hast jetzt ein kleines Kuddelmuddel. Du kannst vielleicht an dem Lambo direkt vor dir vorbei. Und dich zwischen den beiden einordnen. Ich gucke mal nach der Pace von dem Lambo davor. Ja, der fährt mit 45.3. Oder du kannst auch auf Nummer sicher gehen, wenn du magst. Okay, die Team nicht, weil der andere Lambo hätte den einfach schieben können. Dann wären die noch durchgekommen beide. Clear. Okay, nice. Nächstes Auto ist... Ich schau erstmal, was jetzt die Situation macht. Äh, daraus entsteht. Jo. Nächstes Auto ist 12.6 weg. Ist der Mercedes. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Auch der Mercedes hat ein Aero-Upgrade bekommen. Also da dürftest du ganz gut rankommen. Jo. Ich finde übrigens die Formulierung einer Aero-Upgrade bekommen für Damage eigentlich echt lustig. Also eigentlich, ja. Ich finde es schon funny. Okay, die hatten keine Lust auf mich. Warte doch, da ist man mal. Mikrofon activated. Also stand jetzt machst du 3,4 Zehntel zum Mercedes pro Runde gut. Okay, do, okay. Jo. Ich werde mich gleich vielleicht sogar mal eine Runde in die Simbe geben. Weil... Könnte sein, dass ich jetzt einen Ticken früher ansetzen muss, ne? Fast so gut wie der hat sich eine Wurst geholt, ja. Für jemanden, der auf dem Wurstkopf drüber fährt. Auch super Formulierung. Fahre ansonsten irgendwelche bekannten Fahrer mit, die man kennt. In unserem Split ist Luki Lur. Lukas Lur. Ja, ansonsten im Top-Split halt Max Verstappen. Keine Ahnung, äh, wie es bei denen läuft. Oh, hinter uns gab es sogar einen Platztausch. Krass. Heftig. Hey, Mini-Hund. Mini-Hund. Du willst auch noch ein bisschen spielen, bevor ich jetzt fahre, ne? Soll ich mit dir spielen? Die Kaltverformung. Den Max-Team hat ein Zweifahrer-Stromausfall. Das, äh, ja, ist natürlich, äh, schön. Nennen wir es schön. So, 45, 3, 4, 5. 45, 4, 9, 9. Sehr schön. So, jetzt mach so eine 45, 7 mal. Mercedes. Alter, der Jinx ist ja mal real, Alter. Was geht jetzt ab? Der Jinx ist real. Wie geil. Wollen wir mal, haben wir einen Ferrari noch irgendwo vor uns? Oh, der BMW ist so weit zurückgefallen. Krass. Heftig. Nee, ich glaube, mit Fefe fährt hier keiner gerade. Krass. Boah, die 46, also... Der Mercedes vor dir trippelt, der hat gerade die Bus Stop versemmelt und hat da zwei Sekunden liegen lassen. Okay. Ach, der ist jetzt gerade auf seinen Triple. Genau, das dürfte jetzt sein dritter Stint sein. Also entweder er fährt vier am Stück und zwei, zwei macht er oder es ist ein Triple Stint. Okay. Mikrofon Muted. Mikrofon Muted. Was ist denn der? Neben dir. Ach, komm, fahrt auch. Mikrofon Muted. Ja, der war kurz auf dem Gras. Mikrofon Muted. Tim. Oh, du konntest gerade auch als Spotter einspringen eigentlich. Weil, in der Alfa des Gefechts konnte ich meinen Crew Chief nicht anmachen. Ich war gerade one of the Spotter. Und wir rein. Äh, Julian, du hast übernommen? Oder? Ich mach das, ja. Okay, Copy. Mikrofon Muted. Tim, vielen Dank für die 100 Bits. Bin jetzt zum Essen weg, machst du alle frisch, mein Lieber. Ehre. Vielen, vielen Dank. Mikrofon Muted. Mikrofon Muted. Alter. Alter. Das war knapp. Ich bin doch... Der LMP hat jetzt mächtig Zeit gekostet, der einer. Der nicht überholen wollte. Ja, 45,7. Das ist auf jeden Fall ein statistischer Ausreißer jetzt gerade. So, Leute, ich lasse euch mal mit den... Ich weiß, wie man bummed wirftet. Und gebummt wirftet wird. Lass euch mal mit den TV-Bildern gerade kurz alleine. Ich fahre jetzt mal wirklich so zwei, drei Runden Practice. Und... LMP kommt wieder. Ja. Ja, bin... Also, ich probiere einfach mal immer wieder eine Runde zu fahren, um einfach warm zu bleiben. Also, ich bin mal kurz an meinem anderen PC und fahre da ein, zwei Runden mit dem Audi. Bis gleich. Da kommt auch noch. Ja. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Leon. Leon. Herr, ich habe jetzt noch ein bisschen Luft nach hinten. Ja. Jetzt À nächster LMP kommt nach 80 Sekunden, 80 Sekunden Abstand sowohl. Das war das Beste, dass ich die beiden da hinter mir überholt habe. Ja, die werden echt langsamer. Die sind am Average auch ziemlich langsamer. Also Pace-technisch bist du gerade so schnell wie die vorne. Wirklich? Ja, die haben... Das Average sagt mir, dass sie genauso schnell sind wie du. Wie fahren die denn? D1 hat auf jeden Fall Fahrerwechsel gemacht. Irgendwie kommt hinter dir. Ja. Das Schnellste ist aktuell P2 mit einem Average schon 44,2 und du bist bei 44,8. Okay. Jetzt werden die Zeiten auch wieder ein wenig schneller. Ja. Ja, der Typ pusht auch extrem. Er hat auch ein bisschen Windschatten vom Vierenden. Deswegen. Okay. Aber hinter dir kommt der große Armada an LMPs. Ja. 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 Ja, der hat gerade Fehlinformationen durchgegeben. Alles gut. Fake News. Da war das ganze... Da war das ganze... Er wird halt sofort deswegen... Schmutz. Ah, der bleibt dahinter. Vielen Dank. Und nächster LMP kommt. Dann sind da gleich hinter dir zwei. Wir sollten aber einfach easy vorbeigehen. Your first victory since the 2009 Belgian Grand Prix. Tell us about your emotions at this time. Not much, really. So, auch wieder da. Grüße. Seiten sehen top aus. Vorne ziehen sich da die meisten. Grüße. 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 Nach kurz weg. und so guckst du dann eben bisschen bei dem weil ich hab den gerade ganz ein bisschen gespottet die reifen erstmal rausnehmen also gerade fühlen sie sich echt noch gut an ja ja wie gesagt wenn du jetzt 15 prozent circa wieder nur verbrauchst dann schaffst du auf jeden fall noch einen das meint ja du kannst bis 30 prozent runterfahren ja genau dann nehme ich es erstmal aus kann man ja trotzdem noch entscheiden ja ja glaube ich auch gerade fühlt sich echt top an ich tue mein bestes ja lmp außen mikrofon muted ah ja ich war kurz gemutet sorry ja ich bin noch ein paar runden als vorbereitung gefahren ihr lieben damit ich halt gucken kann auch wo wir so grob dass ich mich auch grob vorbereite falls ich jetzt auch noch mal zum einsatz kommen sollte aktuell bin ich aber guter dinge dass john hier noch einen weiteren stint fährt und dass wir die reifen auch dementsprechend länger halt ziehen können das sieht eigentlich ganz gut aus und danke für die hinweise leute ja ich habe halt quasi direkt neben dran ich kann man eventuell ein foto davon machen und das zeigen ja keine ahnung foto muss ich jetzt nicht unbedingt machen ich habe am tisch auf jeden fall doch mal was zu trinken bereitstellen sollen aber csl.de brandy ganz leicht machen du hast eine minute zeit dann dann können wir aber wenigstens direkt wieder einspringen ja ja ich habe dann mein csl dd aufgebaut am lenkrad 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 an am lenkrad 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 am bevor es dann planmäßig zu meinen Stints geht. Weil jetzt haben wir überlegt, vielleicht machen wir einen Stint weniger so. Aber ja, gucken wir einfach mal. Geht auf jeden Fall. Kann man bei dir in die Crew von Forza Horizon 5? Selbstverständlich. Bumble hat dir gerade geteilt, wie der Club heißt. Einfach rein. Einladungen werden immer gerne gesehen, gerne angenommen. Für die Leute, die jetzt auf YouTube zuschauen und sagen, ey, ich spiele auch Forza Horizon 5. Los Davidos Gamingos. Oder Kürzel, also in Klammern, Dave. Alles groß geschrieben. Falls ihr euch fragt, was ich jetzt gerade hier mit meiner linken Hand mache. Ich habe ein Stück Käse für Hunde in der Hand. Und lasst Kimi gerade daran knabbern. Für ihn natürlich auch nochmal eine besondere Situation, wo er mal ein bisschen weniger Beachtung bekommt als sonst am Tag. 4 Sekunden nach vorne nur noch. Das ist ja mega gut. Das ist brillant. 9,7 Runden. Das heißt, er kann noch eine Runde noch extra ausholen gleich. Crazy. 2 LMP hinter dir. 2 LMP hinter dir. Käse für Hunde. Käse für Hunde. Sogar Kimi mag Käse. Wie sieht das Fennekes aus? Okay. Absolute Noob-Aussage. Ich weiß leider nicht mehr genau, was Fennekes ist. Mikrofon activated. Mikrofon activated. Ich glaube, du hast jetzt noch ein bisschen weniger als neun Runden an Sprit, oder? Ja. Ja. Okay. Dann kannst du gleich hinter dem Mercedes wahrscheinlich nochmal die 0,3 Runden sparen und dann... Ja, entweder weiter dahinter bleiben oder deiner Wege gehen. Ja. Mikrofon muted. Kimi? Boah, das knackt aber auch immer so mit dem Käse. Mach mir immer Sorgen, dass er eventuell seine Zähne beschädigt, aber... Er hat einfach nur ein Stück abgeknabbert, abgebissen. Nice. Da ist der Mercedes. Ja, Mann. Und da vorne ist noch ein Audi. Den können wir auch reinholen direkt. Let's go. Ah, ja, stupid. Ah, ja, stupid. Let's get it started. Boys and girls and boys and girls. So, der... Pff. Pff. Was ist mit ihm los? Okay, er macht safe... Der macht nie und nimmer jetzt den dritten Stint auf dem selben Reifen, oder? Das glaube ich nicht. Ich verstehe nicht, warum der Sanchez nicht einfach ihn pusht. Die Runden... Also entweder die Leute haben schon einen Boxenstopp gemacht, oder die sind halt einfach arg schnell gerade. Der McLaren ist ja mitten in der Führungsgruppe jetzt. Huch, der Elferwagen ist zurückgefallen. Überraschend. Hat er da Marsch. Auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Auf den zweiten auch nicht. Ja, dann. Jupp. Jan LMP. 08. meistens wahrscheinlich jetzt in einer stunde etwa noch einer direkt und dann ja so zwei drei stunden später noch mal also in einer stunde fahr ich etwa drei stunden und sind und dann fahr ich dann mache ich zwei stunden pause dann gibt es wahrscheinlich wieder zwei stunden stets mit mir leg dich hin wenn dir den käse einfach chillen wie schaut es nach dem technischen aussätze aus sehr gut wir kommen wieder ganz gut durchs feld also wir schließen jetzt gerade zu dem mercedes auf der ein bisschen damage hat wir haben kein damage das ist das wichtigste kam in die hand ready fight ne unser auto hat keine euro update das war unsere schöne formulierung hier wieder LMP unter einer sekunde wieder LMP unter einer sekunde noch einer der wir jetzt durch Sollte unser reifenabrieb tatsächlich bei ungefähr 15 prozent pro stint liegen dann könnten wir im prinzip doch auch in der nacht ein bisschen mehr sogar als vier machen oder am stück was mehr als quattro stünden könnte möglich sein weil der nacht geht der abrieb ja noch mal runter werden wir noch mal später sehen denke ich ja so gucke ich mal ganz kurz wir sind ja jetzt kurz vor start ziel ja die lücke nach hinten schließt sich so ein bisschen also aktuell in richtung p1 wird halt schwierig da holen wir aktuell nicht auf sind das geschwister könnte sein wobei kim ist ja 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 kim ist in äh ich schätze sind koreaner oder ok asia wird hier allgemein als region zusammengefasst oder oder ist es konkreter noch die durch die wir haben da auch noch boah park ist ja auch ein name der in korea sehr gängig ist verpasst ich nicht sind die besten was haben wir hier verpasst da ist ein lmp abgeflogen oh du bist ja schon ein mc ist dran ja ihr seht ihn gerade so nicht moment blimp da ist er ja ja dein durchschnitt ist auch echt anders also der durchschnitt ist also du bist aktuell average 7 zehntel schneller ok deine letzte runde war auch fast eine sekunde schneller als seine letzte halt wird aber auch immer hart sparen sehe ich ja der 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 ist safe übel ich bin ja auch vor allem in dem gefahren der hat schon vor der starte die linie kupplung gezogen mikrofon aktiviert mir fehlt nicht mehr viel oder bis dann habe ich jetzt schon spürt die runde noch voll zu kriegen ja du bist bei 4 8 jetzt ja 0 2 0 3 runden brauchst du auch dann bleib mal dahinter bisschen mehr als ein liter alter ist der langsam wer hat die kupplung deswegen ALTA dass ich im ersten gang muss mal wie langsam da ist wenn das wirklich komplett auffällt dann fahr vorbei ja das ist das ding ich fahre ja auch gerne ein bisschen safe also probiere oder ich sag mal so ein bisschen teilweise mache ich auch gerne liften coast einfach so aber das wie er es macht es halt viel zu übertrieben finde ich weil er hat ja keinen windschatten ihm bringt das gerade gar nichts würde ich jetzt mal behaupten ähm ja also wenn du der ist langsam beschädigt und spart wie ihre spürt ich glaube nicht dass ich ihn mit dem fahren du bist du die runde drin hast vielleicht dann geht vorbei mit dem durch ja 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 also das habe ich auch in der imser woche gemerkt ähm im prinzip hinterher fahr wenn jemand hinterher fährt musst du extrem aufpassen wenn du selbst liften coast machst weil die person dahinter rechnet vielleicht nicht damit und dann kann es echt gefährlich werden und ähm ja dann ja wunderbar jetzt fast schon eine sekunde verloren wegen ok dann schaut es echt übel aus gucken wir mal also bis bei 3,8 jetzt genau bei der linie mach ein bisschen mehr lift und coast dann passt das ok kommt also für mich wäre das optimum wenn jemand ähm bei mir quasi die dreien vor meiner nase rumfährt wie äh der mercedes so dass wir im prinzip dieselbe pace haben und ich halt einfach perfekt sprit sparen kann so dass wir auch vielleicht 32 runden oder sowas kommen das wird optimal vielen dank fabi lato bei der wei für den sechsten servus dave und chat jahres gaming für den sechzehnten viel glück euch merci und ice lordy für den sechsten dass die leute ja ok sie sind koreaner danke danke schaffi die 27 ist die aktuelle zahl vom alter aber er hat eine sekunde verloren aber er ist bei einer 45,3 eine sache die ich auf jeden fall umstellen werde das sage ich jetzt schon mal damit ihr nicht verwirrt seid oben dieses delta gibt ja immer an wie ich im vergleich zu meiner besten runde stehe sorry dass ich drüber gequatscht habe der lorenz vielen dank für den sechsten aloha dave moin moin ehre ähm dass ihr nicht verwirrt seid später das delta oben werde ich nicht so einrichten dass es den abstand zu meiner besten runde anzeigt das wird das delta im cockpit also im lenk also hier im dashboard zeigen moment cockpit da wo unter der rpm delta 40 minuten quasi oder 40 sekunden keine ahnung auf jeden fall da wo das hier wo die maus jetzt ist das wird quasi der abstand zu meiner besten runde sein ich werde oben äh den abstand zu meiner letzten runde machen das heißt die zahlen werden unterschiedlich sein ähm weil mich das weniger irritiert hat habe ich gemerkt weil du ähm irgendwann an einen punkt kommst vielleicht wo im in der mitte des stins dein auto gegebenenfalls ein bisschen ja wo dein auto ein bisschen in den kurven unruhig wird aber auf den geraden wirst du schneller und ihr könnt euch ja vorstellen wenn du in den kurven sagen wir mal zwei zehntel verlierst oder sagen wir eine zehntel verlierst auf der geraden holst du eine halbe zehntel wieder oder so ähm das verwirrt dich dann auf dauer schon ein bisschen und äh damit es einfach eine bessere referenz ist das mache ich quasi immer die letzte runde an auch weil du jetzt nicht so unter druck gerätst quasi wenn du weil am anfang nach den ersten drei vier runden kommt ein leichter drop bei den zeiten anscheinend noch zwei lmp damit man halt nicht so ein damit man halt nicht so ein gefühl hat hey äh das auto oh der dahinter ist ja die lmp's ach sind die irre Alter hast du dir das nicht da hinten gemacht hat? der wollte außen rum in der basse ich zeig's euch oh bei mir Rück? ne alles gut ok noch ein lmp ja was soll man dazu sagen ne? bei mir ist er 1.9 ja ne aber das ist halt äh das wo ich sagen würde hilft mir auf jeden fall weiter diese referenz ja wir sind aber auch echt gut wieder nach vorne gekommen also p8 nach dem disconnect ist echt ordentlich kann sein dass der stream mit maximal 360 per angeboten wird falls das bei dir guckt äh wieviel er auf der ziellinie hatte bei den zwei runden schafft falls es bei dir gerade so ist ich hab nur auf äh ich hab gesehen 1.9 runden falls es bei dir so ist dann äh über ein streamer neu über ein streamer neu so riskierer weiß nicht johnny aber schon gut ich muss halt echt saven dann muss halt echt saven dann 4.7 lass jetzt mal du brauchst 4.3 oder so 4.4 ne hier 3 das wäre noch sind 4 hier 1 kommst du auch safe durch 1 0 reicht nicht oder ne ich glaub nicht ich geh rein hab die reifen ausgemacht er hat geklappt aus sehr wein geworden das risiko brauchen wir glaube ich nicht der lorenz danke für den gift sub du möchtest du möchtest du möchtest du möchtest du möchtest du möchtest mikrofon aktiviert ja wir müssen bei 0.9 ein paar kass sind 59 für ja fahr noch ein jup 53% sieht gut aus ja musst du hinten nachher ein bisschen aufpassen naja jetzt hab ich dringend vergessen scheiß drauf brauchst du nicht du hast genug Reserven 15 Minuten hätte Reserven bist du leichter unterwegs als ohne Trink genau spar ein bisschen Speichel ne aber sehr guter Stint bisher ja sauber sehr konstant Ings hast du auch ein bisschen drosseln können das ist gut ja ja wie Ings sorry da Monster bist auch bereit gleich ja sicher ich fahr jetzt gleich nochmal ein Rennen hier nachfährt Dave ja ach Dave hat erst genau und bin ich so gegen kurz vor 9 glaube ich dran pkp vielleicht auch eine Stunde eher ich weiß ja nicht ob wir dann schon vierfach stinten können da ist Dave ja ein Reifenflüsterer Mikrofon ich hoffs ich hoffs wir hatten wir hatten hier vor 73% auf den Reifen oder 69% ja vorne 73% und hinten 69% ja Dave fährt der M12 der ist Reifenflüsterern gewöhnt ja da reicht es aber auch nur keine Lockups zu haben und dann passt es Auto vor dir ist jetzt 7 Sekunden weg du hast direkt hinter dir ein LMP ich guck mir gleich mal die Zeiten an oder ob es ein neuer Fahrer ist oder so ja das sind ein paar neue Fahrer mäßig Francesco La Manna war vor uns ursprünglich der ist jetzt 10 Sekunden hinter uns die werden Reifen genommen haben denke ich ja also Fahrer vor dir ist komplett neu ins Cockpit rein der ist jetzt eine 44.9 als erste Zeit gefahren mit frischen Reifen vermutlich ja ok ok das war das Auto was unfassbar schnell war vorhin noch ja aber das da zeigt sich gerade auch Jonas Wiese entweder hat ein bisschen Damage er muss noch reinkommen oder die Pace ist nicht ganz da wo Tom Edmonds ist mit der Pace aber das meinte ich vorhin das ist halt nicht nur ein Rennen wo halt ein Fahrer fährt und schnell fahren muss sondern im Idealfall müssen viele Fahrer viele schnelle Stints fahren das ist wichtig so gucken wir mal ob irgendjemand vor uns so ein paar Aero Upgrades bekommen hat im Laufe des Rennens gucken wir mal bei Rearchase dass wir mal ein etwas weiteres Field of View haben dass es auch ein bisschen schöner aussieht hier und nicht so ans Auto ran gesoomt ist so er hier hat ein vernünftig aussehendes Auto noch das ist unangenehm ok das ist irgendwie irgendwie geil was er da vorne am Stoßfänger für ein Design hat nicht schick ansonsten die weiter vorne haben wahrscheinlich gar keinen Damage ne ne warte mal gibt es zwei Demon Tweaks Autos oder dann ist der noch nicht an der Box gewesen oder oh er hat aber minimalsten Damage ja da erinnere ich mich nämlich noch dran ach lol ok vor dem Stopp wären wir also jetzt in den also wenn wir jetzt noch nicht hätten stoppen müssen wären wir in der Top 5 auch kein Damage auch noch nix auch noch nix ja also bis jetzt fährt das koreanische Team wobei die Frage auch ist ist es voll koreanisch I don't know aber ich sag mal das koreanische Team das fährt da gut vorne weg so ja genau hier there we go Wiese war es Wiese den ich vorhin angesprochen hatte oder irgendjemand anderes auf jeden Fall jetzt mit der 44 3 deutlich besserer Einstand als eben ich glaube eben waren wir bei 45ern ja 45 0 45 5 also wir runden schon welche ok was macht WS Racing so keine Ahnung sind die bei uns im Split sind die bei uns im Split ok warte mal ich guck mal was der der Sanchez gerade fährt boah ne 57 0 ok es ist aber auch gerade die erste Runde gewesen mikrofon 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 das äh ja eine 45 4 da sind wir glaube ich deutlich schneller oder 45 3 ja gut noch einer ja die Warum hat das pinke Team nichts pinkes am Auto? Oder ist es... Ne, das ist auch nicht pink. Okay, also Simsport 2, RD Simsport 2 ist auf jeden Fall ganz gut dabei. Eigentlich nicht bewusst den Wortwitz gemacht, aber hey, hat gepasst. Oder den Reim. So, komm mal her, Mini-Hund. Na, es ist Mini-Hund. Let's go. Seht ihr das auch so ein bisschen? Komm, Gibi. Was? Das Phoenix Racing Design ist einfach klasse. Ja, ha. Okay, ich finde, es stand gerade in der Box, nicht mal was da passiert ist. Die wechseln Reifen. So, ich weiß auch, war echt zu weit zurück im Gefallene. Das sehe ich auch sehr lange nichts von. Wie altzeiten, den dicken Netcode. Äh, Netcode. Was labere ich hier? Äh, Disconnect. Mikrofon aktiviert. I am stupid. I am stupid. Mehrere LMP hinter dir. Und der Fahrer vor dir ist spürbar langsamer. Der fährt, äh, 45 hoch. Okay. Wow! Was war das denn? Leute? Was ist er denn? Ich kann mir das nicht mehr angucken, das ist in der Replay weg. Ich kann es mir angucken. Er ist einfach stur auf der Linie geblieben. Der ist einfach auf den Apron gefahren, um dich zu überrunden. Aber warum? Mal bei dir im Stream. Äh. Ich gehe dann nochmal durch die Szene. Der ist die Beschädigung. Weiterfahren, Box. What the fuck? Leute. Ich, äh, in die... Ja, Box. Das ist ja... Automatisch. Ja, ja, ja. Also die LMPs haben auch echt nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder? Der ist mir einfach hinten rein. Ne, er wollte... Auf unten vor... Er wollte innen vorbei. Er wollte wieder innen vorbei. Ja, was ist? Da ist doch gar kein Platz. Ja, das ist das Problem, wenn jemand... Das ist das Problem, wenn jemand noch nie anscheinend mit dem LMP hier überrundet hat. Oh, nein, ey. Rennen vorbei. Da sind wir gleich zehn Runden zurück. Das ist das letzte Auto von denen. Der ist sechs Runden zurück, Alter. Also kann doch nicht reporten, ganz ehrlich. Sechs Runden zurück. Sicherlich. Und er fährt vor allem nicht mal seinen ersten Stint. Sechs Runden zurück. Ist doch ein Clown, ey. Wow. Das war ganz ehrlich. Also reporten, auf jeden Fall reporten. Kann man morgen erst machen. Eine halbe Stunde nach dem Rennen. Ja, ich hab's noch nie gemacht. Noch nicht gebraucht, aber das... Also, ähm... Wow. Klar ist da ein Netcode bei, aber, äh... Was willst du denn unten überholen? Was macht er da? Ja. Du bist komplett unten. Das ist doch ungeschriebenes... Ich war komplett verwundert, weil ich einfach gedacht hab, er zieht jetzt gleich nach oben. So wie jeder LMP immer. Wie jeder normale Mensch. Ja. Also kurz zur Erklärung für alle, ähm... Eigentlich überholen LMPs außen. Das ist auch kein großer, großes Ding. Und eigentlich als LMP, der sechs Runden zurückliegt, das ist auch nicht so eilig, diese 0,01 Sekunden, die du vielleicht da unten sparst, äh... Die auch zu holen. Außerdem ist es nach Sporting Code komplett verboten, auf den LMPs zu beholen. Ja. Nice. Dafür werden Leute ausgeschlossen, wenn sie das auf Start und Ziel machen. Und runterziehen. Ja. Dann, äh... Kann er sich schon mal auf den Urlaub freuen. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. No, Michael. No, Michael. That was so not for it. Ja, machst du nix. Schade, wir waren auf einem guten Weg nach vorne wieder, ne? Top 10 war es schon wieder. Ja. Boah, das tut echt weh, ey. Oh, wow. Ekel, ey. Wie kann man nur... Alexander Ho, was für ein... Was für ein... Bongo, ey. Warte, den kenne ich irgendwoher. Der Name sagt mir was. Ich weiß nicht, was ist ein Positiven, oder? Was? Ein Holzkoppel, das waren sie nicht. Ja. Schade. Aber schauen wir mal, wie weit das Auto noch repariert wird. Vielleicht ist es ja einigermaßen genießbar noch. Ja. Der ist ja jetzt alles noch hinterher. Aber wie ist es mittlerweile, werden Autos nicht komplett repariert? Ich meine, das habe ich schon mal gehört, ja. Was willst du, wenn du 15 Minuten jetzt in der Box gehst, da wirst du... Du bist 10 Runden zurück. Den kannst du immer 10 Runden zurück machen. Uff. Nix, hinterher fahren. Und es ist das nächste, dann läuft es schon, oder? Ja, 17 Uhr. Ist gerade gestartet. Scheiße. Das ist echt unglaublich. Jetzt mal ganz selb, wie kann man so bescheuert sein? Ja. 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 User left your channel. gerade war ich richtig in den Rhythmus drin ja du hast einen guten Job abgeliefert sah alles super aus bei Luca eigentlich auch wecken sonst schlafen wir uns im Sack das ist doch mehr als vermeidbar gewesen äh gehst du dann direkt rein ziehen wir wieder vor oder wie machen wir das ich könnte auch reingehen wollen wir jetzt weiter fahren ja lass doch erstmal noch fahren wir können zumindest mal schauen wie das Auto sich anfühlt ja das wird sich nicht schlecht anfühlen aber ja das wird wahrscheinlich komplett repariert sein zum Glück aber Chris wenn du magst können wir auch unsere Triples tauschen ähm ich glaub du kannst das besser beurteilen dann nochmal ob das Auto irgendwas noch taugt oder so keine Ahnung ob wir jetzt safe weiter fahren wollen oder was genau der Plan ist ich würd sagen wir fahren erstmal ein bisschen weiter ja wir sind noch früh am Tag wir haben eh nix anderes vor oder ja also können wir noch mal gucken ob das Auto geht wenn das Auto ja noch geht mein Gott könnte noch Insel fahren ja im Feld rumfahren im Feld rumfahren habe ich keinen dafür setze ich mich nicht 24 Stunden am PC und mach nix ja mal gucken vielleicht kriegen wir ja noch ein zwei Teams oder so eingeholt ja wobei selbst das hinterste von denen was da fährt fährt irgendwie 44 hoch jetzt schon zwei Runden hinter denen vor uns und vier Runden hinter den ersten ja dafür dass wir so lange auf unsere Aero Upgrades gewartet haben haben wir jetzt ein ziemlich großes bekommen ja eine Minute kannst du ja mal lassen da kannst du immer ein bisschen was reparieren lassen beim Reifen wechseln das bleibt mich schon hart ja ich weiß genau wir hätten jetzt nicht ein bisschen runter reparieren lassen können und dann losfahren weil die Karawandekrücke gewesen ja hey da wurde ein bisschen was ausgestanzt ausgeboilt wenn ich mich nicht irre werden mittlerweile bei Reparaturen alles repariert hat das nicht letztens noch einer gesagt? ja ich weiß aber nicht auf welche Autos es sich beziehen kann sein dass es auch nur LMP1 und LMP2 und Formel 1 Autos und sowas holen vom LMP1 Auto wenn da der Reifen lässt es ab ja das kann toasted sein wie lange hast du jetzt noch? 8 Minuten 23 also willst du dich reinsetzen? ja Dave ich kann auch gerne übernehmen die Optionals laufen glaube ich immer weiter wenn jemand rein sitzt mir ist egal ich kann rein jo ich dann gehe ich raus und jemand geht rein oder wir bleiben bei dem Stimplan dann dann ja und dann gehe ich gleich rein ja dann gehe ich nach dir rein ja am besten jetzt rein weil ich weiß nicht ob die Optionals weiter runter laufen wenn jemand rein sitzt jo 57 habe ich jetzt gehabt ne ich hab grad nicht aufgepasst wie viel noch ok so Dave Aufgabe schon mal 5 Runden wieder zu fahren ja also ich guck mal wenn ich jetzt jemanden finde bei dem ich Sprit sparen kann Kimi komm ab ins Bett los dann äh ja ja versuche ich mal so einen 32 Runden Stint oder so zu machen wenn nicht dann push ich einfach ja ja dann schauen wir jetzt erstmal ob die Karre komplett repariert wird weil ansonsten ist es sowieso vorbei die Karre lief grad 2.45 Top Speed hm ja da vorne sieht er schon mal wieder ganz gut aus gegen Mazda Cup hätten wir ne gute Chance es stimmt ja also ich weiß nicht ich bin ja eh ein Fan von wenn du quasi ein einsames Rennen fährst dann probiere auch wenigstens den Leuten nicht so wirklich im Weg zu stehen dann halt sowas unüberlegt ist ist halt ein bisschen schade ja völlig völlig unnötig ja naja komm fahren wir noch ein bisschen ja was ich schittert oder noch passieren abgeräumt wurden wir schon in der ersten Runde net call und disconnect hatten wir komplett jetzt von LMP abgeräumt ach scheiße äh und jedes Mal wieder ein bisschen vorgefahren jetzt stell dir vor in der letzten Runde keinem Safety Car wir haben frische Reifen die anderen nicht ich möchte auf nichts reales anspielen falls es jemand denkt also soll ich bei so 50 Sekunden Rest Reparaturzeit oder so rausfahren dann? ne lass es am besten ganz runter laufen ne ja dann mach den Brand der Dorn nicht hat immer gezeigt dass in den letzten paar Sekunden doch nochmal einiges gerichtet wird ok nichts lieber als das so so sorry Mama ich muss grad das Handy um ja wobei ich geh kurz ran ich hab ja noch Zeit ja also das Handy ist unmuted hat denn mal jemand geschrieben? ja ok ich hab ein paar mal zugebombt Alexander Ho, wo herkenne ich den Namen? Habe ich auch schon mal gehört. Reportest du das dann morgen, Johnny? Ja, kann ich machen. Ah ja, gut, dass du sagst, ich mache ja gleich das Replay ab. Tom, vielen Dank für den zweiten. Schnitzel, vielen Dank für den elften. Der Lorenz, vielen Dank für den Gift-Sub, vielen Dank. Alles war passieren, aber sowas darf nicht passieren. Ich glaube, bei Tom habe ich mich schon bedankt. Tom für den zweiten mit Prime, danke. Sechs Runden Rückstand hat er. Nicht mal drei Stunden, kann es ja nicht sein, dass man Rain-Afka oder sowas ist. Körper-Mops, vielen Dank für den achten, Prime. Der Team hat drei Runden Rückstand auf den vor dem. Das ist auch noch dazu. Ehre. Da kannst du auch mal eine Runde hinterher fahren, das wird auch nichts machen. Straub, vielen Dank für den sechzehnten mit Prime. Also hinterherfahren dann im GT3. Und Paul, vielen Dank für den 21. So. Ich meine Entschuldigung kam halt, das finde ich traurig. Ja. Joa. Jetzt ist er an der Box. Da ist er, direkt hinter uns. Hallo Herr Ho. Nicht nochmal reinfahren. Steig mal aus. Richtig. Spuck ihn auf die Windschutzscheibe. Kann ich mal in Ihrem Führerschein Ihre Fahrzeugpapiere sehen? Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Er hat ja im Lotto gewonnen. Hehehehe. Dave is quick! Die war auf P1, hat btw 22 Plätze gut gemacht. V3 Racing 88. V3 Racing? Warte. Jo, große, danke dir für den Prime Sub. Ehre. Die sind, V3 Racing ist hinter uns gestartet und die sind Erster. Hm. Boah, sowas, sowas mach ich. Genau, weniger. Als solche Unfälle. Eigentlich. Von der Speed und so, wären wir auch da vorne mit. Ja, ja womit. Allein schon, da haben wir jetzt 5 Runden, 6 Runden Rückstand auf den vor uns. Der Clone, danke für den Sub. Mit Prime rein. Also ich sag mal so, 3, 4, 5 werden sich garantiert auch noch wegledern. So ist das nicht. Ja. Dann bist du trotzdem Letzter. Ja, aber wir holen das Rating nach Hause. Das gute Safety und Eye Rating. Ja, genau. Eye Rating, ja. Ich möchte nicht wieder unter 3, 4 droppen. So, tschüss Po. Wir teilen es uns hier. Mikrofon muted. Das ist das Gute daran, dass wir 5 Fahrer sind. Mikrofon activated. Ja, richtig. Niemand verliert so mega viel. Weil 5 geteilt wird. Obwohl. Sind die, sind die Reifen jetzt eigentlich eiskalt, wenn wir losfahren oder geht's? Wir sind gefroren. Nee, geht schon. Ach, gefroren. Man kann schon fahren, ja. Okay, weil ich stand halt... Muss halt in einer... In einem ersten schnellen Linksknick vielleicht ein bisschen aufpassen, aber... Jo. Ja ne, ich mein nur, weil ich 15 Minuten jetzt stand, ob ich da jetzt 2 Runden oder so warten muss, bis ich halbwegs auf Pace bin. Ja, grüff dich langsam ein. Jo. Oh. Spezialflügel. Wie viele Minuten noch? Äh... 50 Sekunden gleich. 50 Sekunden, da muss aber noch einiges passieren. 50 Sekunden zieht's aber noch, ja. Ja. Ja, aber der Heckflügel noch gerade geklöppelt werden. Der Flügel... Ich seh das gerade im Rückspiegel. Der Flügel... Der Flügel wird gerade schön gerichtet. Das ist gut. Ja, der... Ah, jo. Oh, jo. Das ist der Richtmann. Guck. Ja. Der Richtmann. Ach, fuck it, ey. Komm, jetzt noch die rechte Seite und der Flügel noch ein bisschen mehr. Und der Diffuso. Jo, das ist für 13 Sekunden ordentlich. Und den älteren Tank. Mal gucken. Der Flügel steht ja immer... Komm, Sledgehammer Action. Hey. Ei, ei, ei. Aber so ist noch krumm. B, S, noch krumm. Aber wie krumm, Alter. Guck mal, wo der Heckflügel denn guckt. Der schielt ein bisschen. Ja, der ist extra eingelehnt auf so weit, so weit nach unten gekippt. Extra Euro-Dynamik. Da habe ich keinen Ab... Da haben wir Aufstieg, keinen Abtrieb. Besonders der Lage zum flowersieren. Ja, der reinen. Vater. Derajat sich fast, lieber zukert. Der Fühlt er sich an? Ganz okay, tatsächlich. Ja, ich glaube, Top Speed wird halt en masse fehlen jetzt. Geht ein bisschen weiter. 71km da war er. Ist er da nicht bei 80km? Ja, hier hinten ist er bei über 80km. Hoffentlich. Weil 82, 83km hat dann... Ne, jetzt wird das sicher beschweren. 2, 79, 80 habe ich jetzt, 80, 3 kmh fehlen ungefähr Ja Und jetzt müssen wir die Rundenzeiten mal anschauen, weil den Kuppen könnten wir ja auch ausverlieben Was auf 17 sind wir? Ja Am 18 sind die alle tot Glaub ich Da kam nichts mehr Da kam nichts mehr Jetzt rutscht halt in die zweite Kurve ein bisschen rein Vielleicht versuche ich da ein bisschen zu viel Tempo reinzunehmen aber Mama 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 das jetzt auf jeden fall noch ein trippel sind oder zwei je nachdem ich würde halt sagen wenn wir sogar quatsch sind könnten da könnte man vielleicht sogar 22 die aufteilung machen oder geht auch schon früher damit man könnte ich sogar jetzt das rennen noch nicht ich war mir fahrt passen mobil auf die rmps auf Das passt doch, oder? Komm, halt. Ist schon mit dem Rennen fertig, dann. Das passt doch, oder? Tire on, clear on the rod. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Clear. Kau on your left. Clear on the left. Kau on your left. Clear. Kau. Kau. Das war auch ziemlich cool. Erst ewig lang warten und dann so mit einem Millimeterabstand vorbeifahren. Ah, da ist wieder der Dude, der... nicht weiß, wann er überrunden soll und wann nicht. Ja, das ist ein bisschen einfacher dieses Mal. Wo ist jetzt der optimale Spot, die Jungs vorbeizulassen? Ja, hier noch nicht. Ich würde sagen, nach Kurve 1 so. Ja. 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 Ich bin auch wieder da. Jawohl. Wie weh? Steht dein Herz eigentlich wieder still, Johnny? Ich bin einfach nur... Weiß nicht. Ich weiß nicht, was du fühlst. Ich bin nur gefrustet. Kannst ja nichts machen. Ich weiß nicht, ob man lachen oder heulen soll. Erst heulen, dann lachen und dann kannst du wieder heulen. Ich weiß nicht, was die Leute dabei denken. Letztes Jahr bin ich im LMP gestattet, wo ich vom LMP abgeschossen ist. Das ist ja statt dem GT3 und beim LMP abgeschossen. Der LMP mag dich nicht. LMP mag ich nicht. Mag die LMPs aber auch nicht. Solche Leute sollten echt einfach nur Sportwagen fahren. So Leute sollten gar nicht fahren. Die können ja gerne Sportwagen fahren, aber dann nerven die auch keinen. Weil da unter der Saison ist schwierig. Schwieriger als hier beim Rennen fahren. Ich frag mich halt, ob man auf dem Weg zu 4K plus I-Rating noch nichts gelernt hat. Passt auch. Ja, wahrscheinlich zu viel Sportwagen oder so gefahren. Den Sportwagen fährt man fair. Ja, ja. Weiß die Pio oder so. Die on the left. Clear. Ja. Schwierig beim Lambo dran zu bleiben. Ich hab Glück, dass die immer ein bisschen Fuel saven. Wenn ich das pushe, bleibe ich da wenigstens halbwegs dran. Wenn ich um 7 kurz bin, dann bin ich besser, ne? Ja. Ich hab 19.20 Uhr ausgerechnet. Aber sonst fall ich. Eins sind weniger. Sollte alles passen. Würi, lasst dein Radunzen oder so mit der meisten Arm grod flapатов werden hilfreich. Wir müssen uns losst. Verpasgen. Steña. Und das sind mehr Woolf. Fortsめ. Da ist der Brett. Sollte alles... Right side. Clear on the right. 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 Oh, what's that. What's that. Clear on the right. 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 Okay. Okay. Clear on the right. Clear on the right. Okay. Okay. Mal, look. Yeah. Okay. 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 Ja. Du hast eigentlich 44,6 ist nicht schlecht. Du hattest eigentlich keine Einladung bekommen, Du Bois aber okay. Ich bin für C6, wer ist sogar vorne, ich zeige nicht. Ist sogar schneller als die von mir. Der gerade vorne ist 143 gefahren. Ja, Platz 3, 4. Wenn da vorne passiert, sind da so viele, die so weit hinten gestartet sind. Alter, was ist denn mit denen los? Die 91 hat mich jetzt auch wieder fast mitgenommen, er ist einfach viel zu früh wieder zurück. Aber die 14 hat es jetzt schon zweites Mal geschafft uns normal zu lohnen. Soffen. Strong, wir hatten gerade 285 kmh drauf. Hast du noch neun Runden? Jo, ich mach 10 draus. Hab ja gleich den Lambo. Was sagt denn der Spritverbraucher eigentlich? Ist er durch die Aero nach oben gegangen? Also ich bin glaube ich eh ein bisschen fuel savender. 373 hab ich. Okay. Kann aber auch mit den Temperaturen zusammenhängen. Das desto kälter wird, desto mehr Sportverbraucher wird. Jo. Wo immer. Ah, hinter mir ist der P3 Wagen. Der Top-Splitter ist auch richtig hart passiert. Da führt jetzt hier RAG und ein zweiter ist Pablo. Okay. Redline ist komplett weg. Janis Team hatte zweimal Stromausfall. Ja, hab ich schon gehört. Das ist auch. Stromausfall? Ui. Naja, was sag man? Kein Internet gehabt hab ich gehört. Endlich irgendwoher. Oh man. Kollege, du bist ja fast dreimal so schlimm wie ich. Du hast doch dreimal so schnell, Alter. Ja, aber John, du wärst auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich bin auch im 44er Bereich jetzt. Safe. Oh, du geht noch okay. Mit den Kurven ist halt gut. Ich bin im Draft. Yes. Wir hatten keine Komplikationen und alles. Wir hatten dann einfach durchs Feld geflutet. Für mich ist sicher irgendwo... Ach, das ist doch... Es ist immer das gleiche. Du fährst, es passiert immer die gleiche Kacke und dann sitzt du hier und denkst dir, Alter. Hätte wer das und das nicht gewesen wären wir jetzt wieder Erster. Was soll die Scheiß? Ja. Das ist die letzten Rennen immer so gewesen. Das kriegt mich so auf. Eins ist mir gerade eingefallen. Wenn ich theoretisch richtig Hyper bin... Kann ich dann auch... Kann ich dann auch... Größt, heisst. Ja, ja gut, das stimmt. Das wär Hyper Hyper. Aber es geht mir eigentlich darum, dass ich auch vier Stints fahren könnte. Weil von 21, theoretisch. Des dem von... Dave ist noch gleich vorbei. Richtig? Der erste sieben Runden Der erste sieben Runden ja also mit dem nächsten ist es dann ein bisschen mehr als eine Stunde Das heißt ich rechne mal damit dass ich so gegen 21 Uhr noch was war Ich hab mir der Fuelhaken raus gemacht Leute Ich nicht Ich wollte Windchill Tariff raus und nicht Fuel Also Würde das unser Plan denn Dolle irgendwie kaputt machen oder Also ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen aber ganz ehrlich wenn ich mich da nach 2 Stunden noch kugelbewusst würde würde ich auf jeden Fall weiter fahren Spricht an sich nichts gegen So ich arbeite jetzt auf nochmal eine extra Runde hin Wie viel sind es hättest du im Allgemeinen gehabt bei dir war es ja ein bisschen Ja ich hätte dann halt morgen früh also ich schätze mal wenn sich jetzt alles so nach vorne schiebt dann wäre es darauf hinaus gelaufen dass ich das Ende fahren würde Okay Ähm Achso Warte mal ich guck mal rein Ich kann Zeit nicht ereignen Hm ich guck nochmal Ich guck nochmal Das sind sogar 44.2 jetzt Krass Jetzt glaube ich die Strecke hier gerade auch so mega verändert Ja es ist voll geil aus Also Wie sieht man das Asphalt jetzt viel besser Ich bin dann für Warte mal das zieht sich ja So wäre ich jetzt 22 Uhr also bin ich eine Stunde früher dran Also rechne ich mit 21.30 Uhr Warum macht der Fehler Ja Okay dann mach ich doch nicht acht Runden draus schade Äh okay Plan Dann genau Dann würde ich statt um 9 Uhr 25 um 8 Uhr 25 einsteigen Und dann würde ich bis um 10 Uhr 10 Uhr circa fahren Das heißt er müsste dann eventuell nochmal Monze einsteigen Weil ich glaube 4 Stunden bis zum Ende Oder 3.30 Uhr Hm weiß ich nicht nach dem 24er Hm Und so würde das halt wieder genau Genau Wenn wir halt genau wieder auf Plan Könnte Dave eigentlich wie gewohnt da um 2 Uhr wieder einsteigen 3 Uhr Na wenn ich eine Stunde länger fahre Weil so würde sich unser Plan ja nach vorne ziehen Aber wenn ich dann Da würde ich nicht so einsteigen eigentlich Nee Du steigst um 4 ein Ja Ja Bin ich Ja bin ich Aber meins verschiebt sich oder? Deiner Wann ist denn deiner? Ja gut ich habe jetzt sowieso nur 2 durch den Unfall Ne ich sag mal so Ja Wir haben ja durch Durch den Disconnect Und jetzt den Unfall haben wir ja circa 2 Stunden nach vorne Verzug Also jetzt sind wir 2 Stunden früher dran Und wenn ich jetzt nochmal 2 Stunden sag ich mal Also wenn ich die 4 Stunden fahren würde Dann wären wir genau wieder da wo wir vorher waren Mit der Planung Und dann würde der Und würde ich um 22 Uhr da einsteigen Was ist das denn? 22 Uhr Nee Um 5.45 Uhr Nee Da war ich nicht im Hä? Nein du fährst um ein Viertel vor 6 steht da Ist das offiziell? Ich bin verwahrt Hehehe Ich hab ja Die Entferung ist verwirrt Ohjo, ok. Hä, ich dachte irgendwie, ich flirte Und wie gesagt, so müsstet ihr euch alles so ein, zwei Stunden vorher vorstellen und wenn ich das halt durchziehe mit den vier Stunden, was ich um die Uhrzeit eigentlich machbar finde dann... würde alles wieder passen nur, dass es theoretisch möglich wäre, dass wir das schon mal geklärt haben weil dann würde ich mir jetzt auf jeden Fall Energy aufwachen und ja, wenn ich Mühle bin, dann penne ich halt trotzdem 1 Sinn fällt halt jetzt bei mir weg insgesamt Wäre das ein Problem für dich? Nee, nee Kannst ja auch einen 4er machen, wenn du Bock drauf hast Bedenkt, sofern es regnet, ich möchte auf jeden Fall zum Regen fahren Das stimmt nicht Aber es war ja erst und zwei, da bin ich ja schon fertig Doch Nee, du steigst ja so oder so nach mir ein Ah, da ist eine Anzeige aufgetaucht Storm in 20 Minuten Regenradar, spiel, spiel verrückt Na ja, dann futter ich jetzt mal und ihr könnt aber gerne mal drüber nachdenken aber ich glaube, das sollte eigentlich kein Problem sein Warte, der Lambo kam jetzt wieder ein bisschen ran, oder? Können schaffen halt Ja Ja Still there, hold your own Clear on the right whoa dieser déflation unser Jonas wiese war ja hinter mir und vor neivin Das heißt wir wären schon auf 8 gewesen ja ich glaube in summe hätten wir das safe in den top 5 sein können jetzt ist wahrscheinlich weiter vorne aber hätte wäre wenn gibt es leider nicht vor allem jetzt fahren die halt glaube ich alle hohe 44er und ich meine das fahre ich gerade mit dem damage auch der typ der erste ist zum teil auch tiefe 45er typ der erste ist gar kein quali kein gefahren der ist ohne quali zeiten zu rennen wir haben keine fehler machen wir haben halt keinen einzigen fehler gemacht dass das bittere aber selbst mit dem porsche wären wir so weit vorne gewesen also das ist halt das belastende der mensch hast du jetzt pace gefunden und willst jetzt vorbei oder wie warum hast du die pacer zwei und vorher nicht gehabt vielleicht weil du war weil du da auf die kurven slow was noch den geraden so ein bisschen triggert dass er denkt ich bin auf der graden stelle ich bin jetzt schnell als der muss hier vorbei außen rum in der kurve 1 sinnvoll manche unterschätzen die macht des windschottens ja ich habe ein bisschen zeit bis zu meinem nächsten sind habe ich will ein bisschen hinlegen powernippen ja so gegen ein rohr wie er da ne ja gut ich könnte mich jetzt auch hinlegen weil ich euch anders habe ja lukas ja da einer da stimmt lukas da nee ich bleibe aber hier ja ich will auf jeden fall vielleicht mache ich dann noch später ein powernap aber ich will nie wieder 24 stundenrennen fahren mit sehr wenig schlechtem schlaf das geht nicht gut ich lasse ihn vorbei guck mal ob ich hier vielleicht tatsächlich sogar noch ein bisschen noch extra schaff die eine runde extra könnte vielleicht sogar noch gehen die äh die ähnikan given of die liebe es die lagen die eine tie oportun die an und um es Untertitelung des ZDF, 2020 so wenn ich jetzt laut last lab mehr als zwei und schafft bleibt noch draußen ansonsten gehe ich wobei unsere box recht spät steht oder box ist fast am ende soll ich riskieren oder ich schaue gerade das wird sauknapp das wird zu knapp jetzt kommt dieses ganze vollgas stück wie viel hast du gerade drinnen jetzt für 1 0 ich gehe rein hit speed 80 80 äh 80 80 80 80 nicht bei star wars äh die estie uuuh perfekt war doch ordentlich sauberer stund danke nach reparieren würde wahrscheinlich nichts mehr leider nicht das ist auch etwas was ich gehört habe keine ahnung ob stimmt oder nicht aber habe ich vom stingray gehört dass vielleicht wenn man manchmal so minimal der mit noch im nachhinein sich zufährt dass dann noch ein bisschen extra repariert werden kann also fährst du drei sekunden wenn man noch mal eine kollision hat zum beispiel eine leichte kann es manchmal sein dass die optionals dann das auto noch mehr reparieren genau ja das ist ein bisschen buggy und ich habe auch zeitlänge und ich weiß nicht ob sie das irgendwie gefext das gab es mal ein update was die reparatur des autos betrifft fände es schön wenn man nach so einer standzeit ohnehin einfach komplett repariertes auto hätte weil ja ja also ja sind hin und her für halt cool wenn man dann einfach das rennen noch weiter fahren könnte wenn man bockert und nicht jedes mal denken oh man hätten wir doch nur mehr top speed blablabla was sagt der reifenabrieb alter ich habe 13 prozent okay dann kriegt ich habe eine idee chris kriegt meine reifen nach zwei stints und fährt triple ja das wäre eine idee da wird sich ein pentas denn jetzt denke ich auch also vorausgesetzt weißt du wie chris reifen usages griff chris können gut damit umgehen das ist aber kein problem das ist top also er ist auf jeden fall erfahren genug fünf stinten alten reifen umgehen zu können ja gut dann ist lucas plan eventuell auch komplett in den wind geschossen weil wenn wir jetzt pentas stinten können dann wäre das ich könnte mir vorstellen wenn wir jetzt wirklich noch im kampf und würden das ausprobieren wird zwar schon nicht aufgehen und andere wird es nicht machen mal bist du hund mal bist du baum aber das pinke team hat dann doch nicht so viel damage gehabt wie gedacht also es sind doch sieben runden dran oder so sehr das auto war auch ziemlich strott aber sieht reparierter aus als unseres ja das war wahrscheinlich zehn minuten weniger schrott als unseres hihihi 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 ein bisschen die heckflügelwollung da grade hihihi れた stimmt da könnte mich jemand mal PUSCHEN dann haben wir vielleicht ein bisschen Optionals die wir reparieren können da muss ja aber schauheftig einer drauf doch noch fragt auf die LMP2 mit der Nummer 14, dann macht das sicher gern nochmal aber diesmal bitte die Seiten nicht anschieben ja, gebt mir euren Windschatten Zeiten droppen wir auch quasi gar nicht aber ich habe keinen Reifenstatus übersehen, aber ich meine es müssten 13% gewesen sein das sind 13% boah aber sag eins, sind die Vorderreifen gerade bei 10% heftig ach ne, war da auf der Außenfläche, da ist mehr verboten ne, innen, ja wozu? ja, also Formel 1 Fahrer, Reifenflüsterer war doch nicht so weit hergeholt wobei es natürlich auch die Temperaturen zulassen vorbei aber ich finde, nachdem ich Formel 1 gefahren bin und so, kann ich besser mit den Reifen umgehen bei allen Autos ja, definitiv also das hat mir auf jeden Fall was gegeben ich überlege gerade, könnte man sogar 16 irgendwann fahren, wenn es so richtig kühl ist wenn es so 18 Grad ist, dann bauen die Reifen im Prinzip ja gar nicht mehr ab wenn wir das erreichen, heißt es nicht, dass wir es erreichen müssen manchmal bleibt dann die Temperatur auch einfach irgendwie auf 22 Grad oder so das kann natürlich sein, ja was, der McLaren ist mittlerweile auf 4? jetzt zieh doch vorbei BMW, was macht er denn? Fahrschleidermann er hat jetzt nicht mehr den Draft vom McLaren ja Wizards Team, ja, da muss Harry Potter ein bisschen besser aufpassen oh, Downey Autosport, ich glaube, Auto mit der Nummer 11 oder so ist es die sind auch zurückgefallen, die waren auch im Kampf um die Führung mit dabei oh, da ist die 14, hallo boah, die stehen aber richtig zettelte in der Box hey, warum kriegen die auf, wenn dann halbwegs gerade ein Heckflügel ich bin gerade repariert ich bin in den dritten gegangen, leider komm ich kann halt nicht im Draft bleiben, das ist unfassbar der D11 wird auf jeden Fall noch repariert nice, dann sind wir schon mal sind halt auch noch 5 Runden zu D also, mal gucken hey, 7 Runden ja noch sind es 7 bis dann das frisch gekrascht die sehen aber nicht so aus, als würden sie lange da nur stehen die Autos fast wieder heile bis auf hinten links naja, mal schauen deci und ja um wir Alienware auf neben drei ich Bisschen mal ein Off-Track. 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 Der Fahrer hinter mir holt auf, vielleicht können wir dann noch ein bisschen Draft nutzen und noch eine Runde dran klemmen. Der Durchschnitt ist noch bei 3,7. Jo, 3,7,5, 3,7, nee, 3,7, ja doch, 3,7,5. Dann bist du noch dran, 20 Grad. Der Sonnenuntergang sieht aber echt schön aus. Ja, das stimmt. Und den Aufgang auch, besonders wenn man dann noch HDR und sowas anhat. Ist die Sonne wirklich blendet. Die Racer HDR? Ja. Oha. Also du kannst dann wirklich recht wenig sehen. Mit so einem Strang. Oha. 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 eine Serie an Zero-X gebrochen. Und? Du hast jetzt die ganze Wolle kennengelernt. Ich bin tatsächlich auch selbst überrascht. Jeder ist wahrscheinlich besser von den Inzidenz her als ich. Und überleg, ich hab die Hälfte von den jetzigen Inzidenz kommen. Ja, aber du hast auch den 4X gehabt, der nicht auf deine Kappe geht. Ja, aber genug auf Tracks. Ja... Passiert. Ich weiß, ja, es passiert. Aber es tut mir auch nicht weh. Ich hab irgendwie 499-H-Lizenz oder was. Ja. Magt ihr oft, Fax? Right side. Clear on the right. Ja. 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 LMP2 ist ausgefallen Nummer 14 Eine Gesamtposition Nummer 14 Nummer 62 Also fällt gerade zurück Nummer 14 Nummer 14 Ja die wird auch noch kommen Ja gut dann haben wir aber auch 20 Sekunden Rückstand Der wird sicher irgendwie nochmal die Karre wegschmeißen Kannst du mal gucken ob der im Saaren die Woche gefahren ist weil ich kann mir halt echt nicht vorstellen Das Das man wirklich ernsthaft glaubt dass man das so macht wie er es macht Also das man so machen sollte Kannst du es nochmal wieder rollen du warst gerade irgendwie abprobieren aber ich glaube es war Ja kannst du mal schauen ob der im Saaren gefahren ist die Woche weil ich kann mir nicht vorstellen Dass der wirklich mit Fahrpraxis hier reingegangen ist so Sonst müsst ihr ja wissen was geht und was nicht Ja Was zu vermeiden braucht man nicht mal Fahrbahn Das reicht an dich Und die Intelligenz Und die Intelligenz Und die Intelligenz Geblieben ist Ich weiß aber nicht mehr was Ja durch die LMPs die mich gerade überrundet haben Riesen Draft bekommen Halbe Sekunde fast gut gemacht im letzten Sektor Alles wieder in Kurve 1 Sekt geworfen Bis und das der fährt seit 9 Jahren Sogar länger als ich Vielleicht war es eine Unachtsamkeit aber ich finde es halt auch schade dass da nichts zurückkommt Aber hey Wie dem auch sei Gibt es solche und solche Er ist auf jeden Fall keine Vorbereitung gefahren Hierfür Ja Und fährt ziemlich alles querbeet Mal GT3 mal Formel 3 mal Daring her Ja ok ich meine der Formel 3 fährt ist eh lost Also wenn man unironisch Formel 3 fährt Ich spreche nur von iRacing Ja kann ich wirklich sagen Formel Renault 2.0 ist mir bis jetzt die Community deutlich angenehmer in Erinnerung geblieben als in Formel 3 Das kann ich gar nicht beurteilen Seine Arm Ja Jo Ja Ja Tschüss J Lebens Kommt Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Car right, clear on the right. Thank you. Thank you. Car right, keep to the left, clear. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. 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 Okay. 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 Ich kann auch meine Zeilen gar nicht einschätzen, was schnell ist Das ist schon mal kurz Also überwiegend werden gerade 44er gefahren Ja Gute Frage Teil auch auf alten Schlappen Weißt du uns halt Ja Aber ich würde auch nicht sagen, dass es konstant ist Hier die 43er fahren In der nächsten Runde auch mal 45er Also Ja Bus ist nicht gut So Ich bin wieder da hier süßes Wir sind jetzt auf P15 Geht wieder nach vorne Nächste Auto 6 Runden weg Chris Sehr gute Pace Ist auf jeden Fall noch ein Tacken schneller als ich Safe Aber Last good diese Ja Gerade noch gesehen Die Rückfrage Ob man im Prinzip die Geschwindigkeit anzeigen lassen könnte Ja gut Die Geschwindigkeit vielleicht auch nicht Da müssen wir halt das große Menü hier laufen lassen Das ist schwierig Dann lassen wir das Menü eingeblendet Oder Wird schon irgendwie passen Tucholsky Tucholsky Ehre für den 25en und Ambrose vielen Dank für den 5ten Da geht noch was Ehre Mikrofon aktiviert Wieder da Was ist das schön Welcome back Auto ist ein bisschen Oversteady hab ich gehört Ja Ausgang der Kurve Ja Okay Also weiß nicht ob du so gefühlt hast Vielleicht kommt es jetzt aber auch mit den verschlissenen Reifen so Das könnte gut sein Das könnte gut sein Moin 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 Meister Also ich bin jetzt soweit Quick Relays ist am Lenkrad dran Jetzt muss ich theoretisch nur noch alte Lenkrad runter und dann kann das neue schon wieder dran Ich wusste es Ähm Monze Ja Theoretisch ist es ja egal in welche Richtung das Quick Relay steht ne Kann ich ja dann eh zentrieren Ja Okay Ja true drive Ah kann ich auch schon mal installieren alles vorbereiten Wunderbärchen Äh ich bin mal für den Moment weg Jo Kurz was essen und trinken Johnny Gute Nummer Gute Nummer Danke Bis gleich Gute Nummer Äh Chris meinst du dass das eventuell auch ein bisschen umgewöhnung ist vom IMSA Rennen jetzt hierzu? Oder Oder No Nicht wirklich Okay Äh Selbes Setup genommen ist ja nur 60 Liter drin Mhm Die hab ich ja jetzt auch erreicht Clear on the ride Ja Ja die Frage ist halt ob du dich Ob du dich dran gewöhnen kannst und ob man dann eventuell Tatsächlich die 15 fahren kann oder ob wir es lieber bei 4 belassen Probieren wir die Reifen halt hergeben Können wir das machen Okay Das ist kein Thema Vielen Dank consigo Fake Ich Sachen Ich Ich Kann Em Die Fahrer ist in der Nähe. Und Ere Erik für die 500-Bit-Serenos. Na ihr hübschen, wie sieht's aus? Schreibe auch gerne automatisch schon in die Tasten, wie es bei dir aussieht. Ja, wir haben halt ordentlich Damage am Auto. Links ordentlich eingedrückt. Heckflügel. Steht ein bisschen krumm. Und ja. Wurden halt mächtig kaputt gemacht. 15 Minuten Repair oder 16 Minuten. Aber ansonsten, Auto fährt sich noch gut. Und ja, wir machen halt unser Ding. Und äh. Gucken wir, dass wir möglichst auch nach vorne kommen. Sag mal, seit wann ist das Ding schon wieder so schief? Mikrofon Activation. Wie du da was? Schon die ganze Zeit. Ja. Oh. Also seit wir vom LMP abgeschossen wurden. Aber ich dachte, wir haben das Ding nicht... Haben wir noch Rest Repair? Rest? Also... Nein. Waren dreieinhalb optional. Ich hab' ich glaub' mal ablaufen lassen. Dreieinhalb Sekunden oder? Achso. Ja. Ich wurde nochmal angestupst irgendwann und dann hatten wir die Hoffnung, dass es noch ein bisschen was weggeht, aber... Es ist nicht so super viel weggegangen. Was ist denn für ein Quatsch? Da dachte, die Dinger lassen sich komplett reparieren. Jetzt ist das Ding immer noch. Ja. Oh Mann, du ey. Ja. Das ist halt echt schade. Aber... Paul... Wir machen schon unser Ding, denk' ich. Ja, das wird... Sehen wir es als Aero-Upgrade für unser Auto. Clear on the left. Ja, hinter dir kommt jetzt das führende GT3-Auto. Und der Herr Ho. Aufpassen. Oh. Oh. Ähm. Ja, der GT3 hinter dir, der fährt mächtig schnelle Zeiten. Also gut, der war gerade da in der Box, aber davor ist er seit 43er-Zeiten gefahren. 43,4, 43,7 etwa. Also vielleicht kannst du dich ein paar Runden von ihm mitziehen lassen. Copy. Mikrofon muted. Joa. Ansonsten, na, schauen wir mal. Ja, also... Ist jetzt natürlich recht unwahrscheinlich, aber das sind ja so die einzigen... Ist ja so das Einzige, was wir uns letztendlich erhoffen können jetzt gerade. Dass wir hier und da ein paar Kandidaten finden, die uns tatsächlich mitziehen können. Wenn das halt funktioniert, finden wir ein bisschen Zeit. So. Dann geht's ein bisschen nach vorne. Zumindest halt so rein zeitentechnisch. Ist es klar, wir holen keine Position mehr komplett aus eigener Kraft, weil... Also, klar, selbst in 18 Stunden, wenn du jetzt eine Position noch holen willst, ich meine, wie viele Runden fehlen uns noch. Dann nehmen wir das Auto. 5 Runden, das sind etwa 10 Minuten, die du in 18 Stunden aufholen musst. Teilen wir das mal ungefähr durch 20. Das heißt, du müsstest in einer Stunde eine halbe Minute holen. Gut, das ginge fast sogar noch klar. Das ginge fast sogar noch klar. Gut, mit 8 Runden wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Da musst du in 18 Stunden 8 Minuten aufholen. Das heißt, du müsstest pro Stunde... Fast 2 Minuten gut machen. Und das ist halt riesig. Das ist so viel Zeit. Also, das ist halt echt kaum zu holen. Aber es geht halt darum, wenn die halt irgendwie einen Fehler haben, wodurch sie 2-3 Runden zurückfallen, dann kommt ein ähnliches Szenario wie hier zustande. Dann kannst du vielleicht diese halbe Minute pro Stunde gut machen. Und das wäre ja recht ordentlich. So, jetzt können wir uns vielleicht an den Lambo dran heften. Das wäre cool. Der LMP-2 will da wahrscheinlich jetzt auch noch durch. Oh, direkt auch am Lambo vorbei. Sehr gut. Oh, hat der Lambo auch ein bisschen ein Aero-Upgrade bekommen hier? Ja, hinten links, minimalster Damage. Das ist ein gutes Zeichen für uns. Das heißt, wir könnten vielleicht... Ähm, seit wann fährten, Christoph? Ja, es ist den da. Und wann circa kann ich dann mit meinem Einsatz rechnen? Ganz genau wissen wir es nach dem Boxenstopp. Wie viele Reiten von Schleiß und Kärten. Ja, nach dem nächsten Stopp. Ja, also am Ende... Und ansonsten danach noch zwei Stints. Ne, zwei wirst du auf jeden Fall fahren. Ich frage es nur, ob du den dritten auch noch machst. Genau. Na gut, na gut, na gut. Äh... Warte mal, seit... Wie lang fährt man uns jetzt schon? Etwa eine Viertelstunde. Äh... Ich guck's mir mal genau an. Ja, doch, ein bisschen mehr. Also kann ich so entweder um kurz vor 10 oder um kurz vor 11 mit euch rechnen? Also es sind jetzt gleich 19 Runden, die er gefahren ist. Das heißt, er hat 11 Runden noch in diesem Stint. Sagen wir 40 Runden hat er dann noch... Mindestens. Na gut. Ja, weil ich will durch auf jeden Fall nochmal Test-Roy fahren. Jo. Soll ich nochmal ein paar Runden warm fahren fahren, dann geht's los. Jo. Und dann fährst du einen Quatsch, äh, Penta alleine, ne? Ich dachte, ich fahr bis zum Schluss. Von hinten kommt jetzt ein LMP. Was ein Arsch. Sorry. Alles gut. Kann ja nicht warten. Ähm, positive Nachricht bezüglich, äh, des Lambos vor dir. Der hat ein bisschen Damage. Hinten links. Äh, heißt also, dass du da vielleicht eher eine Chance hast, noch dran zu bleiben, wenn du jetzt wieder rankommst. Ja. Und Herzattacke, vielen Dank für den Sub mit... E-Re-Di-Gi. Mikrofon activated. Ja, schade, P4 führt dir jetzt wahrscheinlich weg, aber die zwei vor dir, ähm, kannst du auch zum Ziehen nutzen. Der Porsche hat gut Damage. Ja. Wo sieht man denn den Damage? Also, guckt man sich einfach das Auto an. Das ist ganz obviest der Damage hier bei dem Auto. Und von vorne, glaube ich, hat er auch ein bisschen was. Das sieht auch ein bisschen krumm aus hier. Die eine Überrundung kam jetzt so ungünstig für uns. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Mikrofon activated. So, starke Pace. Jetzt geht er auf jeden Fall noch was. Mikrofon muted. Sehr schön, die fighten vor ihm. Oha. Ich weiß nicht, was die da vorhaben, aber... Okay. Haben sich geeinigt. Sehr schön, wir sind direkt dran. Wir haben Windschattenpartner. Sehr schön, wir sind wieder direkt im Draft. Hinten kommen jetzt drei LMPs angeschlossen. Die werden wieder fighten. Und der Lambo dürfte schneller sein als der Porsche. Dürfte sich vielleicht sogar lohnen, den Porsche zu überholen. Ja, ich würde an Chris' Stelle quasi ein bisschen noch ranfahren und dann maximal Fuel saven. Also entweder vorbei, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt natürlich, oder halt Fuel saven. Ja, aber so ein Rennen zeigt auch mal echt, wie lucky wir in dem einen oder anderen 12 Stunden oder 14 Stunden Rennen müssen jetzt waren. Das war im Prinzip ohne Vorkommnisse durchgekommen sind. So 14 Stunden Le Mans oder 12 Stunden Bethhurst waren ja im Prinzip ohne größere Vorkommnisse. Hier waren wir halt mal nicht so lucky. Schade. Aber wir kämpfen uns zurück. Ey, es kann halt so viel noch passieren, ne? Also nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis kann auch so viel passieren. Eine sehr doofe Situation für die GT3s und... Die ganze Welt sieht wieder anders aus. Gucken wir mal ganz kurz. Wheathead ist da. Okay. Oh, etwa mit zwei Stunden... Äh, zwei Sekunden-Gap nach vorne ist da nochmal eine Gruppe aus zwei Autos. Okay, häng dich an dem Lambo dran, der ist flott. Mikrofon muted. Sehr schön. Wenn wir uns jetzt an den Lambo dranhängen können, dann haben wir hier, glaube ich, gute Chancen, sehr gut nach vorn zu kommen. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ja, passiert nun mal. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass wir halt in diesem Rennen jetzt mal Pech hatten oder so, sondern im Prinzip in erster Linie, dass die Rennen, die wir bisher gefahren sind, häufig... Oder dass einige, an die wir uns zurückerinnern können, oder ich mich zumindest zurückerinnern kann, dass die mit relativ wenigen Zwischenfällen vonstatten gegangen sind. Und dass ich da halt relativ glücklich bin, dass es so Rennen halt auch definitiv schon gab. Oh, cool, der hat mal gewartet. Oh, wenn, der wartet, wenn er nicht. Was ist das? Jo, bleibt weiter dran. Ihr werdet gleich eh wahrscheinlich gestaucht durch den Porsche. Der Lambo, der jetzt am Porsche vorbei ist, der kann euch hoffentlich noch ein bisschen ziehen, aber der wird wahrscheinlich davon fahren. Ja. Also vor dem Porsche ist noch ein Lambo dann. Also vor dem Porsche ist noch ein Lambo dann. Ja. ich habe vom porsche jetzt bei 1,1 sekunden ich habe vom rauf So, tolle Runde. Geht wohl schon mal. Extra Runde wird aber schwierig, ne? Jetzt noch 6,0. 5 schaffe ich noch. Jo. Ja, ja, ich würde auch sagen, einfach pushen. Jetzt kann ich mir noch ein bisschen was sparen. Vielleicht geht's noch auf. Ja, nö. Ich würde sagen, auf jeden Fall, fahr weiter die Pace. Ja, ja, aber überholen kann ich ja eh nicht. Jo, ja, genau. Wenn du zu nah dran bist, kannst du sparen. Aber ansonsten, flat out. Sonst kannst du halbe Runde, ne? Und moin Alex, wie läuft's bei euch? Ja, äh, da werden wir mal die Möglichkeit für den Report ausloten, denke ich. Wir sind aktuell auf P15 in unserer Klasse. Da ist die wunderschöne Zahl hier. Wir haben 6 Runden Rückstand, 5 Runden Rückstand zum nächsten Auto. Irgendwas in dem Bereich. Laufen, oh Gott, ist bei euch nicht gut? Oder wie? Der Porsche wird uns sicher aufhalten. Ach, alles gut. Das wird schon. Oh, man macht das nicht. Und jo, ich bin schon gefahren. Aber, äh, ich fahr dann in ein paar Stündchen nochmal. Je nachdem, wie die Strategie jetzt weiterläuft, ne? Gucken wir. So, wunderschön. Er ist jetzt direkt dran am Porsche. Ja, beim Porsche könntest du eventuell einen Überholversuch starten. Aber der kam, glaube ich, im Windschatten auch ganz okay mit. Die Frage, ob es sich das jetzt für die 4, 5 Runden lohnt. Nein, nein, ich bleib dahinter. Da würde ich jetzt nicht eingreifen. Ehrlich. Jo. Mikrofon muted. Wir sind nochmal gestorben im zweiten Rhein. Ah. Digi, 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 digi. Was geht? Ja, gut. Schade. Ja, das sind 24 Stunden in Echtzeit. Welches Auto ist zum Einsteigen in der iRacing? Gut. Der Mazda. Das ist auch der Standard. Das ist das Startauto. Das ist das Startauto. Okay, warte mal. Giladi 8,5 Sekunden weg. 24,6 zu Usher. Okay, da kommen viele LMPs. Wollte mal gucken, wo wir grob rauskommen würden. Ja, sehr gut. Nicht eingreifen war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Er kann sich hier ganz gut jetzt... in den Windschatten begeben. Beste GT3-Auto. Je nach Strecke, je nach BOP. Je nach Belieben. gotcha. Alright. gut gelöst sehr gut jetzt bin ich schon weg so bist du noch nah genug dran doch sonst wäre er weg gewesen achso Car on clear du hast aber mächtig angespart aber ich glaube drei runden wird schwierig oder noch ein LMP hinter dir ich glaube du hattest jetzt 10,2 übrig da müsstest du halt schon jeder runde gut sparen ja ich glaube den windschatten vom porsche kannst du jetzt gut nutzen nach der überrundung ja nach der überrundung na cruci haben wir gesagt zwei runden noch brauche ich denn noch einer ja ich würde auch sagen jetzt noch eine runde und dann ab an die box weil wir müssen ja jetzt keine großen risiken eingehen oder so nein nicht wenn ich zu viel quatsch bei der way sagt gern bescheid nö alles gut da war nicht so viel los naja reicht nicht LMP behind ansonsten fuel ist schon drin kann es ganz entspannt rein die aktuelle position findet ihr hier wir sind auf der 15 ja im prinzip recht unverändertes bild wir haben eine super pace gemessen auch an dem schaden geht gut voran ja wir machen halt baby steps nö sowas wie coming soon pink also ich glaube da haben wir eine runde jetzt abgeknabbert schon von virtual motorsport fährt jetzt auch nur 1 46er zeiten da wäre halt so viel drin gewesen eigentlich ne ok mal schauen mikrofon aktiviert ist ein stück ist ein stück ja 65 65 noch und 60 hinten aber ja gut schlecht ich würde sagen ich würde sagen einer geht auf jeden fall noch ja und zweiter vermutlich auch wir haben jetzt 13 prozent auch in diesem stent ok wenn das so weiter geht dann haben wir jetzt noch ungefähr 2 x 13 dann würden wir irgendwo bei 35 prozent landen am ende ja gut ist natürlich die frage ob wir das so komplett durchziehen oder ob wir nicht sagen wir fahren eine runde safer mal gucken wir gleich mal wie die sich noch anfühlen ja das ging ja relativ flott so rechts ist mclaren der ist auf p4 an den kannst du dich glaube ich gut dran häften wobei ich schon vermuten würde dass du schnellere zeiten fährst als er es wird 45 1 eingestiegen muss man mal schauen das war jetzt die erste runde aber ok ok moin moin leute ja kurz recap wir hatten einen kleinen disconnect wir hatten einen crash wo wir komplett unschuldig waren und wo bis jetzt mehrere auch unabhängige gesagt haben da könnt ihr mal ein report raus schicken aber ansonsten schlagen wir uns wacker nach 16 minuten reparatur und sind jetzt auf platz 15 haben aktuell fünf runden rückstand zu dem nächsten fahrzeug und geben unser bestes dass wir jetzt sind es 49 kommen wir noch was sekunden dass wir diese lücke schließen und vielleicht klappt das ja christ wird da schönestens mindestens einen schönsten bisher jetzt schon gefahren jetzt kommt hoffentlich der zweite er ist jetzt 45 0 gefahren hinter euch ist jetzt p5 und der fährt mit 44 3 wenn der also vorbei geht könntest du versuchen mit durch zu schlüpfen ja ich muss sagen die motivation am anfang war auf jeden fall echt mal kurz im keller also das muss man halt auch erst mal verarbeiten dass man so komplett unnötig raus geschossen wird aber ja gibt es einen clip vom unfall ja ich weiß gerade nicht welcher was für ein neuer reifen das ist aber der vor die oder hinter dir ich sehe die standzeit leider nicht aber fahrerwechsel haben sie gemacht also ja hatte den clip rein gepostet danke ja ansonsten ich fahr jetzt noch mal je nachdem wir müssen mal gucken wir schauen wie es wird im plan aussieht ansonsten ja relativ bald so 3 in 3 4 5 stunden etwa ich habe echt gerade keine übersicht über den plan ist auch ehrlich gesagt gerade egal wichtig ist dass wir hier gut vorankommen äh ja chris bleibt ja gut dran 45 2 eben gefahren evil howding sunny vielen dank für den siebten auch ein gutes rennen ist noch viel zeit good luck merci mein lieber und vielen dank lenoma für den vierten merci ja ja also gucken wir mal ja das jetzt wo der der fahrer im mclaren drin ist das wäre so die zeit wo wir jetzt hätten richtig krass gut machen können wo wir hätten einfach easy snack ganz nach vorne kommen können weil ich meine ich war mit der mit schneller als jetzt deren ich bin halt unser low rating fahrer ne und ich war mit der mit schneller als der dud der low rating fahrer bei denen halt und die haben halt glaube ich gar keinen damage im mclaren hat das wird jetzt dem mclaren nicht schmecken weiter sehr gut moin Ich hab jetzt irgendwie nur so halb zugehört, habt ihr euch jetzt darauf festgelegt, dass ihr fünftens fahrt oder nicht? Gibt ja noch aus Auf dem schwächsten Reifen haben wir 60% drauf Könnte durchaus funktionieren Wie viel Prozent hab ich jetzt verbraucht? 13 13 Also ich würde am Ende des vierten Stint, also am Ende von dem Stint hier nochmal gucken Also einfach mal, dass sich Christoph überlegt, ob er damit halt noch eine Stunde fahren will, aber Sonst 35 33 ist okay Jo Gut Ich würde auch sagen, no pressure, wenn du Bock hast, ja, wenn nicht, dann nicht Ja genau, weil das Problem ist, wenn wir so, also wenn du entweder Single oder Double Stints fährst, klar hast du halt einen viel krasseren Unterschied, aber ob du jetzt vier oder fünf Stints auf dem Reifen fährst, das macht dann, keine Ahnung, am Ende irgendwie fünf Sekunden aus Naja Wenn wir das jetzt die ganze Nacht durch machen können, dann ist das schon ein bisschen mehr Ja, also ich denke, denn die nächste Stint Reihe, den nächsten Reifen werden wir auf jeden Fall fünf Stints fahren müssen Alles klar, da werde ich mal dran denken Kannst du mich am besten gleich nochmal dran erinnern, wenn ich da im Auto sitze Ja gut, wenn du so krass pushen kannst und so gute Zeiten rausholen kannst, dass vier sich eher lohnen, dann Abfahrt Ne, ich bin eigentlich, war ich immer ganz gut mit Reifen, also vielleicht kann ich mir vorstellen, dass ich das hinkriege Okay, LMP aus Und der nächste kommt auch Ja, ist halt interessant, aber wie der Fuel reinkickt, dass du jetzt wieder bei den Zeiten noch ein bisschen slower geworden bist, aber das kommt jetzt alles wieder Ja Einfach am McLaren dran bleiben Ja Ja, aber ich glaube, wir haben bei ungefähr 24, 25 Grad jetzt angefangen, oder? Mit dem Ähm Enters sind NMP Left side, still there, clear on the left Davis quick đã und Jetzt nach hinten erstmal kurz Ruhe. Und vielen Dank Chronix für den sechsten Monat. Moin Dave. Moin Moin. Und Ere Kastanienbomber für den Sub. Merci Leute. Jo. Das sind auf jeden Fall Überrundungen die uns sogar helfen. Hilfen nochmal an den McLaren ranzukommen. Wir haben da gerade im Oval ein bisschen Windschatten noch bekommen. 0.9 zum McLaren. McLaren 1.1 hinter dem BMW. Ja wir haben ein bisschen Damage. Das heißt. Auch wenn er einen etwas schwächeren Windschatten hat. Er dürfte trotzdem den Abstand recht konstant halten zu uns. 0.8 am Ende. Schön. Ticken nochmal rangekommen. 0.8 am Ende. Clear. 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 Der Becleron ist jetzt nicht mehr im Draft von BMW. Du kannst da versuchen noch dran zu bleiben. Ich verliere doch die Begräunen mal ein bisschen beim Hausbeschleunigen. Jo, ich weiß es ist schwer, aber du machst das super. Ich muss mal nach vorne gucken. Und ein Auto wurde fast abgestellt, glaube ich. Ich guck mal nach. Das Auto rund um... Wie hieß er? Nicht er, sondern... Ja, genau. Die Morty. Oh, das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Das ist dezent unangenehm. Das ist sehr unangenehm sogar. Jetzt ist er weg. Hat er rechtzeitig auch zu dem Auto gesagt? Ah ne. Wie live. Okay, er steht jetzt. Okay. Future Motorsport ist auch raus. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Mikrofon aktiviert. Virtual Motorsport hat also auch abgestellt. Die dürften wir gleich auch haben. Ja. Und ein Auto weiter vorne hat auch abgestellt. Armutszeugnis. Können wir weiterfahren, dann haben wir hier hinten auch noch was zu kämpfen. Die OP12 hat auch abgestellt. Also, wir sind jetzt auf P14. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mikrofon muted. Mikrofon activated. Eric's Ich weiß nicht mehr, ob ich da ein Loch durchgemacht habe, bei der Fall ist da eine Halterung dran und daran ist er wirklich fest. Nächster Draftpartner, etwa vier Sekunden hinter dir. Muss ich mal aufschrauben, mal ein Loch durchhauen. Wir sind jetzt offiziell auf B14. Oh, was ist denn passiert? Luca, ich zieh dich mal gerade, ja? Ja. Wieder da. Phoebe, wir sind auf 14. Oh. Ja. Wie kommen wir zu dieser Ähre? Ähm... Ähm... Virtual Motorsport hat abgestellt. Und bald sind wir auch auf P13, denn noch ein weiteres Auto wurde abgestellt. Das Odox Motorsport-Auto. Okay. Oder... Das konnte ich leider nicht sehen im Replay. Virtual hat er auf jeden Fall mal anfangend darunter einen Dreher. Jo. Das Auto sah aber jetzt nicht viel schlimmer aus als davor. Vom Zustand her natürlich. Nee, und dann irgendwie noch ein Dreher. Ah, ich glaube, die sind irgendwie nach der Bus Stop nochmal einschlagen oder so. Ah. Und was? Odox? Genau, Auto Nummer 9. Boah, die sind... Ja. So. Die haben vorne und hinten ein Aero-Paket Upgrade. Die sieht ein bisschen aus wie ein Batmobile und kein Lambo. Ja, ansonsten der... Okay, ja, so schnell kann es gehen. Das ist die Nacht. Jo. Ansonsten sind wir bei 60% Reifen gerade und wir gucken gleich, wie es halt ausschaut und wie Chris sich fühlt. Ja. Wenn wir am besten Ende des Rennens irgendwie vielleicht einen Top Ten machen können, wäre zumindest nicht schlecht für das, was passiert ist. Ja. User was moved to your channel. Ja, alles klar. Ich hatte gerade ein Beratungsgespräch über meine SimmoQ, jetzt bin ich... Jetzt höre ich mal auf zu nerven. Alles gut. Alles gut, du kannst ruhig gerne rumfragen. Nee, ähm... Jetzt werde ich mal langsam anfangen zu konzentrieren. Ich gehe jetzt heute zu... Weißt du auch, was du in dem Programm machen musst? Du meinst mit den Settings? Enable Hightalk. Also ich habe mir einfach von... Wer war's? Fabian habe ich mir einfach die Settings geben lassen, dann hat er mir abfotografiert. Und dann hast du ja oben recht. Muss ich mal in dem Zugatt gucken. Warte, Bus Stop. Da will ich nicht reden. Ähm... Da musst du dann runterscrollen. Da musst du ein paar Sekunden warten und dann kannst du einen Haken in das Feld setzen, damit der Hightalk-Modus dauerhaft anbleibt. Sonst kann es sein, dass du mal hier irgendwo, keine Ahnung, fünf Minuten nicht fährst, dann ist er weg. Dann musst du wieder in das Programm mit einschalten. Ja. 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 Car on Still there, hold you on Clear Clear Oh, noch 17,5 Stunden, ey, kommt mir vor, als würde ich hier schon seit 20 Stunden sitzen Ich hab das Gefühl, also so viel, das passiert auf jeden Fall Ich hab gefühlt gar nichts mitgekriegt, weil irgendwie, ja, weil ich auch noch gar nicht gefahren bin, das ist so seltsam, also halt nur, ich bin noch nicht einen Meter gefahren Ich muss auch sagen, 13 Uhr als Startzeit von 24 Stunden rennen gefällt mir nicht Nee, ich find's gerade richtig Nee, viel zu früh Nee, wirklich, wenn, wenn, wenn du, wenn du 17 Uhr gefahren hättest So, und dann bist du nach dem Schlafen, also nächsten Morgen ab 9 oder 10 bist du im Arsch Aber dann dauert das Rennen nochmal vier Stunden länger Das ist kacke, vertrau mir Wir sind, glaub ich, letztes Jahr um 19 Uhr in den Split gefahren, das war eine Katastrophe Ging gar nichts mehr ab 12 Uhr Ja gut, da ich ja die Nacht durchmache, ist mir das egal, wie dann der nächste Teil geht Ja klar, du bist da ja schmerzbefreit Ich möchte halt möglichst spät aufstehen Für den normalen Rhythmus Also so lange nicht schlafen, dass man wieder da ankommt, wo man eigentlich hin will Nächster Draftpartner hinter dir drei Sekunden noch weg Ja, da machst du Zeit, wa? Aber ich kann mich noch erinnern, mein erstes Langstrengrand, was ich mit das Team hier gefahren bin War irgendwie Le Mans und auf dem Ford GT, GT2 Und mein erstes Team war irgendwie um zwei Uhr nachts Hat mich auch komplett aus dem Leben gekannt Den einen haut's aus dem Leben, der andere denkt sich Paradise So spät erst dann ranzukommen und ja Dann macht man noch einen Fehler oder irgendwas Fehler machen wir heute nicht Luca, stell dir einfach vor Du bist ja jetzt in dem Fall, der sehr spät drankommt Stell dir vor, wir haben kein Damage Du hast Pablo im Split und jetzt musst du wieder gewinnen Jetzt muss ich den Arana wieder überholen Ja, da war ich gestern richtig im Modus Hoffentlich habe ich, dass ich da auch reinkomme Was hast du Alex Arana überholt oder was? Ich habe nicht nur Arana überholt, ich habe auch Jung Ming Kim überholt Ich habe auch Pablo überholt Ich habe richtig fliegen lassen Ich weiß gar nicht, was los war gestern Abend Na, Araucho Okay Der Streamer Der, 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 achso Kenn ich nicht Der hat tausend Zuschauer und fährt gerade im Topsfield, glaube ich Achso Ja, also, hat man schon mal gehört Der, der Pablo Der Pablo Ach, die Ho kommt Hätt ja auch Äh, keine Ahnung So, der vergrenzt sich Es kommt auch aus, nicht Das kannst du dir nicht ausdenken Ein bisschen Öl abgelassen Die Bananenschale abgeworfen So So Odok steht immer noch Zwei Runden Ja, Ho hält leider unseren Draft Partner jetzt auf Ne, jetzt sind es wieder vier Sekunden nach hinten Ja Also kann ich halt schlecht Sprit sparen Jo Aber es ist super bisher Bis jetzt alles sauber gemacht Vielleicht ist es auch umso besser, wenn wir nicht eine extra Runde fahren können Mit den Reifen Fühlen sich echt mal gut an Fühlen sich gut an, meinst du? Ja Sehr gut Ja, easy Okay, Leute, wir fahren das Rennen auf den Reifen zu Ende Yes Schick die Boxen-Crew nach Hause Wir brauchen nur noch D5 Sprit Ja, until the end Stint Ja, Zeiten auch super Nach wie vor im Vierundvierziger Bereich Ja Schön aus Die Monster hat die schnellste Rennrunde gefallen Achso Team Personal Best Ja 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 Aber trotzdem Die Runde war wild LMP innen Clear on the left Der Fahrer vom Odox Motorsport Auto ist jetzt gerade vom Server gegangen Also wir dürften gleich auf P13 sein Hat niemand gesehen Links habe ich jetzt schon Insgesamt haben wir 29 Ja Und wie viel habe ich davon gesammelt? 29 Was? Du hattest keinen Car-Contact, oder? Doch, ich einen doch Oder? Vierer? Also dann hattest du 3, wenn du keinen Car-Contact hattest Ja, der Car-Contact war bei mir Ja, wo die sich dann entschuldigt haben Ja, wo die sich dann entschuldigt haben Naja gut, da kommen wir aber denk ich mal mit klar Jo Ja Ja Ich habe es mir wilder vorgestellt Allein wegen der Basto Absolut Ich meine wir haben über Crash 10x gesammelt Ähm Ja Abzüglich dessen Sind wir halt echt gut im Rahmen Hm Mikrofon muted Also ähm Zum einen, klar die Teams können vom Server gehen Weil sie aufgeben Das äh Hat äh Schwerthardes richtig wiedergegeben Ähm, du kannst aber als Teammitglied auch vom Server gehen Ich habe voll überlesen Also ich Keine Ahnung ob das Sarkasmus war, was er geschrieben hat Aber Guys, just big fangs At the moment Das ist der cleanest Split I ever drove Both sides LMP2 und GT3 Mikrofon activated Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das so gemeint ist Weiß ja nicht Kann man auch wenn man nicht im Cockpit ist, äh due to Packet Loss vom Server disconnected werden? Wenn du eine Unterbrechung hast, ja Okay Oder heißt es immer, dass ein Fahrer äh Beim Join hatte ich das auch schon mal Dann lädt der Server irgendwie nicht richtig Und dann, keine Ahnung, kackt's ab, bevor du überhaupt gejoint bist Ich glaube dann steht das da auch Jujo, mir geht's nur darum, ob das äh quasi nur aktive Fahrer betrifft Ähm Ich glaub nicht Ne, alle Okay Aber sonst hätte gerade einer die Verbindung verloren Alex Tarantino Mhm Wir sind auf 13 Ja, man kann aber auch so vom Server gehen Also ich könnte jetzt vom Server gehen, bisschen trainieren und wieder drauf Also man kann vom Server runter und wieder drauf gehen Mikrofon aktiviert Drei Sekunden bis zum Windschattenpartner Okay Ich glaub das wird in diesem Stint kaum noch was Ich würde das halt so gerne noch mal ohne Damage sehen, ne Das wär halt so geil, wenn wir das Auto halt in dieser Zeit komplett repariert zurück gehabt hätten Da muss ich halt echt sagen Ähm Ist ne Simulation, ist ne Simulation, ist ne Simulation mal beiseite Es ist ein großes Event, man bereitet sich drauf vor und irgendwo möchte man ja doch Spaß haben Es wär halt cool, wenn man tatsächlich Den Schaden komplett wieder herstellen könnte Also reparieren könnte Wenn man das Auto komplett wieder herstellen könnte Weil Das Ding ist Du bist über 16 Minuten hinweg dann doch ausreichend bestraft Warum nicht das, was du erlernt hast, quasi eins zu eins noch wieder geben können Das fände ich halt echt Eigentlich ganz geil Und wäre für mich dann nochmal ein extra Reiz Wenn man das in iRacing so hätte Ich finde es halt wirklich schade, weil Wie gesagt, man kann natürlich die Meinung vertreten Es ist auch vollkommen legitim Ey, in der Realität kannst du halt auch nicht alles reparieren Aber ich bin da noch bei der Perspektive, dass ich sage Ja, aber irgendwo möchte ich ja trotzdem Spaß haben Und nicht im Zweifelsfall in Runde 1 Einen irreparablen Schaden noch davontragen Und hätte am liebsten, dass man irgendwie alles reparieren kann Und die Reparaturzeit ist halt eben deine Extrem große Bestrafung dafür Und ich muss auch ehrlich gestehen Ich finde 16 Minuten Es ist halt mehr als genug Strafe für so einen Crash, den wir vorhin hatten Unabhängig davon, ob wir daran schuld sind oder nicht schuld sind oder sonst was 16 Minuten ist halt schon Keine Ahnung, das ist halt so 16 Minuten Strafe ist halt schon mächtig Also 10 Runden zurückgesetzt zu werden Ja Vielleicht Reparaturzeit nach oben korrigieren minimal Ja, im Zweifelsfall Aber ich würde halt sagen, die Reparaturzeit ist eigentlich schon hoch genug Dass man eigentlich sagen könnte Hey Ey, 16 Minuten, ihr seid gestraft genug Fahrt euer Rennen So Das würde jetzt keinen großen Unterschied machen Das würde jetzt nicht den Unterschied zwischen P13 und P8 oder so machen gerade Aber es würde die Motivation definitiv noch ein bisschen weiter oben halten Auch für Leute, die im Split gecrashed sind Und schon Weil viele geben gerade auf Und im Prinzip jeder, der jetzt Also anders formuliert Wir sind glaube ich das einzige Auto Das mit so einem enormen Schaden noch weiterfährt Und irgendwo ist es finde ich auch eine Bereicherung Wenn der Split tatsächlich noch mehr Autos hat Und wenn wir jetzt sagen könnten, hey Ähm Also vielleicht würde es den einen oder anderen dazu bewegen Dann wirklich weiter zu fahren Und mindestens aus dem Aspekt heraus würde ich sagen Wäre es auf jeden Fall cool, dass wir Ähm, ja Immer reparablen Schaden hätten in iRacing Das würde ich sagen wäre eigentlich ganz cool Also in echt kannst du auch fast alles was mit Aero zu tun hat über ein Quick Release System austauschen Ja Kenne ich mich ehrlich gesagt nicht gut genug aus Kannste recht haben Ähm Kann ich nicht wirklich mitreden Aber ich würde halt sagen unabhängig davon wie es in der Realität ist Ich weiß dafür werden mich jetzt einige iRacing Fans lünchen Es ist ein Spiel So Und wie gesagt, ich glaube jeder hätte mehr Spaß Wenn jetzt die Autos hinter uns Weil wir sind auf 13 Wenn Es ist fast die Hälfte des GT3-Felds jetzt schon am Aufgeben Wenn Diese zweite Hälfte noch dabei wäre Ich hätte mehr Spaß Mit 25 Autos, äh, GT3s im Feld Oder wie viel auch immer wir sind Hätte ich nochmal mehr Spaß Und von mir aus mit ein bisschen mehr LMPs Also, why not? 24 Stunden Rennen arbeiten ja auch mehrere Stunden, äh, um die Autos wieder ins Rennen zu schicken Vor allem auf der Nordschleife Ja, ja gut, da sind sie halt wieder dann beschädigt Mir geht's darum Es ist ein Spiel, du hast die Möglichkeit im Prinzip die Realität zu optimieren Ich meine, nur weil etwas realistisch ist, heißt es ja nicht, dass es immer besser ist Ich meine, stellt euch vor, ihr müsstet in Red Dead Redemption Wenn ihr irgendwie Um euer Leben wieder herzustellen Ihr müsst Beeren essen Oder müsst ihr wirklich die Beeren alle einzeln aus der Tasche rausholen oder so Oder den Beutel rausholen und dann einzeln rauspicken Ich glaube, darauf hätte keiner Bock in Red Dead Redemption Das war ja schon jetzt zu viel Detailgrad für die Leute Und wenn du dann auch noch die Beeren Schon Weit im Vorhinein Essen müsstest Damit du Deine Gesundheit da wieder herstellst Wobei, selbst das ist ja eine Gamification Äh, Sache Gesundheit wiederherstellt funktioniert halt nicht über Essen Sonst wäre ich der gesündeste Mensch der Welt Sondern, äh Es ist halt Ja, also das weiß ich nicht Wie gesagt, ich würde halt sagen In einem Spiel, für den maximalen Spaß Mach einfach den ganzen Damage Lass einfach den ganzen Damage reparieren Lass es 15 Minuten dauern Lass es eine halbe Stunde dauern Oder was auch immer Lass den ganzen Schaden reparieren Soviel nur dazu Man kann eine andere Meinung haben Finde ich okay Ich... Kann sie verstehen Aber nicht nachvollziehen Weil für mich steht irgendwo immer der Spaß im Vordergrund Und nur weil ich sagen könnte Ja gut, wir haben ein realistischeres Erlebnis Würde ich halt ungern sagen Hey, wir haben weniger Spaß Weil Spaß größer Realismus Genau, das sind zwei verschiedene Fahrzeugklassen Deswegen sind die LMPs immer wieder am Überrunden So wie der hier rechts jetzt im Bild Oder vorne im Bild Und unser Auto ist ein GT3 Das ist die langsamere Klasse der beiden Hm? Mikrofon activated Mikrofon activated Mikrofon muted Haben die Haben die mehr Damage? Müsste ja Müsste ja Mikrofon activated Du holst sehr gut zum Porsche auf Der müsste ich irgendwo noch einen kleinen Damage eingefangen haben Die letzten 10-15 Runden Mikrofon muted Kaffee Kaffee Wie warm ist denn die Strecke bei euch? Mikrofon activated Fühlt sich an wie 22 Dave ist quick Und 20 Air Temperature Ja, ach scheiße X3 Danke dir für den Prime Sub Warte jetzt habe ich halt Guck wie bei uns bei mir ist Chris Vienna Vielen Dank für den achten Habe ich es übersehen Falls ja sorry Hi Dave Hallo at all Schönen Abend Bin gerade reingekommen Wie läuft es? Ehre mein lieber Moin 23 Ja gut wie es läuft haben wir glaube ich mehrfach erörtert Lief mal nicht so gut Jetzt eigentlich sehr ordentlich Ja Wir schauen dass wir das Beste draus machen Und äh Vielen Dank auch Kastanienbomber für den Sub Ehre Das müsste ich mit Chronix glaube ich vorgewiesen haben Ich hab die GTEs sind mittlerweile raus aus der Emser Einerseits schade dass GTEs raus sind Andererseits Man hat's kommen sehen würde ich mal behaupten Weil Ich weiß technisch sind's anders als GT3s Weniger Downforce Ich weiß wird jetzt für manche Eine Neuigkeit sein Aber ist so Weniger Downforce Mehr äh Mechanischen Grip Ähm Warte mal haben sie Also sie haben weniger Aero Mehr also weniger Downforce Sind dann halt aber auf den äh Geraden Ticken schneller Ähm Sie haben ich glaube auch andere Bremsen Mehr mechanischen Grip Ähm Ja stimmt haben kein ABS Wegen anderer Bremsen glaube ich dann Also das brauchen sie Wohl nicht Also insgesamt sind sie dann doch schon ein bisschen Spezieller Aber halt auch noch ein bisschen Ich weiß die GT3s sind schon weit weg von Serie Aber noch ein bisschen weiter weg von Serie Sodass es sich gar nicht mehr lohnt Ja wenn ich manchmal Microphone Activated, Microphone Muted mache Heißt das eigentlich nur Dass ich mal ganz kurz Ähm Schaue ob ich Quasi mit den Jungs noch verbunden bin oder nicht Also ob ich da gemutet bin oder nicht Ob ich ein Erklärvideo machen kann zu den unterschieden Ja gut die GTS sind ja jetzt eine aussterbende Rennklasse ne Äh Ich habe das schon mal versucht aber so viele Leute hat es tatsächlich auch nicht interessiert Bisschen schade aber Aber Ist halt so Ja aber kann die GTS auch interessanter finden Ich urteile jetzt auch nicht was ich interessanter finde oder nicht Aber ich sag nur es war absehbar Und aus der Perspektive denke ich gibt es keine zwei Meinungen Es war absehbar weil die GTS halt einfach teurer sind und Zu wenig sich zumindest optisch unterscheiden von GT3s als dass man eine komplett neue Klasse dafür rechtfertigen könnte Eine Runde im LMP mitfahren damit man den Geschwindigkeitsunterschied hat das ist eine coole Idee Let's go Rein mit Gartner So Ich lass es einfach mal auf euch wücken Für den Moment Ich lass es einfach mal auf euch wücken Krass die Top dreieinhalb von 25 26 Sekunden Krass die Top dreieinhalb von 25 26 Sekunden Krass die Top dreieinhalb von 25 26 Sekunden Ich finde es halt spannend dass sie in den langsameren Kurven gar nicht schneller sind oder nur geringfügig Da sieht man es zum Beispiel jetzt beim anbremsen sind sie beide quasi gleich aufgewiesen jetzt ist sie halt quasi am Lambo vorbei Da ist er auch gleich am Christ dran Da ist er auch gleich am Christ dran Ja Also Hauptunterschiede sind halt schnelle Kurven und Geraden hier Da sieht man es auch ganz gut 270, 240 sind wir gerade im Audi schnell Also so 40, 30 kmh hier gerade noch der Überschuss Ja Paaren 30 kmh Ungefähr noch am Ende der Geraden Auf dem Ende der Geraden Und Ghilardi ist an der Box Wait, 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 wait Das sieht Interessant aus Ne ok die sind nur an der Box gewesen Schade Da geht es nicht noch eine Position direkt da vorn P13 Aber wir können noch in 17 Stunden eine Menge Fabrizieren Viel Gutes Und die anderen vielleicht auch ein bisschen was schlechtes Wer weiß Mal gucken So Waitert ist jetzt Mit mir so weit weg von Chris Das ärgerliche ist für uns in den Stints aktuell Dass wir immer dann an so ein Fahrzeug rankommen Wo wir uns mitziehen lassen können Wenn es zum Ende des Stints geht Also jetzt gerade Bringt der Porsche uns halt Im Zweifelsfall 1 Liter oder 2 Liter Das ermöglicht dir eine geringere Standzeit an der Box Ich meine da musst du nicht von 3 Sagen wir von 0 Liter auf 117 hoch tanken Man kann es vielleicht von 1 Liter auf 117 hoch tanken Das sind 0,3 Sekunden die dir das spart Ja Ähm Aber Andersrum wäre es natürlich Äh Cool Wenn man so früh an dieser Person dran wäre Dass man dann quasi 4 Liter sparen kann Und damit Statt dieser 1 Sekunde Noch mal eine Runde Länger fahren kann Weil dann kannst du Eine Runde Muss man mal kurz vergleichen Bei Chris Ähm Er hat den Stint begonnen Den aktuellen Mit 1,45,4 Und jetzt ist er ohne großen Windschatten Bei Ja 1,44 5 Das ist fast eine Sekunde Die du in dieser einen Runde Die du weniger Sprit hast Noch extra rausholen kannst Plus Dass du im Zweifelsfall Am Ende noch einen Boxenstop weniger hast Weil du Entsprechend Äh Ja Ähm Weil sich das einfach immer weiter nach hinten und hinten schiebt So du fährst ja sagen wir mal 55 Minuten Und das dann 25 mal 25 mal sparst du 5 Minuten Da bist du bei 125 Minuten Ähm Jetzt muss ich gerade überlegen Jetzt komme ich durcheinander Auf jeden Fall Warte mal Wenn du 55 Minuten pro Stint hast Sagen wir du hast 59 Minuten pro Stint So Wenn du jetzt 24 Stints an 59 Minuten hast Hast du am Ende einen Stint Bestehend aus 24 Minuten Wenn du es aber schaffst Dass die Hälfte deiner Stints Eine Stunde eine Minute statt 59 Minuten lang ist Dann hast du am Ende Keinen Stint Machen wir dann jetzt gleich Keinen 24 Minuten Stint Also ich würde sagen Alles ab Aber halt Alles Alles um die 50% Hätte ich jetzt kein Problem mit Ja Wie viel Sprit hast du noch? Vier Runden Ja dann gehe ich auf jeden Fall mal flott aufs Klo Dass ich bereit bin falls es los geht Ja Jo gut Achso War noch nicht entmutet bei den Jungs oder? Mikrofon activated Was sagen denn die Zeiten? Mikrofon activated Die sind super Bis äh 44 Medium Low Ja Also im Prinzip kein Drop Ja Das sieht im Vergleich auch gerade echt gut aus Der Porsche vor dir fährt gerade 44,6 Also 1,2 Zehntel langsamer als du Vielleicht kannst du da nochmal 1,2 Runden am Ende sparen Minimal Wo die Hammer hängt, ne? Wo die Hammer hängt, ne? Mikrofon muted Na und hinten kommt jetzt der Audi dran Ja also bis jetzt sehr stark gefahren von Chris Also extrem gut Ja Crazy Und vielen Dank MXIWT Für die 131 Bits Unterhaltung im Krankenhaus durch das 24 Stunden Rennen Danke für die geile Ablenkung Keine Ahnung warum du im Krankenhaus bist Erstmal direkt gute Besserung, gute Genesung Ähm Hoffentlich nichts als Ernstes Hoffentlich Bis auf den Finger gefallen und das muss jetzt irgendwie sich genau angeschaut werden und sonst was Ich werde wahrscheinlich die 14 Stunden durch machen Phil So Ich bin ein bisschen dumm Ich bin im Server noch gar nicht bei dir Weil getreten Ja Du solltest auf den Server sein wenn du fahren musst Ja Ach du scheiße Habe ich gar nicht gedacht Ey okay Ich muss in Zukunft immer in den Start fahren Das kann ich gar nichts Okay LMP Äh Quatsch Geht der GT vor dir Der Porsche ist ne Sekunde weg Hinter dir der Audi auch Ja Okay Luka dann gehen wir mal durch Hast du dein Lenkrad an Ja Hier steht sogar alles Bobby Sitzt du im Simulator Ja Hast du deinen Pulli ausgezogen Hast du deinen Pulli ausgezogen? Hast du deinen Pulli ausgezogen? Ich hab schon den ganzen Tag was getrunken Getrunken habe ich auch Spreading Pains an Wie viele Runden habe ich noch? Hehehe Ähm Weiii Das könnte knackig werden Aber schaffe ich bestimmt Das Wollt ihr jetzt auf den Teil wechseln oder was? Äh nö aber ich sollte ja schon bereit sein Nimm mal bitte einer die Reihe voraus Oh ja Töp 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 Aber diesmal ist ja Sprit-Hagen drin Hehehe Immerhin Hehehe Hast du ne Hose an? Hast du ne Hose an? Hast du ne Hose an? Ne das geht doch wohl Hehehe Soll grad sagen im Sommer Ey bin ich auch schon in Unterhose gefahren Zum Glück ohne Kamera Ey ich hab letztens Vorsicht, der Audi. Ganz kurz, der Audi macht da gerade. Okay, gut, der bleibt hinten. Sehr schön. Ich habe letztens die Doku von Felix von der Laden gesehen. Anscheinend tragen einige Rennfahrer einfach keine Unterwäsche. Im Rennanzug? Im Rennanzug. Nice. Weil diese paar Millimeter anscheinend im Popometer was ausmachen. Ja. Es sind wahrscheinlich auch die, die morgen sich partrasieren, um dann schneller zu werden. Deswegen bin ich ohne Hose schneller. Das ist ja völliger Quatsch. Gerade, du musst doch so oder so feuerfeste Unterwäsche anhaben. Ja, aber wenn du darunter halt gar keine an hast. Ja. Oh Gott, das wirft ein ganz neues Licht auf die Nomex-Anzüge von Rennfahrern getragen, von Formel-1-Fahrern getragen und so. Oh je, mini. Also ich würde ausschalten, bevor sie aussteigen. Also bei ein paar Leuten in der Formel-1 könnte ich es mir vorstellen. Halleluja. Okay, ähm... Chris, ich hoffe, du bist noch voll konzentriert bei der Sache. Na klar. Wo bin ich? Auf der Strecke. Eine Runde, eine Runde. Okay. Also ich habe... 48 Prozent. Wenn ich es schaffe, dann... Ja, das wird. Das wird. Ja, ich gehe mal davon aus, dass... ...wann sie weiterfahren können. Ja, ich denke aber auch. Er ist auch so ein W12-Reifen-Profi. Ja, ich gehe mal davon aus. Hm... Wir sind auf der Strecke, so. Wir sind auf ein W12-Reifen-Profi. Ja, das habe ich auch eben gesagt, immer wenn du an die Box, immer so kurz vorm Stintende geht es dann irgendwo hin, wo du dich dann dranhängen könntest, ne? Ja. So, dass es gerade so nicht reicht für eine Extrarunde oder so, ist immer belastend. Du kannst doch draußen bleiben, wird halt ein kurzer Spaß. Dann habe ich wenigstens die schnellste Rennrunde wieder geklärt. Ja, nochmal die Zeit schlagen und dann einfach aufschlagen, Leute, das war's. Alles klar, Jungs? Ich finde, das Auto ist zu langsam. Okay, ich habe es geschafft. Box, Box, Box. Copy. Ey, wirklich? Das ist auch eine unverkannte Unterlippe. Ich schätze mal, fährst E-Walter, oder? Ja, gucken wir gleich auf die Prozente mal. Ja, super zweiter Stint, Chris. Danke. Jo, nice Stint. Ja, macht das Spaß. Hast du das Gefühl, dass die Reifen alt sind? Fängt langsam an, ja. Ja, wenn es langsam anfängt, dann geht noch ein Stint und danach ist auch Schluss. Luka, was wird gesprungen. Ja, ne, ist so. In seinem Endurance-Rennen, als wir da tagsüber gefahren sind, nach dem zweiten Stint, dachte ich auch, ja. Gut. Mitmerkst du. Sind schon ein paar Runden gefahren. Bist ja auch noch bis zum Schluss gefahren. Ja, bin ich erinnert. Ja, das geht. So, die Strecke ist clear. So, auf'n gutes. Jawoll. Full send. Fuel send? Full send. Hypers sind incoming. Send it. 21 Grad Track-Temperature, by the way. Also noch ein bisschen entspanntere Bedingungen grad. User was moved out of your channel. Na, das könnte wirklich Richtung 19 oder 17 sogar gehen. Kann es sein, dass Luka hier regelmäßig aus dem Channel rausgezogen wird? Warum stehen da sechs Zahlen pro Reifen? Das sind drei, oder? Alter, Innenseite, Außenseite, Mitte. Nicht in dieser Reihenfolge. Oh. Wer ist da? Äh. Oh, der McLaren von P4, P3. Eingeplankt? Ja. Glaub's schon. Nein. Äh. Vorne ein bisschen verzogen, der... Sieht ein bisschen aus. Oh, das war der Drittplatzierte. Oh. Also ich wurde grad von Team Blue gekidnappt. Ich weiß noch warum. Ähm. Aber habt ihr gesehen, dass P3 sich abgeledert hat? Ja. Oh, ja. Ah, ne. Der ist hinten eingeschlagen. Ja, das Hex sieht so ein bisschen aus, äh. Als hätt's einen zu starken Loftab bekommen. Wir gehen auch direkt an die Box. Oh. So schlimm sah das jetzt eigentlich ordentlich aus. Oh, die Achse ist hinten krumm. Das seh ich direkt. Könnten mehr wie 16 Minuten sein. Soll ich mal fragen, how many minutes? Gutes nicht. Du bist komplett verzweifelt. Eieieiei. You have to retire. Please. So, überzeugen sie. Ey, das ist eh nicht mehr wert, Leute. Hört auf. Oder jetzt ruf auf. Das muss ich nächstes Jahr doch mal. Hahahaha. Hahahaha. Jди vorne los. Hier links. Vielen Dank, Wookie, Wookie, oh nice, für die 300 Bits. Ehren Dave macht richtig Bock, euch zuzuschauen und das Rennen ist noch lang. Viel Erfolg, Leute. Was ist denn dieser Hoh-Typ mittlerweile eigentlich? Merci, mein Lieber. Aber die haben sogar noch plötzlich gewonnen. Und vielen, vielen Dank, Merkur, für die 500 Bits. Ja. Vielen, vielen Dank, Leute. Oh ja, der McLaren fällt jetzt weit zurück. Die sind jetzt auf 9. Oh, jetzt sagt er mir das erste Mal an, ich soll auf die Reifen aufpassen. Dann bist du jetzt bei 40%. Das ist bezweifelig. Oder, nee, wo waren wir gerade? Bei 46, bei 45 wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Ah, dann 45, okay. Ja, wie gesagt, bis 30% passiert ja nichts. Weiter. Ich hab mich immer gefragt, wann diese Meldungen ausstoßt. Wenn es 45% sind, okay. Gut zu wissen, auch für das Formel-1-Auto jetzt. Weil du machst das auch. Beim Formel-1-Auto sagt er, glaube ich, bei 20 oder 10% Bescheid. Und bei 0% kriegst du einen Meatball. Was, der sagt dir so spät Bescheid? Ja, der sagt dir super spät Bescheid, soweit ich weiß. Okay. Ich weiß aber, in Spa bin ich noch ein paar Runden gefahren, nachdem er mir die Meldung rausgegeben hat. Kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Dort kann sein. Das ist eine gute Frage. Nee, da bin ich ja mehr Rennen gefahren und er hat es mir ungefähr immer zum gleichen Zeitpunkt gemacht. Und eigentlich hatte ich noch Reifen drauf dann immer. Ja, dann rede ich vielleicht Quatsch. Wäre nicht das erste. Kann auch sein, dass ich komplett am Limit war mit dem Reifen, aber... Okay, oh nice, vielen Dank für den Sub. Ehre, mein Lieber. Kann auch 2.81 sein. Mikrofon aktiviert. Was ist los? Ich bin zu vollgetankt. Kann auch 2.81 sein. Ja, spannende Frage im Chat. Wie viel Zeit kostet der Damage? Was schätzen wir? Ich würde schon sagen... Vielleicht sogar ein halbes Sekündchen. Das kann ich dir dann sagen, wenn ich fahre, weil... Auf dem Testserver bin ich gerade bei 23 Grad in der Nacht, glaube ich... 43,9 gefahren. Rollentank, oder... Ja, du kannst ja nie sagen, das ist ja... Das ist immer temperaturabhängig, streckenabhängig... Wind. Wie viel Gummi jetzt noch drauf ist und so weiter. Also theoretisch müssten wir hier schneller sein, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja. Denk mal, wenn du im mittleren... 44er Bereich unterwegs bist... Hm. Vor allem zu Stintbeginn, dann ist das schon krass. Boah, hab ja noch eine Stunde. Also schon ordentlich... Also ich würde sagen, ganz grob halbe Sekunde, vielleicht einen Ticken weniger, aber vermutlich sogar eher mehr. Weil es wirkt sich halt schon auf die halbe Runde safe aus. Durch die... Geraden. Der McLaren ist jetzt schon auf 11 zurückgefallen. Bitte. Hm. Obwohl er in den Reifenstapel gelandet ist, so viel Damage. Krass. Ja, Reifenstapel kann dein Auto ordentlich zerstören. Ja, also wie gesagt, es kann noch viel passieren, weil... Sicher ist hier niemand. Ja, überleg mal, wir sind gleich 12 da und wir kommen wahrscheinlich vom 20. Platz oder so. Und dann hast du mal eben in ein paar Stunden wieder rausgeholt. Das Geile ist vor allem, wir kommen mehrfach vom 20. Platz aus. Ja. Also, wir gehen sehr schnell nach hinten hier. Ich kann mal vielleicht Kontakt herstellen zu iRacing, dass wir ein 48 Stunden Rennen draus machen. Ich glaube, die meisten gehen dann einfach automatisch auf. Nee, dann würde ich aber natürlich im Rennen die SimoCube anbauen. Ey, ich fahre keine 48 Stunden mit meinem T300 rum. Du sollst ja auch nur wahrscheinlich etwa 10 Stunden vor den 48 Stunden fahren. Die T300 macht auch keine 48 Stunden mit. Nee, das ist so viel... Wobei, also wenn ich bedenke, wie viel Meter ich mit dem Ding hier runtergerattert habe. Ich benutze das Ding seit zwei Jahren und ich bin jetzt in iRacing allein über oder fast 600 Rennen gefahren in anderthalb Jahren. Okay. So, du hast etwa drei respektive vier Sekunden hinter dir zwei Autos, die auf P1 und P4 sind. Heißt also, Windschattenspender könnte bald gefunden sein. McLaren fährt, by the way, wieder mit fünf Runden Vorsprung. Das gibt's ja nicht. Wir haben hinter uns noch ein Auto, was fährt. Gut, welcher Motorsport fährt wieder. Ehre, Menschen. Ja, die beiden hinter dir fahren 44.0, 44.1, also sehr flott. Vielleicht kannst du dich aber dranhängen. Clear. Use your talent, we know how big it is. 1,9 Sekunden noch, ja. 2,3 Röntgen. Use your talent, we know how big it is. We're going to need Robert Stone, take it easy now. Ach, dann der zweite mal. Vielleicht sagt er es auch bei 40%, aber auch schon bei 45. Ja, noch geht's gut, aber es ist noch 24.0. Ja, also alle fünf Prozent war auf jeden Fall ganz gut. Bei allen fünf Prozent, ja, kriegte ich hier neu irgendwie Chef. Jo, also ich würde auch sagen, du musst wahrscheinlich auch nicht groß Sprit sparen. Ich meine, wir haben ja eh dieses Thema Fuel, ähm, ähm, Reifen. Hauptsache erstmal, äh, schön im Windschatten ansaugen können. Right side. Jo, jetzt sind beide vorbei. Interessante Stelle 5. Boah, muss ich mal sagen. Der LMP2 dachte sich auch so. Anderthalb Meter Abstand halten, kenne ich nicht. Aber mitten im 24 Stunden Rennen, Waller muss riskieren. Pokal oder Hospital, denkt er sich auf Platz. Boah, ich muss da jetzt durch, das Rennen ist gleich vorbei. Ey, immerhin war auf P4, also es könnte wirklich für ihn Pokal oder Hospital sein. Ach so, alleshey. Klar, Transportation. Klar, intervene. Mit der Seite? Still da, hold your arm. Still da, hold your arm. Clear. Uiuiui. Car right. Still da, hold your arm. Clear on the right. Ah, the same guy like before. He wrote something again. I think it is really sarkasm. Check to the rod. Clear. Which car do they have? 18. Warte, what do they write? I don't know the running gag. He already said it was a great race. Now he wrote it again. Yeah. Is he writing the message to us? No, no, in the chat. Just big fangs at the moment. This is the cleanest split I ever drove. Both sides, LMP2 and GT3. Auf welchem Platz ist denn der? Wenn er hinten ist, dann weißt du, dass es sarkasmus. Er ist hinten. Ah, okay. Sarkasmus. Aber er hat jetzt beschrieben, unlucky on your crash. Also entweder er meint, ich bin unglücklich mit deinem Crash. Ich schätze mal, dass sein Crash unlucky war. Ja. Oder das ja. Wobei, wenn der Crash, wenn er meint, der Crash war unlucky, dann... meint er ja schon das vielleicht nicht ganz ironisch. Ja. Keine Ahnung. Peppierrand. Fall für Galilean Mystery. Ich weiß noch früher, da habe ich ganz fasziniert geguckt, so war das, äh, gibt es auch Zombies? Und dann dachte ich auch so, oh Gott, sind die da eine heiße Sache auf der Spur. Warum spammt der jetzt alle voll? Ich hoffe, Chris kriegt die Nachrichten nicht? Nö, nö. Okay, nö. Und sei froh, dass es noch schreiben, bei den meisten amerikanischen Fahrern, die, äh, tun über Voice Chat, über ihr ganzes Leben erzählen. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen was... Hey, wie geht's dir? Was, was hast du heute gegessen? Ja, ja. Ich hab heute gegessen. Jeter Fahrer aus Spanisch. Joa, also, wenn er noch ein, zwei Nachrichten schreibt, dann schreibe ich, Samir, listen to my Goals. Hahaha. Stop it Samir. Oh, ich lad mir schon mal Simu Cube Driver runter. Ja. Wahrscheinlich auch noch vierer Update machen. Stell mir das so vor, da ist so ein Countdown für eine Stunde, äh, ja, starten sie den PC neu oder er wird automatisch neu gestartet, um die Treiberinstallation abzuschließen. Und du so, ja, okay, start mal mein Stint. Dann habt ihr offiziell die, die Berechtigung, um mir das Gelenkrad inklusive Base ins Gesicht zu werfen. Dann habt ihr mich tanken dann. Auf welcher Höhe? Hahaha. Wie fest. Einfach. Einfach rein da. Okay. Dann hab ich das wirklich verdient. Cool. Full send. Send it. Hahaha. Ey Volk, ihr habt das scheiß Ding oben oben. Ihr habt noch nie so'n kleines kompaktes Ding mit so'nem Gewicht gesehen. Das hör ich öfter. Hahaha. 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 Oh Mann, ey, was ist denn hier los? Nachmühle kommt blöd. Hahaha. So ne typische Nachtschicht wieder. Hahaha. Hahaha. Vor allem Nachtschicht ist es halb 10, der Lamp, der Sandmaschicht gerade eben erst. Hahaha. 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 Chris, lass dich gleich abfliegen! Hahaha. Mich r Positive. Ok, klar, entlang. Got you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Virtual Motorsport steht wieder Oh Ich glaube das ist aber nur ein Stop Könnte sein Der Fahrer ist ja zumindest noch drauf Okay hoffen wir mal dass er es nicht wirklich alle 5% sagt Wir können ja mal überlegen Er hat es jetzt seit wir die Reifen aufgezogen Oder drauf gelassen haben dreimal gesagt Dann können wir mal gleich gucken Weil wie viel Prozent das immer im Durchschnitt passiert Ja ganz ehrlich Also wir fahren tiefe 45er Zeiten Ich mache mir um die Reifen gerade echt keine Gedanken Ne es geht nicht darum Aber allgemein mal als Indikator Achso Das ist gut zu wissen Man hat ja sonst keinen Anhaltspunkt Wo man gerade ist im Stint Das stimmt Ja machen wir Chris wie fühlt es sich an? Immer noch gut? Ja lässt sich fahren Ja wirklich ich bin heiß wie Frittenfett Das geht gar nicht Ja ist doch geil Macht doch Spaß Ja ich bin Boah Auto ist gut Ja Lukas du musst noch Müschen Reifen bestimmt richtig geil Du musst 5 Runden zum Auto vor uns gut machen Müschen Reifen Müschen Reifen Ja Elplan Das ist der Weg Giga Giga ist es Giga ist es Auch eine interessante Theorie für jeden Reifen der 45% erreicht Ja wobei da wäre Weiß ich nicht Ne ich glaube nur Für den ersten Reifen der ist erreicht Ich könnte mir vorstellen dass er es ab 45% für alle sagen wir mal 3 oder 4% sagt Ich kann mir nicht vorstellen dass wir jetzt wirklich bei 35% stehen Bei mir hat er aber auch noch nie mehr als einmal das gesagt Hm Bei mir hat er es einmal bei 48% gesagt Vielleicht sagt er das irgendwie periodisch dann Vielleicht muss man auch auf die Zeitabstände achten und es ist immer nur derselbe Zeitabstand in dem er das sagt Die 14 hat uns ein weiteres mal passiert ohne uns abzuschießen Ein hoch auf die 14 Michelin ist vom Server runter weil kein Packet Loss hier Dingsbums Aber der ist auch erst connected Ja Aber ohne Michelin wird es schwierig die Reifen zu wechseln Auto hinter uns noch 2 Sekunden weg Das für die Das uns dann überrundet Vielleicht geht da ein bisschen was noch im Draft Ich glaube wir sind ja auch bei 16 also du warst jetzt bei round about 17 Runden oder so Vielleicht schaffen wir auch die das wäre sehr cool Im Chat wird gerade gefragt was in den letzten 20 Minuten passiert schreibt mod vor mir ja mein Montepudding ist leer aber sonst nix Der Montepudding Der Montepudding Christoph Montz Der Montepudding ist alt Na der Führende in der Klasse ist Der 1 von P8 an der Box Ja vielleicht war er auch deswegen so weit vorne Das ist so weit vorne Der Montepudding ist alt Das ist dann weiter Ich bin echt drastisch Ich bin echt drastisch Not Auf der Seite Ich bin echt drastisch Ich bin doch drastisch Bist komplett unten. Vielen Dank. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich kann die Simucube erst einstellen, wenn sie verbunden ist. Ich muss sie doch noch anbauen. Ja, hast du nach dem Stint ja ewig viel Zeit, ne? Ja, ich sollte ja eigentlich schon schlafen um die Zeit. Weehoo! Der ist einfach rübergezogen. Was war das denn gerade, ey? Oh, Mann. Was ist jetzt mit dem passiert? Der ist nach rechts rübergekommen. Beim Anbremsen. Hat's denn jetzt in die Wand kauen? Ich hab's gar nicht. Ich glaube, der ist aktiv rübergefahren. Nee, nee, hat's ihn jetzt in die Wand kauen? Nee, nee, der ist einfach zum Stehen gekommen. Okay. Was macht der denn? Was ist denn mit Carsten los? Sieht ja gar nicht gut aus. Jetzt blinkt er dich auch noch an. Ja, dann fahr gerade aus, den Jungen. Für was? Mein Gott, Junge. Oioioioi. Summer. Jetzt kann ich auch blinken. Hehehe. Vorsicht, sonst Breakcheck werde ich noch. Hehehe. Blink ihn zu. Zeig ihm deinen Hass. Hehehe. Das war jetzt so ein typischer Konzentrationsfehler. Ja. Der dachte halt, der sei vorbei und ist rübergezogen. Da ist ja nichts passiert. Ja. Zum Glück. Hat sich selbst bestraft. Ja, richtig. Der Ui-Tard hinter dir, der holt ein bisschen auf. Ähm. Ja. Davor waren wir hier vorne. Vielleicht hat er keine Reifen gewechselt. Das könnte dann tatsächlich unser Lohn dessen sein, dass wir halt so mutig bei der Reifenwahl sind. Man muss ja gleich ein bisschen Gas rausnehmen, aber man lässt sich noch sicher fahren. Das ist gut. Ähm. Ja, ansonsten... La Mana. Packet Lust. Ansonsten zum nächsten Stint, äh... Ist 56% Breakbuys bei dem Setup Standard? Nein. Okay. Dann kommen wir... Ich hab jetzt mal vorne gestellt. Okay, okay. Ja, können wir gleich nochmal dann anpassen. Ja. Am Ende ist es. Ist jetzt ein bisschen besser eingelenkt, weil die Hinterreifen platz sind. Boah, LMP behind. Nächster zwei Sekunden noch weg. G Scott. Fantastic guy. Stopt down for another crew driver. Die Fände, Rick. Vielen Dank für den zweiten Monat. Guckuck. Ihre Digi. Moin. Guckuck. Und vielen Dank, TheFox, für den Prime Sub in den siebten. Viel Erfolg weiterhin, Hashtag KeepFighting. Ehre mein lieber. Vielen Dank. Mikrofon aktiviert. Oh Mann. Okay. Du bist doch krank, Tonio. Oh Mann. Warum fällt denen eigentlich immer bei uns ein, dass sie auch mal innen überholen könnten? Ja, verstehe ich nicht, aber gut gelöst von Chris. Team 46 gefahren eben. Nee, krass. Jo, ansonsten schlagen wir uns immer noch wacker. Fünf Runden immer noch Rückstand zu Comics 2 und Pink. Wenn es das erste Mal auf vier Runden runtergeht, dann können wir sicher sein, dass wir aufholen. Weil es pendelt immer zwischen fünf und sechs Runden Rückstand. Ja, die haben in Runde 224 ihren Stopp gemacht. Wir haben 225, okay. Relativ ausgeglichen sogar. Aber dadurch, dass wir halt ein paar Runden zurück sind, kommt unser Boxenstopp, glaube ich, immer ein bisschen später als deren Stopp. Heißt, so ein paar Runden versetzt ist immer, dass es mal so nach oben geht und mal wieder kurz nach unten und 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 und. Ja, mal schauen. Ja, es kann doch super viel passieren. Wir haben gerade mal ein Drittel bald durch des Gesamtrenns. Das ist eine Menge. Das ist der zweite Stint von Chris, das ist der dritte Stint von Chris. Der fährt das auf Reifen, die schon vierstens jetzt drauf haben. Jetzt hat sich der Renningenieur in der Weile schon nicht mehr gemeldet. Also die Reifen scheinen noch... Also sofern es bei fünf Prozent immer passiert, in fünf Prozent Schritten ab 45 Prozent, scheinen die Reifen noch definitiv über 35 Prozent dann zu haben. Oder? Warte mal. Hat sich schon dreimal gemeldet. Über 30 Prozent zu haben, so. Ja, mal schauen. Ja, der aus dem Clip, der mit dem großen Crash, das war wirklich nur Lost. Machste nix, passiert. Gab auch schon 24er, wo wir deutlich glücklicher unterwegs waren. Ja, das ist halt eins, wo es halt leider sehr unnötig zu sowas gekommen ist. Also das Disconnecting kann ich auch verstehen. Ja, passiert irgendwie, dass man gedreht wird. Vielleicht auch, weil man ein bisschen selbstaggressiv auch reingegangen ist. Passiert auch, ja. Aber das war halt für mich einfach nur komplett unnötig, diese eine Sache. Also da habe ich wirklich wenig Verständnis, so. Reifen halten wahrscheinlich sechs Stints, meine ich. Fährst du auch aktiv mit? Sechs Stints sind schon optimistisch, würde ich vermuten. Weil bei uns gehen die Reifen schon gerade ganz gut ein. Ich denke, in der Nacht sind fünf Stints drin. Joa, so beim Mix zwischen Tag und Nacht vielleicht vier und mittags drei. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt genau machen. In diesem, was genau meinst du da, Ferrari, Paul? Also 24er wird es dieses Jahr mit Sicherheit auch geben, ja. Mit Phoenix. Also, ich muss sagen, ich war halt, ich war halt am Anfang insbesondere deswegen so ein bisschen verunsichert und immer so zögerlich, weil ich, ja, an mir selbst so ein bisschen Zweifel und gezweifelt habe, was insbesondere auch die GT3-Performance angeht. Weil, ich bin in iRacing in kurzer Zeit jetzt zwar wieder von 2500 auf etwa, etwas mehr als 3000 Rating hochgeschossen, 3200 etwa, aber das kam halt durch den Mercedes, durch den Mercedes-Formel-1-Wagen. Deswegen hatte ich mir auch jetzt den zweiten Account gemacht, weil ich mir von Anfang an nicht so sicher war, funktioniert das jetzt hundertprozentig safe mit ähm, dass ich Alter da wollte die 14 mal wieder innen überholen. Ja, da habe ich ihn aber auch gelassen. Nur fürs Meme doch mal gesagt. Ähm, also deswegen habe ich mir den zweiten Account erstellt, weil ich mir nicht sicher war, kann ich diese 3,2K Pace matchen. Manche Leute im iRacing-Cosmos haben das in den falschen Hals bekommen, dachten, ich würde mich jetzt als äh, Team Redline-Mercedes-W12-Fahrer sehen, nur weil ich jetzt, äh, von zweieinhalb K auf über 3K-Rating in einer kurzen Zeit geschossen bin, mit dem Mercedes. Ähm, ja, muss ich euch enttäuschen, tut mir leid, ist nicht so. Aber, okay, Phoenix Team hat gefehlt. Äh, habe ich mir schon gedacht, deswegen beantworte ich die Frage jetzt auch so ausführlich. Aber es hat halt am Ende sich jetzt doch herausgestellt, dass meine Pace im GT3 wohl auch recht angemessen ist für das Rating, wo ich derzeit so stehe. Ich glaube, das haben wir vorhin ganz gut in meinem Stint gesehen, dass ich da recht ordentlich unterwegs war. Das haben wir in den letzten Tagen in den Daytona-Anser-Rennen gesehen. Das, äh, hätten wir noch eher gesehen, wenn, äh, mein Auto nicht kaputt gewesen wäre, oder wenn unser Auto jetzt nicht kaputt gewesen wäre, jetzt, in den, äh, Rennen. Was halt schade ist, aber hey, ist halt so. Aber ansonsten, sag ich mal, hat mir das jetzt eine gewisse Sicherheit gegeben, dass man sich diese größere Herausforderung als sonst vorgenommen hat, sich dieser gestellt hat. Und Stand jetzt, jetzt kann ja noch viel passieren, ganz gut abgeliefert hat. Gesundheit. Was? Danke. Du hast mich gerade super verunsichert. Ich dachte, ich wäre die ganze Zeit nicht gemutet gewesen. Danke dir. Mikrofon muted. Du hast gemutet, aber ich hab, hab deine Kamera bis hin gesehen. Das war, gesunder, Alter. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Jo, danke. Alter, ich war gerade so verwirrt. Ich dachte schon, ich hatte kurz, wahrscheinlich das gewisse, dachte so, ich habe doch jetzt nicht Chris die ganze Zeit voll gequatscht. Nee, wir haben nichts gehört. Macht doch nichts. Okay. Ja, nee, ich quatsche gerade kurz so ein bisschen mit dem Chat. Mikrofon muted. Ähm, ja, nee, also, ähm, Stand jetzt ist es halt so, ich, sonst schlägt man hier auch ein. Fühl mich recht wohl, ähm, und, ja, ist halt sehr, sehr cool und die Leute sind eh cool. Also, äh, insofern, ich sag mal so, ich denke, wir werden, Na, wenn das so ist, kann ich auch hier ein bisschen Stimmung reinbringen. Ich denke, wir werden doch mal ein bisschen quatschen. Dann mach doch mal Stimmung. Stimmung. Und schauen, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Danke. Jo. Wir werden auf jeden Fall Muka anmachen. Jubel. Vielleicht wird das, vielleicht ist ja so eine kleine Karaoke-Nacht. Oh nein. Oh, da. Jetzt habe ich auch richtig zugezogen. Ich habe Luca um drei Uhr nachts. Never gonna give you ups. Never gonna let you down. Uptown girl. Ja, oder California girls. Da können wir aufhören. Klassiker. Wie gegen nochmal California girls. California girls. Ah. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ich werde mir auf jeden Fall Musik anmachen. Wenn ich hier drei Stunden oder so auf jeden Fall fahren will, dann... freu ich das. Oder du machst dir so ein Drei-Frage-Zeichen-Hörbuch an? Nee, schau was. Also erst mal, ich habe drei Fragezeichen-Kids habe ich geliebt, aber drei Fragezeichen-Normal. Ey, wirklich, das ist die gruseligste Scheiße, die ich je gelesen habe. Ey, ich habe ein Buch gelesen, ich habe 15 Seiten gelesen und habe gedacht, okay, Mama, ich möchte das Buch zurückgeben, ich will das nicht mehr lesen. Wie alt warst du da? Keine Ahnung, ich war in der Grundschule, glaube ich. Achso, okay. Seitdem habe ich drei Fragezeichen die mir angepasst. Ich dachte 16. Nee, nee. Ich kann mir vorstellen, dass das immer noch Spooky ist. Ich war 29. Oh, Vorsicht. Der geht innen rein. Quiss, quiss. Da kommt noch einer. Still there, hold your line. Clear. Ja, aber sehr gut. Die hinter dir haben halt viel frischere Reifen und du hältst, also du hältst dich echt gut vor den. Da geht's auch vor Position grad. Die Penal-Job. Boah, da hat jemand geschrieben, dass wir smarte Teammates sind. Ich bin gleich rot. Ich küsse deine Augen. Oh Gott, das will jetzt nicht. Vielleicht gibt's mit einem Kritikgespräch. ganz ehrlich. Ich finde, wir können uns den Spaß erlauben. Ich genieße das. Wir müssen uns ja irgendwie über Laune halten, oder? Absolut. Du kannst fünf Runden noch fahren. Ich glaube, du musst minimalst noch fuel saven, aber fünf Runden gehen safe noch. Sagt der Sprit. Was die Reifen sagen, kann ich nicht sagen. Oh, das geht so. Ach, sonst sind hier ist ja auch echt schnell fertig gefahren, ne? Ja, irgendwie schon. Das stimmt. Die ganze Zeit zu tun. Ich habe auch gerade so ein bisschen darüber gequatscht, ob es noch 24er in diesem Jahr geben wird, wie es mit dem Team Phoenix ausschaut, ob es da eventuell noch mal weitergeht und dann habe ich gesagt, ja, der Luca Alpert, der ist nicht smart, deswegen hat jemand gesagt, ja, doch, der ist smart. Nee, Quatsch. Nur so, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Macht Laune. Deshalb bist du immer herzlich willkommen, wenn du irgendwie Bock auf ein Langstreitenrennen hast oder irgendwas. Jo. Ja, definitiv. Vielen Dank. Ja, so ungefähr habe ich das aus meiner Sicht dann auch kommuniziert, dass, okay, wie formuliere ich es jetzt genau um? Dass ich mir wünsche, immer willkommen zu sein. So. Ja, gerne. So jederzeit. Jawohl. Nächstes Mal laden wir auch den Herrn Ho ein noch ins Team. Dann können wir nicht abgeschossen werden. Mach dir deinen Feind zum Freund. Das ist wie der FC Bayern so. Wenn du Gegner hast, die dich zerstören, dann kauf sie. Also, ich bin Opfer fertig. sauber. So, no pressure. Ich will jetzt 43er von dir sehen. 43? Jo. Boah. Mit Windschatten. Müsste drin sein. frischen Reifen. Müssen wir erstmal nochmal die Checkliste durchgehen. Hast du deine Simulation an? Ja. Diesmal bin ich auch im Sinne. Hast du Hosen an? Selbst wenn, ich habe hier keine Kamera, die das kontrolliert. Okay, dann ist es mir egal. Wir hätten vorhin drüber gesprochen. Da kommt der LMP. Okay, ich möchte einschätzen, wie gut dein Popometer heute ist. Hast du Unterwäsche an? Die Seiden, die gute Seidenunterwäsche, damit sie sehr gut ist. Heute geht es also beherzt ans Popometer. Three laps to go. Three laps und du bist free. Hoffentlich verfällt Chris nicht dem Stockholm-Syndrom. Da kommt noch ein LMP. Jo. Und denkt sich so, nee, ich möchte die Reifen nicht wechseln. Ich möchte die weiterfahren. Luca, du musst noch eine Stunde warten. Nee, also ganz ehrlich, ich bin jetzt wirklich... Nee, ich muss jetzt fahren. Wir fahren jetzt einfach einen Infinity-Stint. Wir wechseln sie nicht. Fang mich doch ein, Luca. Ja, ich versuch's ja. Wenn ich jetzt wieder nicht fahren kann, dann laufe ich an der Decke. Oder solch. Das würde ich gerne sehen. Bitte nicht die Boxer-Shorts. Ja, ja. Das wäre jetzt geil, wenn Chris an die Box geht und plötzlich so, ja, du hast noch 45% Reifen. Oh. Tschüss. Nee, aber echt sauer. Nein, alles gut. Ich glaube, langsam hat Chris auch keinen Bock mehr. Das würde ich nicht sagen. Geht so. Vielleicht auf die Reifen. Vielleicht auf die Reifen. Kann man die Gummiewurzel eigentlich aufsammeln neben der Strecke, sodass es unangenehm wird fürs Fahren? Oder ist es nur optisch? Glaube ich nur optisch. Die Gummiewurzeln sind optisch, ja. Usher an der Box. Einzige, was man aufsammeln kann, ist Kies. Krass. Okay, keep pushing, Chris. Sollte es, glaube ich, jetzt auf safe in zwei Runden noch fertig fahren können. Du hast den Stint so acht, neun Sekunden hinter Uythert begonnen und du bist vier Sekunden vor ihm jetzt noch. Das ist bärenstark. Auf was für Reifen waren die? Also, wie alt? Das ist eine gute Frage. Ich gucke mal. Drei, drei, vier, fünf. Das ist Team 75, wo der drin ist. Ja. Ähm, müsste zweiter Stint oder so gewesen sein. Ja. Gut, vielleicht hat, äh... Außer er hat von Hermann übernommen. Boah. Hermann ist drei Stints gefahren. Ich glaube eher nicht dann. Ach so. Okay. Ja, gut. Gut, wäre auch ein Penta-Stint. Das ist eher ein Hobby für mich, also ich muss es nicht tun, wenn ich es nicht mehr tun kann. Wobei ich glaube, ich glaube, es wäre taktisch klüger nach zwei Stints abzugeben bei einem Penta als nach drei Stints, weil man wenigstens auch halbwegs frische Reifen hat. Ja, also Stand jetzt kann ich schon mal sagen, äh, Luca, wenn die LMPs dich im Oval überrunden, das ist auf jeden Fall ein Segen, weil da kriegst du noch ein bisschen Draft mit. Okay, final lap of the Stint. Okay. Und Ricky, Ehre für den siebten Monat, sieben Monate Let's Go, erstes Twitch-Baby-Incoming, aber unterhalts halt ich auf keinen Fall. Ehre mein Lieber. Dazu würde dich auch keiner verdonnern. Joa, Erik, wir kommen jetzt nach und nach zurück. Wir sind jetzt auf 13 schon. Ich glaube von 17, 18 irgendwo, wo wir zwischendurch waren. Ähm, joa, und wir pflücken quasi alle Freebies auf und hoffen, dass 12 Freebies vor uns noch erscheinen. Wir freuen uns, dass es wirklich vor ist. Mikrofon aktiviert. Jawohl. Box, box, box. Nee, nee, nee. In, 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 in. No, 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 no. So, sehr stark, Chris. Ja, danke, danke. Heftig. Luca, du musst gleich noch, während, äh, nachgetankt wird, zwei, drei Settings bei TC und so umstellen. Chris? Ja, kreieren. Was habt ihr gemacht? Nee, brauchst du nicht. Ich stell dir wieder runter. Achso, okay. Dann macht das, Chris. Fraktion auch auf sieben wieder, aber ich fand acht ganz gut. Äh, yes. Äh, breakbar ist? 55 lassen. So war Standard. Ich hab wieder zurückgestellt. Top. 32, da hätten ja noch zwei mitfahren können. 15, ja, einer noch. Ja, ich glaub, doch, irgendwann verlieren wir mehr Zeit als wir gewinnen. Ja. Ja. Das war jetzt schon gut ausgenutzt. Ist halt die Frage, hat das uns jetzt wirklich am Ende was gebracht, oder hätten wir lieber einst und weniger machen sollen, dann? Fangen wir da jetzt Lebensmühe mitverbringen, das auszurechnen, fahren wir einfach. Ja. Wir stehen jetzt nicht in der Position. Wir fühlen uns einfach, als hätt's was gebracht. Genau, wir, wir, wir kommen uns vor, wie, wie hieß er? Brown? Albert Einstein. Ja, oder der. Ross-Braun meinst du? Ja, Ross-Braun. Braun? Braun, ja. Ross-Braun. Willst du dich wie ein braunes Pferd? Ja, der smarte Typ bei Ferrari damals. Ja, der eine. Ross-Braun. Der eine, die es da gab. So, toi toi toi. Danke. Ah. Im Endeffekt, keine Ahnung. War mal Reifenwechsel sparen, sind niemals 30 Sekunden, ne? Und so viel haben wir nicht verloren. Also, niemals. Verloren haben wir ja. Wie viel kostet das, Reifenwechsel? 25, 30 Sekunden, würde ich sagen. Ach so, ja. Dann haben wir auf jeden Fall dazu gewonnen. Ja, ja. Das hat nie im Leben eine Sekunde pro Runde gekostet. Ah, what? So, Luca. Gib mir gleich mal durch, wie du dich fühlst im Auto. Und nächstes Auto vor dir ist neuneinhalb Sekunden weg, dann hast du einen Draft-Partner. Copy, copy. Das Heck ist minimal Loser. Okay. Musst du aufpassen, der Bus Stop. Mhm. Im Prinzip, als würden wir das Setup davor fahren. Ja, so ungefähr. Kannst du dir das 4.2 ja so lose? Nö, so sehr nicht, aber. Das Auto finde ich gerade auch nicht so lose, tatsächlich. Also, beziehungsweise bei mir war es noch nicht lose. Ein bisschen, ne? Nicht, nicht viel. Mhm. Aber ein bisschen spürst du halt was. Ich habe es vor allem hier in der Kurve 3.2 gemerkt. Also vor dem King, die Rechtskurve. So, ich gehe mal was zu essen machen. Jo, guten. Danke, bis gleich. Jo, guten. David, quick. Boah. LMP innen. Boah. Bye. Ey, wirklich. Es geht schon wieder los. Ich fahre nicht mal 5 Minuten. MSK, Pace, vielen Dank für den Prime Sub. Ehre für den Prime Sub, Messi. Muss der Spoiler so schief sein? Ähm, auf dem harten Schwierigkeitsgrad ist es so, ja. Wir fahren asymmetrisch, das ist der Dampfer. Auch was der Flügel bedeutet. So, erste Runde ist eine 44.3, sehr gut. Ja. Fühlt mir auch wohl, macht Spaß. Der McLaren fährt zwar da 43.7, also da wird es schwierig, da aufzuholen, einen Draftpartner zu finden, aber einfach mal weiterfahren. Und Ehre, DC-Scanner für den Prime Sub und den zweiten Ehre. Könnt ihr. Merci, mein Lieber. Mikrofon activated. Mikrofon Car right, keep to the left, clear Car right, keep to the right, keep to the right Car 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 right Untertitelung des ZDF, 2020 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 Clear. Car on. Clear. Clear. Ja, Usher verteidigt sich da auch nicht großartig. Er hat gerade den anderen vorbeiziehen lassen direkt. Ja, also der Luca ballert hier jetzt schon direkt richtig, richtig starke Zeiten rein. Aber hat er gesagt, 43,9 ist er halt bei 3, 4 Grad mehr gefahren. Ich glaube, jetzt war seine beste bis in der F44-1. Weiß nicht, ob mit oder ohne Windschatten. Aber, ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ich fordere dich, ich antworte nicht immer auf alles, weil, glaube ich, mein Endmute-Geräusch lauter ist, als das, was ich danach sagen würde. Also, versuche ich das einfach mal ein bisschen... Okay. Alles gut. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Okay, ich gebe dir die ganzen Infos einfach durch. Wenn es zu viel wird, sag Bescheid, aber ich bezweifle, dass dir das zu viel wird. Ich hoffe, es ist alles wunderbar. Rettungsgericht. Klar auf dem Weg. Jo. Fahrrad. Klar. Das ist pro Runde mehr als eine Sekunde. Das ist richtig geil. Also, wie wir jetzt hier rankommen, ist echt sehr, sehr schnuckelig, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, ich bin schon gefahren und ich werde, wie der Command sagt, gegen ein oder zwei Uhr wieder fahren. Ja, wir hatten gerade 16,5 Rückstand. 13,5. Okay, da passiert wieder irgendwas. Mal kurz gucken, was in der Runde bei ihm war. Muss eigentlich irgendwas passiert sein, was so darüber hinaus geht, oder? Über normales überrundet werden oder so. Nee. Das ist nicht. Ja. Nö, 45,5. Habe ich mich gerade einfach in dem Abstand vertan? 12,7 noch. Krass. Ja. Also, Luca macht das gerade sehr, sehr gut. Ja, natürlich, äh, wenn man das mit, äh, den Stints von Chris vergleicht, hat er jetzt, äh, die frischeren Reifen. Insofern... Also, wer mit den, wer, wer die Lichthube gegeben hat, aber... Ähm... Ja, insofern, äh, 100% vergleichsweise ist es nicht. Aber wenn wir uns eine Sache gerade anschauen, wow, das habe ich gerade eben erst gesehen. Äh, der Van der Ven und der, äh, Van Ujtert, die fighten gerade beide gegeneinander immer noch um die Position und sind jetzt 15 Sekunden weg. Die waren eben ja bis auf 5 Sekunden oder so etwa rangekommen. Das heißt, stand jetzt, haben wir die deutlich stärkere Pace, trotz beschädigten Autos. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt insane, wie ich finde, dass wir da gerade schneller sind, obwohl wir, ähm... Ja, im... Obwohl wir eigentlich, äh, eine Beschädigung haben, dass wir da so flott unterwegs sind. Das ist krass. Vor allem jetzt gerade halt die Jungs, ne? Jungs. Schmierwurscht, vielen Dank für den Tipp. Ui, auf dem Phoenix-Account wird gerade die Sicht von Team Blue gestreamt. Danke. Kann man da also wieder mal Ausrufezeichen Phoenix gleich eingeben und, äh, ja, auf die... Auf die, äh, auf das andere Team gehen. Wird das Auto noch ganz repariert? Nein, gar nicht mehr. Moin, Dave, wo ist die Beschädigung? Moment. Unser Auto sah kurzzeitig... Okay, das war vielleicht jetzt ein Fehler. Unser Auto sah zwischenzeitlich so aus. Ich gehe jetzt mal auf Rearchase. Damit man das in seiner vollen Pracht genießen kann, wie dumm dieses Manöver ist. Das ist diese, äh, ebene Fläche ist der Apron. Da sollst du nicht überholen, laut Sporting Code. Und normalerweise überholen LMPs außen. Und was denkt er sich? Hm. Ich überhole mal in. Das ist jetzt eine grafische Fehldarstellung, dass unser Heckflügel komplett weg ist. Aber so sah das Auto zwischendurch aus. Und wenn du den Sporting Code missachtest, kannst du gut und gerne mal eine Woche einen Bann geben von iRacing aus. Wenn das reportet wird. Ja. Und wir haben immer noch ein bisschen Schaden, was seitdem da ist. Heckflügel ist so ein bisschen schief. Auto an sich auch ein bisschen krumm. Ich glaube auch vorne ein bisschen, oder? Ich würde schon sagen, dass hier ein bisschen die Motorhaube eher angezogen ist. Ja, da sieht man es auch. Da passen die Spaltmaße auch nicht mehr. Das zeigt ja schon, dass Auto ist... Also in der Realität wäre es halt ein ziemlicher Totalschaden gewesen. Ähm. Da hätte man noch mal mehr als 16 Minuten dran arbeiten können. Aber, ja. Ist jetzt halt so, ne? So. Der Zeitgewinn zu Usher ist insane. Gleichzeitig, weil der keine Musik mehr macht. Hm? War was? Am heftigsten war der Pinker am Brennstadt, der zum Mond geflogen ist. Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Du hast gerade 1,4 Sekunden zu dem Auto vor dir gut gemacht. Weiter so. Wenn du so weitermachst, bist du in 6 bis 7 Runden dran. Was? Gut. Machen wir. Geh mal, was ist das? 10 Sekunden. Äh. Machen wir irgendwie Fuel Saving oder sowas? Boah. Ich würde sagen, du kannst gerne durchpushen, wie du willst. Also. Kannst du Fuel Saving mit Reifen saven kombinieren? Äh. Also Reifen saven mache ich eigentlich eh schon. Okay. Ja, dann mach einfach nur, guck einfach nur auf die Reifen. Weil ich würde sagen, wenn wir halt 150 Runden zum Beispiel fahren können, ohne Fuel Saving und mit Fuel Saving irgendwie 160, in 5 Stints, dann würde ich halt eher 150 nehmen für den Panthers Stint. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser am Ende. Gut. Mikrofon Muted. Ja. Mikrofon Activated. Aber falls du nochmal die eine Extra-Runde rausholen kannst, ich meine, dir fehlen ja 0,3 bis zur Extra-Runde, kannst du auch ruhig rausholen noch. Aber ich probier's mal. Jo. Mikrofon Muted. Das sind jetzt 9 Sekunden zu dem Usher. 1,44, 4. 1,1 Sekunden haben wir gerade aufgeholt. Sehr schön. Ja, sieht sehr gut aus. Team OTL. Ich gucke mir das mal sofort an. Mal kurz den Clip anschauen, der da reingeschickt wurde. Mal verwirrt, weil ich gerade gesehen habe, Luca Alpert. Und ich dachte, hä? Jo. Äh, RIP. Ei, ei, ei. Runde 1. Das ist halt so bitter. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Gibt's denn, äh, das ist ein Clip von unserem Crash? Ja. Ausrufezeichen 24h. Ich zeig's gerade nochmal einfach. Du bist komplett ungraining. Du bist doch ungeschrieben. Ich war komplett verwundert. Ich dachte, wer zieht jetzt gleich nach oben. So wie jeder LMP-Sinn war. Also kurz zur Erklärung für alle, äh, eigentlich überholen LMPs außen. Das ist auch kein großer, großes Ding. Und eigentlich als LMP, der sechs Runden zurückliegt, hast du es auch nicht so eilig, diese 0,01 Sekunden, wie du viel leichter hinten schwarst, äh, die auch zu holen. Ja, außerdem ist es also auch nicht so, um den Squat-Hank-Code komplett verboten auf der E-Pil zu holen. Jo. Dafür werden Leute ausgeschlossen, wenn sie das auf Start und Ziel machen. Und Rundherz. Clear. Du bist komplett unten. Das ist doch ungeschrieben. Ja. Pain. Mhm. Gab es eine Strafe für den? Im Rennen gibt es keine Strafe. Im Zweifelsfall wirst du eine Woche ausgeschlossen aus iRacing. Äh, ja. Das ist im Prinzip die Strafe, die man, die man da ausspricht für sowas. Wenn man befindet, dass das ausreichend, äh, ja, wenn man findet halt, dass es ausreichend schlimm war. Jetzt mal, um es ganz basic zu formulieren. So, 44, 4 war es eben. 44, 5 ist es jetzt. 45, 4. Jetzt neun Zehntel aufgeholt in der abgelaufenen Runde. Sehr gut. Neun Sekunden etwa zu Bruno M. Oh Gott, Ho ist wieder am Start. Aber vor uns rausgekommen aus der Box. Ho. 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 Ho verstanden erst. Was war denn jetzt? Hä? Ho ist wieder auf der Straße. Ach so. Ach so. Das war tatsächlich... Ja, das schreckt mich doch nicht so. Sehr hoch. Ho. Ich dachte, er hat das erste Moment mit irgendwas anderem. Erst hatte ich auch Ho verstanden. Und so, ja okay, vielleicht hat er irgendwie einen Moment mit jemand anderem gehabt. Und dann meint sie ihn tatsächlich. Warte. Oho. Das hat sich ja angehört, als würdest du gerade die Karre weghauen. Ja. Oho. Beim nächsten Mal versuche ich das besser zu unterscheiden. Ich danke dir. Wenn du das Auto wegschmeißt, dann bitte I sagen. Die Lücke zu Usher wird auf jeden Fall deutlich, deutlich kleiner. Gerade eben wieder ein neun Zehntel aufgeholt. Weiter. Pace is looking good. Stimmt, der Stimplaner? Nicht von den Zeiten. Ich glaube eine Viertelstunde früher alles, ne? Das kann gut sein. Ah ja, das kann ich mir mal anschauen, ja. Dann werde ich mich, glaube ich, gleich ein bisschen weghauen. Oh, dauert aber noch ein bisschen. Ich müsste mich eigentlich auch nochmal hinlegen, wenn ich um 5 Uhr dran bin. Dass ich dann nicht komplett in den Arsch bin. Gute Nacht, John. Wie viel hast du am Ring geschlafen? Vorher? Drei Stunden, zwei Stunden? Ja, so ungefähr. Ja, also heu leise. Der Dank geht immer noch an Kevin Volk raus, dass er mich hier an dem Abend zugedeckt hat mit so einer Decke. Das ist ja richtig romantisch, halleluja. Also ich habe ganz idyllisch neben dem Buffet gepennt. Vielleicht gab es aber gute Nacht kurz auf die Stier. Aber es war auch so geil, ne? Ich hatte ja mein Zeug auch vorher in diesem, sag ich mal, Schlafraum geschießen. Komm ich da rein, liegen da schon drei Leute. Nee. Prinzessin braucht ihr eigenes Schlafzimmer. Und habe mich einfach an so andere Ende von der Werkstatt gehauen. Weiß nicht, ob du das weißt, Dave. Wir hatten so ein Event, wo wir bei Phoenix selber in der Werkstatt gefahren sind. 24 Stunden. Ja. Ich habe Bilder von Niklas gesehen. In einem Auto. Achso. Okay. Ja. Ja. Auf die Bilder bin ich auch ganz stolz. Einmal im Cup Porsche sitzen. Wait, war das ein Cup Porsche? Ja, das war der von Aya-Chan. Stimmt. Ich dachte, das ist sein Audi in meiner Erinnerung. Aber hast recht. An den hätten wir uns auch setzen können. Nee, stimmt. Der Audi war bei der Expo, ne? Ja. Ja, genau. Abstand zu Asher. 4,6. LMP in, LMP hinten. Clear on the left. Ja, hast du in der letzten Runde 1,5 Sekunden gut gemacht. Halper, halper. Geht vorwärts. LMP sendet. Clear on the left. Right side. Clear on the right. Hast du gerade ein LMP gebumpdraftet? Ja, natürlich. Das hatten wir vorhin auch vor. Andersrum aber. Ah. LMP sollte uns bumpdraften. Hat uns vielleicht schossen. Mist. Ah, ich weiß nicht, ob du das weißt, Luca. Lucas Lur fährt auch im selben Split. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber ganz ehrlich, also hier ist Martin Asher wichtiger. Ich glaube, also gerade so im Simracing. Ja, glaube ich, die höhere Nummer. Ja, dann ran an ihn und raus. Was? 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 Luca, einfach wird nie ein Asherlenker in der Hand halten. Aber für sowas habe ich gar keine Kohle. Sagte er, nachdem er seinen Simiocube ausgepackt hat. Nein, da. Wirklich. Da sitze ich seit anderthalb Jahren dran, dass ich das Geld zusammenkriege. Und ich werde mich wahrscheinlich auch so schnell finanziell davon nicht wieder erholen. Fährst du nicht ein 318 Ti Cup mit? Ja. Deswegen würdest du mich finanziell nicht wieder davon erholen. Das ist es, ja. LMP. LMP. Da geht es wieder ab in den Dacia Logan Cup. Ja. Ne, ich habe diese Saison eh nicht vor, Koffelett durchzufahren. Weil, ich meine, ich habe ja noch so eine Nebenbeschäftigung, das nennt sich Abitur. Oh. Achso, ja. Ausbildung, duales Studium, je nachdem was kommt, geht dann ja auch los. Kann ich euch vielleicht sagen, moin. Wir kennen uns zwar erst seit einer Woche, aber ich muss zum Nürburgring. Kann ich drei Tage frei haben. Schwierig. Ja, Motorsport mit Arbeit und sowas zu kombinieren, ist halt schwierig. Vier LMPs. Das ist halt technisch. Krass, da geht es sogar um Positionen und die sind geduldig genug zu warten. Heftig. Ja, das will dann machen. War ja gar kaputt. Stimmt, drei Positionen. Ja, der hätte halt einfach senden können und einfach aufs Beste hoffen können, ne? Ja, ja. Also, das hätten wir nicht zum ersten Mal jetzt gesehen. Na gut, das stimmt. So, Ascher gerade, 54, äh, 45, 6 gefahren. 1,3 ran. War denn die von Mercedes? Ja. Hm. Da los. Können das Ganze ran. Krass. Schon das Ganze rennen. Der hat immer lang gedauert. Oh Gott, ey. Wow. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Auf jeden Fall haben wir zu P6 und 7, die waren auch in einem direkten Positionskampf. Ähm, wir haben ja mit Chris quasi bei unserem Nichtreifenwechsel es geschafft, irgendwie 10, 15 Sekunden da gut zu machen und jetzt sind wir sogar noch weiter weg von denen. Also, Luca ist da jetzt auch noch mal ungefähr 10 Sekunden weiter weg. Heißt, wir sind selbst mit dem kaputten Auto gerade pacetechnisch vor denen. Jungs, Mädels, wir haben, glaube ich, wieder einen Ausfall hier. Äh, D-Sim-Spot 2. Oh. Oh. Der letzte Ausfall hat uns leider auch nicht erwischt. Er ist ja auch noch bis 11 gegangen. Ja, der hat vorne links ein Aero-Upgrade bekommen. Wo waren die vorher? In der... Oh. Wow. Ich glaube sogar irgendwo Richtung Top 5. Ah. Ja. Ja gut, das Ding ist, nur weil die jetzt nicht ganz zu uns runtergerutscht sind, heißt ja nicht, dass sie es nicht schon nicht nochmal schaffen könnten. Also, sie können es ja auch in zwei Stufen schaffen, zu uns hinunter zu rutschen. Ja, nichts ist unmöglich, oder ne, darf ich das sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber... Nichts ist unmöglich. Kannst auch die falsche Marke nennen, so Bentley, nichts ist unmöglich. Frau weh, Freude am Fahren. Jetzt wird es aber langsam kriminell, ey. Dacia, Vorsprung durch Technik. Lada, das Beste oder nichts. Boah, das Beste oder nichts, war das nicht der Stern? Ja, Mercedes. Okay. Oder so, Ducati, das Auto. Also, Ascha hat auf jeden Fall am Heckflügel rechts und links ein Upgrade bekommen und vorne links haben sie auch ein Upgrade. Okay, wie wir. Jojo. Da kommst du jetzt auf jeden Fall schön vorbei. Wohl, Martin Ascha! Ascha, Ascha. Schnapp ihn dir, T-Shirt. Ähm, ADSIM Sport ist immer noch an der Box, by the way. Liften die jetzt schon vor... Ich hab's gesagt, ich will 43er von dir sehen. Ja, gut. Job done. Ich kann nach Hause. Ja, AD steht immer noch. Da holen wir wieder ein Ründchen auf. Also, gut, das ist natürlich... Natürlich liegt's nicht in unserer Gewalt. Es sei denn, wir würden's erzwingen, wie viele Autos noch wie weit zurückfallen. Aber wenn wir's jetzt noch in die Top Ten schaffen, wäre das halt echt ein krasses Comeback. Das ist wahr. Ja, ich hab's vorhin gesagt. Weil ganz ehrlich, nach 16 Minuten Repair hätte ich gedacht, die Karre kannst du abstellen, da geht gar nichts mehr. Ja, gute Entscheidung, das mal Waldorf-Fundson. Ja. Clear. Na, man hätte ja auch... Nachdem, was wir jetzt von Training und so auch reinsteckt haben, wäre es schade gewesen, wenn man abstellt. Ja. Absolut. Habt ihr gehört? Hm, wie bitte? Dann hat man ja auch 17 Uhr starten können. Aber der war ja, glaube ich, noch davor. Nee, das war 10 Minuten danach. Ja. Ah, na, entspannt. Ich glaube, der hätte man direkt nach dem Unfall sagen müssen... Yo. Krass, da hat mittlerweile 11 GP3s... Ne, 10 hinter uns im Erfahren. Alle kein Gampfgeist. Ähm, das Auto... Alle kein Gampfgeist. Das sind ja noch die, die am Ende gewinnen, weil es so nur 3, 4 davon gibt. Wobei selbst das führende Auto hinten links so einen leichten Schlag schon mindestens bekommen hat. Na gut. Vielleicht sind sie einfach gut. Der Auto hier auf P2 sieht noch gut aus. Ja. Also vom Fahrzeugzustand her... Mint Condition. Selbst das Auto auf 3 hat vorne links... äh, vorne rechts ein Upgrade. Hat niemand gesehen. Alles gut. Was? Ähm, doch nix. Okay. Nix passiert. Nix. Oh! Oh! Ah, da kriegst du einfach mal eine Driftkarte bitte einfach... Wasser auf! ...als Wort dafür... ...Schleudergang! Ich dachte, wir haben uns auf I geeinigt. I? Wenn du dich drehst. Ja. Und Ho ist ja... Ho ist unser Gegner. Das Endlevel. Ich dachte, Ho ist nur für Ho da. Hahaha. Ja, P4 bis 7 sind halt ganz, ganz dicht beisammen. P7 fehlen 3 Sekunden zu P6. P6 fehlen 10 Sekunden zu P5. Und P5 fehlen auch 10 Sekunden zu P4. Und zu P3 sind es dann nochmal 6 Sekunden. Ei, ei, ei. Ich muss aber ehrlich sagen... ...dieses Zurückkämpfen und Hoffen, dass man irgendwie noch einen Platz weiter vorn landet... ...das ist eigentlich auch für mich so der Hauptspaß an so vielen Seiten schon dran. Du würdest es also nicht enjoyen, wenn wir jetzt auf 1 wären? Ja, aber ich hab' gehofft. Also, wenn ich bis zum Ende auf 1 bin, okay. Aber wenn ich zum Beispiel das halbe Rennen geführe... ...und dann irgendwie noch Dritter werde, dann... ...bin ich auf jeden Fall... ...saurer. So, komm her. Also, dann würde mich das auf jeden Fall mehr ankotzen, als wenn ich irgendwie von P18 auf 9 nochmal fahre. Ich weiß nicht, wieso. Ich hab' vielleicht einen leichten Dachschauen, aber... ...ich find das geil, diesen Fortschritt über die vielen Schirmen zu sehen. Ja, Position gut machen ist immer besser als verlieren. Ja. Ganz ehrlich. Ich hab's halt wirklich nicht gehört. Alles gut, alles gut. Du kannst dir das YouTube-Video auch nochmal anschauen. Da kannst du auch gerne, wie alle Zuschauer, einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo raushauen. Äh, vergesst die Klingel nicht! Ja, richtig, stimmt. Und Twitch Prime ist kostenlos. Stimmt. Und Ehre Thiefen, der hat mit Prime in den 11. reingesubbt. Danke, Dave. Ehre dir, mein Lieber. Vielen Dank, Bambi, der hat auch mit Prime reingesubbt. In den 29. Oh. So viele Monate, wie ich alt bin. Du bist 29 Monate alt? Okay. Kappa, viel Spaß weiterhin. Ehre, Schatzi. Ich wurde von der Mücke gestorben. Und vielen Dank, Buffalo, für den 17 Monat. Nabbend. Nein. Halb ausbeschleunigt, sowas. Ja, weil es halt immer auf Verderb reindriven und dann kommt das beschissene Exit bekommen. Und das ist halt für beide einfach nur Kacke. Aber das lernen die halt nicht mal in 24 Stunden dran. Hm. Für dich ist jetzt Dr. Stange. Ja, ein Stange. 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 Wieso, kennst du den oder? Stange. Nee. Oh, RDSim Sport kann auf jeden Fall Pace-Technisch ganz gut wieder anknüpfen. 44.0 fährt er gerade. Pff. 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 Schade. Hehehehehe. Clear on the Rye! Hehehehe. 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 Vielen Dank. Oh! Oh! Wirklich, am Ende des Rennens müsste der bei dir VIP-Status bekommen. Davon träumt der nachts. Aber wenn ich mir so die Zeiten im Top-Split anschaue, da sind wir halt auch nicht weit entfernt. Also wirklich nicht weit entfernt. Ja, wir sind auch physisch nicht weit entfernt vom Top-Split, wenn wir im Top-Split 6 sind. Die fahren halt zum Teil auch nur 43 hoch bis 45er. Ja, Top-Split confirmed. Und die haben wahrscheinlich wenig Damage, die die das schaffen. Ja. Ein bisschen auf die Ings aufpassen. Ja. So, Luca gegen Lukas. Nächster LMP kommt auch. Ja, da kann man noch außenrum wunderschön überholen. Sehr gut. Ja, da haben sie noch so viel Spoiler. Die zwei Autos hinter dir sind vor Position. Sind aber noch weit genug weg. Ich wollte gerade sagen, das ist aber noch eine Ecke. Okay. Wie lange musst du eigentlich noch fahren, wenn du im ersten Stint? Okay, vier Runden noch. Äh. Wenn man schon länger nicht im Cockpit sitzt, kommt einem Stint dann doch wieder wie eine Ewigkeit vor. Ja, das stimmt. Wie stehen wir denn gerade von Ings her? Ja. Was ist das noch? Naja, sind ein bisschen drüber. 38. Bis 12 Stunden unter 50 bleiben, alles gut. Aber Stand jetzt sind wir da relativ gut dabei, tatsächlich. Weil 9 Stunden von 24 wären... Ich glaube, ist eigentlich eine Runde länger. Ja, ne? Was hast du für einen Durchschnittsverbrauch? Also... 3 8. Hm. Und dann liegt das echt an den kühlen Temperaturen. Ich glaube nicht, dass du eine Runde länger schaffst, sondern dass du genau die Runden zahlst, die geplant war. Mit 3 8. Oh. Ja, alles super. Wie gesagt, wegen Reifen ist es eh vielleicht besser, wenn wir nicht diese extra Runden fahren bei Nacht. Ja, ich glaube... Also... Die paar unten werden dem Reifen jetzt auch nicht... Wird da auch nichts großartig ausmachen, aber... Oh, ich mach die Reifen mal raus. Die sind noch angetickt. Ja, ich denke, die Temperaturen fallen noch ein ganzes Stück. Die... Gegebungstemperatur ist auch mittlerweile bei 19 Grad. Ja, ich denke halt jedes Prozent bringt vielleicht noch ein bisschen was. Man muss mal schauen, vielleicht werden die Reifen sogar noch haltbarer jetzt durch die ganzen Gummiabrieb auf der Strecke. Das könnte auch sein, ja. Normalerweise halten die dann länger, desto länger das Rennen geht. Sagst du nicht, das war der letzte Reifenwechsel gerade eben. Infinity Stint. Auto vor dir ist, by the way, Omega Slow, der fährt 45 Fünfer gerade. Also den dürftest du auf jeden Fall einholen. Elf Sekunden noch. Der Igor oder was? Ja, der Bazar-Typ. Bazarki. Achso, ja, der heißt... Ja, der heißt... Bazarowski! Oh, direkter Kampf gerade vor uns. Also... Äh... 12 und 11. Sind die tatsächlich in derselben Runde? Glaub nicht. Ach ne! Eine Runde... Die runden sich zurück gegen die. Beziehungsweise hat sogar das andere Auto die wieder überholt. Weil der Jensen war glaube ich vorne. Sollen die ruhig fighten. Achso, okay. Ja, kommt uns zugute. Ja. Aber nach neun Stunden wären wir bei 37,5 Prozent der Gesamtrendistanz und wir haben 38 x. Also wir sind tatsächlich ziemlich on point. Mit den... Äh... Hier. Links. Links. Ja, ich werde meine Steakana ein bisschen rausnehmen. Weil... Eigentlich holte ich ja nur da. 45,3. Sehr gut. Heftig, dass manchmal aussieht wie manche Bump draften. Das ist, als würden die einfach Knallhart hinten drauf fahren. Manche machen das auch. Muss von dem Stream gucken wie mir der Castro äh gestern hinten drauf gebraten ist. Okay. Weil das kann doch nicht gut sein. Weißt du. Manche haben sich auch echt gewundert wo es kein Felix war. Aber das mit dem Bump Drafting im Road Fit hat's immer öfter gemacht. Ich hab's letztens auf Le Mans auch gesehen. Hier, ich äh... Schick dir mal... Ich schick mal was in die Gruppe. Da kannst du auch mal kurz gucken, John. Mhm. Das fand ich bei Casey irgendwie krass. Vor allem das sah ein bisschen so aus, als würde der LNP vor ihm einfach quer gehen dann. Ja. 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 Da kommt noch ein LNP. Der chillt aber wohl. Da kommt noch einer aus der Box. Ja. 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 Das ist halt crazy, dass das Rennen noch 15 Stunden geht. Ja. 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 10 Stunden durchgehend am Start zu sein. Das ist so krass, wie einige Leute echt deutlich... Ja. 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 Okay. Good. Er hat damage. Nevermind. Er hat damage. Oh. Oh ja. Lukas, Boxen, stop. Microphone activated. Very good first stint. Very good first stint. Keep pushing. Microphone muted. Copy. Nice job. Nice job. Thanks. Very well. Oh ja, mal kurz auf die Reifen geschaut. Hm. Nur 12%. Microphone activated. Reifen haben 12% abbekommen, also sieht wieder sehr gut aus für ein 5-fach stint. Microphone muted. Microphone muted. Microphone muted. Auto hinter dir fährt low 44er Zeiten, ist auf P3. Optimal! Kannst dich vielleicht dranhängen für Fuel Safe. Yo. Und ich bin mal für zwei, drei Minütchen Beine vertreten. Yo. Alles klar. Still there. Microphone muted. Clear on the right. Bis gleich, Chat. Oh Gott. Alter Falter. Okay. Was ist los? Ich hab mir grad den Clip von Dave anschaut. Äh. Dem LMP einfach voll hinten drauf gefahren auf dem anderen LMP und geschoben. Ja, das geht mit denen richtig gut, weil die halt total stabil sind bei der hohen Geschwindigkeit. Das wundert mich. Ich dachte, da ist schnell mal was verbogen von oder so. Naja, die Dinger sind Panzer. Ich bin ja auf dem Limon Curb. Guter Punkt. Oh, der schreit nach Bumpdraft! Docking in 3, 2, 1. Docking complete. Oh, ich glaub da haben wir unseren Buddy gefunden. Auf eine lange Partnerschaft! Möge die Pace stabil und schnell sein. Wie lange, wann müssen wir das nächste Mal in der Box? Du? Der! Ah. Ist halt ne letzte Runde. Oh, ich... War's? Nein, der war erst. Ähm. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 11, 11, 12. 12 Runden ist er jetzt unterwegs. Ja, merkt man. 40 Kilo oder dann 40 Kilo? Müsste auch neue Reifen sein. Dann geht's mal. Ja. Dann geht's mal. Ja. Ah, das waren nicht Optionals. Nö Alter, der geht aber auch auf der Graden noch Mh Alter Ja, aber schon in der Vorbereitung Kommt es mir irgendwie vor, dass der Lambo auf der Graden Viel stärker ist Ja, also jetzt nicht mit den Also mit dem 4.3er-Setter hatte ich das nicht Da irgendwie fühlt Findest du? Ja Ich kann mir jetzt mit keinem Audi-Setup an Die Geschwindigkeit, die ich mit deinen Lambo-Setups hatte Also zum Beispiel auf der Graden War ja auch gestern viel schneller als Pablo Okay Er wird ja wohl wissen, wie man Setup baut Hm Mit dem Lambo hatte ich sogar einmal 2.86 drauf, ohne Windschatten Ohne Windschatten? Ohne Windschatten Was hast du denn da gemacht, ey? War off-track in der Baste, aber Weiß ich auch nicht, keine Ahnung Kann auch sein, dass der Wind richtig stand oder so Die Sterne stehen in der richtigen Konstellation Hat der auch noch Windschatten? Ohne Windschatten? Ohne Windschatten? Oh, was macht er denn? Oh. Welche Teams fahren denn jetzt eigentlich gerade noch? Also Red auf jeden Fall nicht mehr. Nee, Red nicht mehr. Yellow wieder? Ja, okay. Yellow und Fabi und Sim. Ja, das ist ein zusammengewürfeltes Spaßteam, glaube ich. Wunder mich, warum die nicht alle zusammen 17 Uhr gestartet sind. Stimmt. Alter, ich fahr hier gerade mit 3,6 jede Runde. Und ich fahr hier trotzdem tief. Ja, und das Team mit Jens und Jan und sowas müssten auch noch fahren. Oh. 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 Die war es noch nicht. Es war hoch. Okay. Mikrofon aktiviert. Vor euch ist das langsame Usher Racing Auto. Rächter. Mikrofon muted. Left side. Stay on the right. Clear on the left. Ich muss ehrlich sagen, ich hab grad so Bock einfach diesen Stint alleine durchzuziehen. Hast du ein Fünfer? Ja. Also ganz ehrlich, ich bin im Moment 3 Stunden immer noch fit fühle. Dann würd ich umgehendes Link gerade abgeben. Naja, da dürfte einem nicht nix im Wege stehen, oder? Nö, oder? Pfff. Die kommen aber wieder komplett durcheinander, oder nicht? Was könnte dann? Verschlappt sich wieder alles. Hm. Ja, stimmt. Wir werden jetzt nach dir dran. Äh, Dave. Okay. Dann Julian, glaub ich. Okay. Wieder, oder? Wie lange, bis wann wollt der eigentlich pennen? Ja, stimmt. Der steckt jetzt schon ne ganze Weile. Das war ein Zeilenetz, da stand eigentlich, wo wir im Rennen waren. War er noch dabei, als wir abschossen wurden? Ja. Ja, ja. Okay. 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 Wir sind auf der Reine. Und Gas. Jetzt. Jetzt soll er mir aber nicht davon fahren. Okay. 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 Bye. Okay. Wir sind heute bei der fifth Glamare. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist friday, dann! Es ist saturday, sunday, wann? Right side. Clear. Light yen. Right side. Wie lelow. I know it. Right side. Right side. Right side. Untertitelung des ZDF, 2020 Allahim Wo ist denn da passiert? Ah, der ist hier hinter uns Hier ist das nicht Virtual Motorsport schon wieder? Was? Virtual Motorsport hat sie glaube ich schon wieder lang gemacht Oh ja, oh ah, die sind krumm Die sind ordentlich krumm Ausgang Bus Stop Wurstkörper erwischt und voll in die Wand rein Ja, der hat sich ne Wurst gewohnt Ich glaube, fast das wird das Ende für die sein Alter, der fährt da auch ein paar Zeiten, der Typ Leck mich am Arsch Das ist der dritte Ja Ja, easy kannst du auch Du könntest noch schneller Ohne Damage Ja, leider haben wir Damage hast du das Problem Ja, aber Alle sind spannend Gleich kommt ne Gruppe Also 2,8 Sekunden vor euch Ist der 8 platzierte Und der ist Nicht so fast Der wird den ein bisschen aufhalten können glaube ich Dann wird es mir auch ein bisschen zu anstrengen Gerade den wolltest du noch 15 durchfahren Ja Ja, aber es nervt mir jetzt, dass ich auch nicht dranbleiben kann Keine Gratiswurst abholen Die gibt's nur beim Woostern Deswegen werden die Leute hier so geboostet Ich hätte gerne mal ne Gratiswurst beim Boost schon gehört Total traurig Dave ist quick Tigger, danke dir für den Prime Sub Und Nr. 27, vielen Dank für den Prime Sub in den 4. Ehre Ja, ich muss mal gucken, was wir später mit der Mit dem Video machen, weil es wird über ein Terabyte groß, das Video Das könnte ein bisschen problematisch werden ab nem gewissen Punkt Aber ich hab Das auf ne SSD Speichern lassen jetzt, die ein Terabyte groß ist Vielleicht müssen wir bei ungefähr 12 Stunden Pause machen Und ich wähle ne neue SSD aus Erotische Momente mit Dave So, wie übrigens zum Thema Schaden Der ist ein, zwei Runden weg Er hat zweieinhalb Sekunden Vorsprung Das ist halt so belastend einfach Der wird ein P8 für Runden sein Der wird ein P8 für Runden sein Der wird ein P7, der ist ja Ähm, 44,6, 44 Boah, P7 fährt 44,0 Oh 43,7 Ui Ja, die Fuck ich mit, ohne Windschirm, ne Ja, 43,7, 43,5 Ja, das ist ungefähr die halbe Sekunde, die uns glaube ich fehlt, so etwa Hm Right side Mikrofon muted Still there Clear Joa Moment, hä, Falschmaus Mal ganz kurz, Speicherplatz Ja, 377 Gigabyte Gucken wir weiter So, Numero 27 Du bist ja gerade auf dem Podium Ich hab nichts Nummer 27, vielen Dank dir für den Prime Sub in den vierten Wir fahren doch schon die ganze Zeit auf, eins Und Tigger, vielen Dank für den Prime Sub Ja, die kämpfen schon ne ganze Zeit schon am Sieg Ui Oder haben die Führung, besser gesagt Welches Team? Blue Blue Hmm, nice Mikrofon muted Wer streamt denn das eigentlich? Äh Unser Haupt-Channel Achso Könnt ihr auch gerne rüberschalten Ausrufezeichen Phoenix Yep F Aber mich wunderts, dass sie gar nicht mehr weiterfahren konnten oder hatten sie einfach keinen Bock mehr? Ja, um Bock wird's wahrscheinlich nicht gehen, aber... Cairo wird wahrscheinlich... Los gewesen sein Ich dachte, weil die... GD3 sich mehr oder weniger komplett reparieren lassen inzwischen Die hatten über ne halbe... Die hatten über ne halbe Stunde Uh Ja gut, da brauchst du nicht mehr weiterfahren Kannst du auch auf der Nordschleife vielleicht machen, aber hier... Ja Lohnt nicht Auf der Nordschleife ein paar Kapp Porsches ärgern, aber sonst... Oh Ich hab vorhin auch bei Florian Kappel von Maniti in der Story gesehen, wie die abgeschossen wurden Oh Auch einfach, äh... Vom anderen GD3, der straight in die reingerauscht ist Ja, bei denen ging's auch nicht weiter Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, dass irgendwie... Detona so das schlimmste Event ist, so Crash-mäßig Bin ich glaub ich auch noch... Also alleine auch in den Sprintrennen ist ja auch immer Chaos Ja, deswegen fahr ich... Ich wusste schon, ich fahr keine... Sprintrennen hier in Daytona Ja, allein für das Rennen gestern hätte ich auch 200i-Rating verloren, wär mir egal Na gut, wenn du da in den Splits mit den Leuten da mitfahren kannst, ja okay Aber... Ja, das ist halt das Schöne Da würd ich ja nicht reinkommen Ja, in so'n Wochen lande ich halt immer in diesen... Keine Ahnung... 5, 6 K-SOFs Und wenn ich da... Im Mittelfeld lande, dann mach ich 30i-Rating gut Also nehm ich das natürlich immer mit, weil... Ein Dritter stirbt ja auch immer Im Drittel kannst halt auch du sein Jaa... Aber wenn... Dann verliere ich 40i-Rating, wenn ich sterbe Hä? Keine 100? Nein! Ich wurde... Das eine Rennen habe ich als vorletzter beendet und habe minus 44i-Rating bekommen, weil das SOF 6100 war Was? Okay... Vor allem wenn man... Vor allem wenn man spät stirbt, ist es auch dann entspannter und so... So... Dann fährst du dann noch deine Runden zu Ende Und... Du machst da kaum Minus Ich mein, ich hab ja gestern... Wenn man zu Ende fährt, dann macht man weniger Minus, ja... Aber... Wenn man komplett toasted ist... Macht man nun mal so... Sowas um die 90... 100 zum Teil Ne, das kommt halt immer aufs SOF drauf an Hm... Gut zu wissen So... Also ich habe in der Woche auch ungefähr 150 plus nochmal gemacht Ja... Aber... War auch recht... Lucky teilweise Ich habe allein gestern 140, glaube ich, gemacht Hm... 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 Ja... Ja, John... Morgen nochmal... Äh... Daytona... Sprintrennen fahren... Ne, morgens glaube ich, die Luft raus Am Montag Ne, da bin ich schon gar nicht mehr da Morgen direkt nach dem Rennen... Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst Nach so einem riesen Special Event Sonntag... Äh... Irgendwelche Rennen fahren Das ist ja Katastrophe Hab ich alle schon ausprobiert Ja, aber Montag geht's halt wieder Montag ist wieder okay, aber Sonntag Starten entweder die Übermüdeten oder die Frustrierten Und gegen die willst du weiter nicht fahren Das letzte, was ich machen würde, wenn ich frustriert oder müde wäre, ist ein Rennen zu fahren Ja, also manche fahren halt zumindest so, als ob sie das wären Okay Boah, kennt ihr Test Drive Unlimited 2? Ja 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 Davon habe ich gerade die Mucke laufen Das ist so geil Hahahaha Hahahaha Hard Rock Radio oder Haribo Radio? Ich habe keine Ahnung, was in den Radiosendern dort lief Boah Boah, ich habe die Dinger studiert Also mein Favorit ist Hard Rock Oder Haribo Road Rock, irgendwie sowas Ja, als würdest du mich jetzt fragen, was für ein GTA San Andreas Radio habe ich gehört Ach, GTA San Andreas Von wann ist das Spiel? 2005 Ja, das ist 3 Jahre älter als ich Jünger Hahahaha Schwierig Ja, wo ist unser Bump Draft Buddy hin? Der Lambo ist leider in den Norden verschwunden Was ist das Problem? Hm Das kann halt auf dem ganzen Stint so locker 10-15 Sekunden bringen, ne? Plus nochmal extra Runde, plus Sprit gespart und sonst was Aber das ist halt die Scheiße, so wie einmal so ein LMP doof kommt und den Windschatten aufbricht Dann kommst du auch nicht mehr, ist er einfach weg Mhm Weil er fährt er glaube ich gerade konstant 43er Zeiten Ja, müsste er Wir haben Hä? So mit einem halben dreiviertel Tank geht das nicht 43.2 fährt er gerade, heieieiei Ja, überleg mal Ich habe gerade eine private Nachricht bekommen von Matthew, Joseph, Wayham Watch this after your stint Und ein Twitch Clips Link Ja, mach mach Aber ich kann das nicht rauskopieren Aber jetzt bist du dann Angst, dass du die Scheiße gemacht hast Okay Er sendet mir einen Twitch Link, den ich nicht kopieren kann, toll Soll ich den jetzt eintippen? Kannst du den öffnen? Nee, nicht über iRacing Hm Warum schickt er dir das? Eigentlich hat er das Video schon geschickt Er hat bei unseren Team, aber der, der das Team angemeldet hat, bekommt immer die Nachrichten Ah, okay Eigentlich soll es an Luca gehen, glaube ich Ja Ich schaue es mir mal an und entscheide dann, ob es Jugendfrei für dich ist Das ist wahrscheinlich... Hä? Ich bin neunzehn Das ist wahrscheinlich irgendwer, der sich überhaupt nicht aufregt Er meint wahrscheinlich wegen des Streams Achso... Keine Ahnung Nee, auch für ihn Ich möchte sein zartes 19-jähriges selbst schützen Vor schlechten Inhalten Danke John ist mein Internetfilter Jo Aber nicht den Adblocker Weil Adblocker sind schlecht Ja Ehre Mann Da spricht der Marketing-Mensch aus ihm Micro-Targeting Sehr gut So, aber mal ne positive Nachricht Du holst zu den nächsten... Mindestens vier... FünF Autos auf Ja Sechs zu den nächsten sechs bis sieben autos holst du auf 89 zu allen außer den top dreien selbst zu den ersten zweien holst du auf das war ja ein moment war das jetzt was neues war das jetzt nichts was mit ho oder ich habe mich einfach gefreut also gibt es jetzt sehr gut gucken haben wir denn mittlerweile spendet jetzt zu denen zu dem fahrzeug vor uns und zu den beiden eigentlich immer so zwischen fünf und sechs runden frage ist halt ob wir da auch wirklich näher kommen wenn es irgendwann mal auf vier und fünf euro hin und her springt dann wissen auf jeden fall bescheid dass wir näher dran sind kannst du einfach gucken wo sie auf der strecke sind und dann halt gucken bis wir an der linie sind zum beispiel so sehr ein referenzpunkt und dann aber dazu bin ich zu faul luka du machst will die wildesten tabellen wurde unsere zeit vergleichst du jetzt wird mir erzählen dass du zu faul bist das stimmt doch was ja da musst du die ganze weißt du da muss ich mir merken eine halbe stunde später oder so oder stunden später wo irgendein typ auf der strecke ist und wann er einen stopp gemacht hat oder nicht während du über die linie fährst das merke ich mir doch nicht ja danke konstruktiver beitrag abgelehnt so zwei lmps hinter dir aber wenn man irgendwas sinnvolles beitragen einfach die lmps ansagen mckenna führt jetzt kennadin oh mann tatsächlich außer similar production car challenge das ist doch das mit dem panniac solstus oder mx5 und dem mustang und dem jetter und dem chaos in dem kim auto wurde es gerade echt knapp in dem kim auto sitzt gerade bei der way einer der 45er zeiten mal hoch mal niedrig fährt ohne ersichtlichen damage vom auto ich mir auch denkt die hätten wir auch irgendwann geholt ja hätte hätte fahrradkette hätte hätte fahrradkette na ich wollte nicht in deine playlist rein singen sorry gerade läuft m&m 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 wie geht es dann weiter luka fährt jetzt die zwölf runden dann noch ein stint oder einen würde ich gerne machen ja mein plan ist es halt schon dass ich wenn ich aus dem simulator steige dass ich dann tot ins bett falle und das kann ich gerade noch nicht da will mir sicher ich will dann meinen schlaf maximieren da spricht der marketing mensch aus luka maximieren sie schlaf aber nicht mehr als neun stunden das ist ungesund es ist ja also ich weiß jetzt nicht ob es als hätte man gar nicht geschlafen allerdings ja aber also ganz ehrlich so ab neun stunden will ich mich auch einfach kacke weil schließt einfach gefühlt bei einem tag wenn du acht stunden schläfst du gehst um eins ins bett stehst um neun auf fertig mehr brauchst du nicht doch wenn zehn stunden schläfst stehst du schon um elf auf weiß ja so um elf aufstehen das war ein eindrucksvolles rechnungsbeispiel ja ich bin überzeugt ja ich habe zwölf punkte im hatte das war eine 1 das ist okay die beiden autos die direkt in der position vor uns sind fahren grad 44 0 der amg 44 7 der mcc 44 2 flott unterwegs absolut ich hau mich dann jetzt mal ein bisschen weg spät ins halb sieben passt ne glaube schon bin mir aber nicht sicher er hat so not ich bin eh immer da also wenn um halb sieben da bist ich glaube da wird man nicht einfach anrufen ja wen genau luka anrufen ja ich weiß ich weiß ich meine das ist einfach random irgendjemand aus der gruppe anrufen könnt ihr chris wecken könnt ihr chris wecken ja trau mich nicht ich bin so schüchtern ja das wäre tatsächlich wahrscheinlich so ein ding bei mir da würde ich lieber ein stint selbst nochmal rein sitzen rein in den sitz ach egal ich würde es vom rating abhängig machen von der position her wenn wir uns positionstechnisch weiter verbessern würde ich versuchen möglichst viel selbst zu fahren und wir möglichst viel rating wollen das heißt wenn wir irgendwie in den top 10 sind bis ich chris zu wecken hätte dann würde ich einfach weiterfahren boah wenn wir immer noch auf 13 sind so ein strolch das hast du aber schön gewählt das wort wer hat denn planmäßig die zwei stints nach luka du genau echt dann julian ja okay ja dann überlebe ich deine reifen ja okay ist das auto beim entry auch ein bisschen unruhiger so mitte der kurve oder kommt manchmal vor ja aber kommt halt einfach drauf an wie du bremst äh ich meine jetzt primär chris weil der ist auch also jetzt auto mit damage bin ich schon gefahren äh geht nur um reifenabrieb auch extra ja du kannst ja nicht auf letzte rille fahren ne das ist immer schön langsam in die kurve reinrollst dann geht's okay ja ich taste mich auch relativ gut raus ich taste mich da mal ein bisschen dran mach bei der wei mal die reifen raus weil die sind noch drin windchill tear-off mach ich dann bei mir raus windchill tear-off kannst du generell raus machen ja weil ist ja hier keiner wovon ich dreck auf der scheibe kriegen könnte ob schon mal irgendjemand 24 stunden komplett durchgefahren ist ohne windchill tear-off du das sind fragen das ist richtig das war ne gute feststellung so und ich sag bis nachher hallo san tschüss 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 75 mbit das sind neun megabyte pro sekunde mal 60 das sind es 560 megabyte pro minute mal 60 pro stunde sind das 33 gigabyte mal 24 28 ok also wenn ich okay großartig ist aber was unnötiges auf jeden fall mir geht das wirklich wie oft ich in der kurve schon von lmp gedivebombt wurde und dann hat die straße wieder nicht gereicht ok ich muss doch ein rennen oder so hier löschen wuuhuuhu richtig knapp on point alter zufällig der lmp der dich gerade rausgedrängt hat hat sich fast im bus stop wegkauen tja und amini ja mit dem lmp hatte ich heute aber auch schon heikle aktion naja ok meine bisher vorhandenen daten dürfen höchstens 168 gigabyte haben 128 gigabyte wir sind safe perfekt was ist eigentlich mit alles auf gold los äh gab jetzt größere prios erstmal ähm die nächste folge alles auf gold pass mal kurz vorm server runter wenn wir dann heute raus schauen mhm mikrofon aktiviert mikrofon muted die nächste folge äh alles auf gold clear hat nicht eine stunde rohmaterial wie alle bisher ungefähr grob sondern drei stunden das sind drei stunden die ich zusammen cutten muss und da muss ich eigentlich gestehen das ist ein bisschen viel derzeit ja aber schauen wir mal wird auf jeden fall kommen die ganzen gran turismo 2 lizenzen sind schon aufgenommen aber ich brauche noch zeit jetzt nach dem 24er wird es ein bisschen anderes zeug geben auch auf twitch tatsächlich ich habe mir überlegt die ganzen sachen rund um äh ja ein paar need for speed spiele mal so ein bisschen anzuzocken einfach wirklich mal querbeet und für jedes spiel höchstens zwei oder drei tage nicht viel mehr dass man einfach mal so schön durch rödelt wenn es spaß macht kann man mal vielleicht vier tage oder so draus machen aber der gedanke ist halt wirklich dass man so ein bisschen mal durchschüpft durch die ganzen games und einfach mal ja schön äh spaß hat damit nach dem tryharden halt nochmal ein bisschen chillen mal gucken ob ich vielleicht demnächst nochmal äh für ein anderes langstreckenevent rein schwitze wann ist denn äh zwölf stunden bei thirst and i racing und äh zwölf stunden seabring wie viel lief meine op äh noch gar nicht deswegen äh habe ich mich dazu entschieden Daytona zu fahren Daytona zu fahren war spontan weil ich gedacht habe hey op wird erst gegen april oder sowas dann mache ich jetzt halt wo ich zeit habe ein 24 stunden rennen simulatoren wolltest du ja auch mal bringen was es kommt der gt7 was sagst du dazu ja freue mich drauf ja wenn es wieder heißt nochmal ja muss auch sagen äh ich habe bei gran turismo keine eine weil eigentlich wollte ich ursprünglich die serie fertig machen bis gran turismo 7 rauskommt jetzt überlege ich ja okay eigentlich ist gar nicht mal so schlimm wenn du es in den release und nach den release von gran turismo 7 trotzdem hoflätzt ja sonst ist es unnötig wenn mich die LMPs im oval anflaschen so nach dem Motto wa 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 wo soll ich denn hin ich fahr doch jetzt nicht nach oben Sonst schlafen die halt ein denen ist auch langweilig Knöpfe spielen Menschen haben einfach das bedürfnis an einem knopf rumzuspielen und ho ist aus der box oh 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 da ist er wieder was für eine OP Nasenscheidewand die linke seite fühlt sich benachteiligt was die luftzufuhr angeht was haben das team ist schon raus es war jetzt auch mal TC8 ich hoffe dass das gereifender müssen das aussehen ist sind die nach den zwei dings äh weiter gefahren nach den zwei stromausfällen oder haben die gesagt ja gut das ist ja eine begrenzung für Energydrinks eigentlich wieso Carsten schon Bluthochdruck ne ich bin bei der 5 Flasche äh ich würde es mal reinlassen ok oh 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 i mikrofon was jetzt was ist denn mit Carsten los ist es jetzt tot der dich abschießt oder der heißt wirklich Carsten geil wie ist deine Sicht auf die letzten Stunden ja ja das war echt ein bisschen witzig seit dem Crash haben wir uns sehr gut rehabilitiert achso in dem later talk hatte ich mal gesagt dass ich so Spiele spielen will wie so äh Tankstellen Simulator Gas Station Simulator ja gucken wir mal jetzt bin ich ja so ein bisschen mehr in eine Funny Ecke gerückt mit meinen F1 Videos also auch Spa hatte wieder so ein paar geile Zooms finde ich ähm schauen wir mal also vielleicht kommt das wieder ich hatte es eigentlich verworfen weil ich dachte also ich finde in Turn 1 hilft es ähm die Kurve von nicht so weit außen anzufahren weil wenn du da von außen von diesem abfallenden Stück kommst dann drüber dreht sich das Auto gerne mal sehr schnell ein du bist ja dann stabiler wenn du von innen angehörst Copy ok zwei LMPs ja ich war ja so ein bisschen mit dem Kopf irgendwann da dass ich halt gesagt hatte also irgendwann war ich da dass ich ein bisschen mir dachte okay bin ich da entspannt gechillt genug kann ich lustig genug sein entertainend genug sein war ja schon so ein bisschen in der Tryhard Ecke abgerutscht ähm aber mittlerweile würde ich schon eher wieder sagen ja könnte man machen mehr als davor noch also insofern ja gucken wir das könnte tatsächlich sein die Crew 1 und Dirt 5 als Rückblick also Dirt 5 wäre auf jeden Fall kein Rückblick auch kein Rückblick wert und die Crew 1 werde ich mit Sicherheit irgendwann mal zocken aber ich kann dir sagen der Eindruck wird echt nicht so geil sein da bin ich mir zu 100% sicher warum überholt ihr nie wen genau also stand jetzt haben wir fetten Schaden am Auto und wir haben kein Auto was wir überholen können wo liegt Max Verstappen wahrscheinlich in seinem Bett nachdem er ausgeschieden ist Jo danke Fussel Franz die letzten Stunden wie gesagt nach dem Crash ganz gut recovered bisher seitdem eigentlich gute Pace abgerufen immer alles top alles optimal Jo und ich fahre wieder jetzt anscheinend in einem halben Stündchen oder so in äh wait Luca du fährst jetzt noch einen Stünd ne? ja ok in einem Stündchen jeder ist so viel schneller das nervt ja hart das sind zwei verschiedene Klassen die LMP Autos sind selbstverständlich viel schneller aber das ist so als würdest du im Straßenverkehr sagen hey die Autos sind viel zu schnell für die Fußgänger das ist unfair hier ist es halt so Autos und Fußgänger so die GT3s sind quasi die Fußgänger und die LMPs sind die Autos das ist jetzt ein bisschen unfairer Vergleich für die GT3s aber so kann man es ganz gut so kann man es ganz gut verbildlichen ich bezweifle das Verstappen an den Sim Racing Wochenenden äh mit Kelly Piquet im Moment auf jeden Fall gleich mal die Playlist wechseln mehr zu Soft Soft? Soft? ja er läuft hier ein bisschen im Glimm im Hintergrund auch Hard Pass der Bass muss der Bass muss piep 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 jaja Mikrofon muted ich fände es nice wenn du WWE 2K spielen würdest auch wenn es nicht mit Motorsport zu tun hat ist ja mal ein interessanter Punkt wenn jetzt jeder aus dem Chat sich ein Spiel wünschen könnte egal was was ich mal spiele einfach krass es fahren noch viel mehr LMPs als GT3 was würdet ihr euch wünschen? das ist der 20. von den LMPs noch unterwegs ja das wundert mich auch ein bisschen der Motor von Ferrari war 2019 ja komplett OP manchmal fragen die Fahrer nach mehr Leistung warum nicht direkt volle Leistung ich versteh nicht ganz was der Ferrari Kommentar damit zu tun hat aber ansonsten fährst du halt ein 1Motor jetzt für die Zeit finde ich die nicht auf letzte Rille Positionsabstände schon krass Was hast du? CK3 ist Crusader Kings Positionsabstände bei uns klasse finde ich jetzt schon krass Animal Crossing Stunts? Stunt Ignition oder wie? Unumars Unumars ARC Minecraft Landwirtschaftssimulator Minecraft und dann eine Rennstrecke bauen gibt es Autos in Minecraft? GT2 für die PS4 Was ist GT2 für die PS4? Ich kenne nur Gran Turismo 2 Save im Eurotrack Simulator CSGO Autobahnraser Project Cars 2 Muss trotzdem kacke sein und fes in deiner Klasse alles was geht und dann zieht so ein LMP an hier vorbei und lässt dich einfach stehen aber wenn die halt in derselben Klasse wären dann wäre es natürlich doof aber sind sie nicht Stunts PCDOS Oh Gott okay Das geht für mich zu weit in die Vergangenheit Real Racing 3 Thief Simulator WRC Call of Duty GTA RP Fernbus Simulator Medieval Dynasty F1 2019 oder 2017 Snake Alles außer FIFA Oh du musst die Runde schon rein oder? Yes Yes Fox 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 Yes 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 Dave Riding hat heute den Skislalom gewonnen Ich muss vor der Dave Gaming denken Oha Wobei ich glaube Formel 1 Fahrer Konzentration Wobei ich glaube Wobei ich glaube Formel 1 Fahrer sollten Schiebisten erstmal fern bleiben Train Sim World Train Sim World Green Hell Bus Simulator F1 Community Games We are so excited Fox 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 In 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 GT Sport verabschieden Destiny PvP Yes Lassen wir lieber Warum fährst du kein LMP? Weil wir GT3 fahren Schlag den Raps Star Wars Battlefront 2 Hitman Das Hitmanchen umfahren Das gibt Fettflecken Voll fies ey Ich spürt das im Auto Ach Hm? Ja ich habe nur gerade die Reifen angeguckt Aber ich habe fast vergessen zu gucken wie viel Sprit schon drin ist Wie lange ich noch stehe Achso Da hast du Mikrofon activated Mikrofon activated 77% Oder das war jetzt 75% Jo Aber trotzdem super Nach zweistens Oh Nein Hast du gerade abgewürgt? Ja ich bin Fahrenfänger Hört auf Hast du das wirklich eingestellt in den Fahrhilfen? Dass du ihn abwirken kannst? Ja ich habe halt keine Autokupplung Du kannst die Fahrhilfe einstellen dann Geht dir die überhaupt nicht aus Ne das mag ich nicht Ich mag nie Mr. Grey Anti-Stall-Klatsch Das musst du auch schon Ja ich weiß Also Im LMP habe ich es zum Beispiel drin Im Lambo habe ich sie auch drin Aber hier habe ich es einfach nicht umgestellt Und ich bin mir eigentlich auch ganz wohl damit Wichtige Sekunden die ins Flötengang sind Oh Scheiße Ich meinte das macht am Ende den Unterschied zwischen 4 und 5 Runden hinter RDSim Sport Genau Dann würde ich mich aber sehr ärgern Ne wir kriegen RDSim Sport noch easy Wo sind die überhaupt? Daytona Pfff Ich merke echt Also je später wird desto schlechter die Witze Aber desto witziger sind sie halt auch Tchuuu Naja aktuell 4 Runden vor uns Kennst du das Käse Paradoxon? Äh mehr Käse weniger Löcher oder so ein Quatsch Ja je mehr Käse desto mehr Löcher Aber je mehr Löcher desto weniger Käse Ah Mehr Käse gleich weniger Käse Eieiei Das werde ich in Physik mal ansprechen Gucken was der Physiklehrer sagt Der Physiklehrer Der wird direkt Fackel und Mistgabel rausholen Du Heide User joined your channel Äh Niklas? Ist Niklas gerade gekommen? Hey? Ich habe gerade Heide gesagt und jetzt kommst du ja? Nichts Ich wollte gerade auch schon Niklas Heide Joke reißen Weißt du was sagt man Das sagt man in 14 Stunden Rennen EINMAL HEIDE Und dann kommt Niklas Heide rein Ich muss ehrlich sagen Jetzt wenn ich so merke Vorhin rede ich über meine SimmoCube Werd ich plötzlich aus dem Channel geholt Ja hier wenn du falsche Fragen hast Im SimmoCube diesmal Okay 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 Achso darum ja okay Jetzt wird Heide gesagt Jetzt plötzlich Niklas hier drin Eben also Manchmal vergesst ihr ja Dass ihr wirklich eine ganze Menge Leute zugucken Ach du Ach du Solange so entertaint ist alles erwünscht Ah ah hoffe ich doch Alles was erlaubt ist Ich hoffe wir haben nichts unerlaubtes Zeit Boah Elden Ring ja Ich muss sagen Ich muss sagen die ersten So schlechtes Gaming Jahr 2021 war So gut fängt das 2022er Jahr auch an 22 habe ich ein paar Highlight Games Allein die ersten zwei Monate Gran Turismo zähle ich am 4. März noch zu den ersten zwei Monaten Gran Turismo 7 gibt es dann ACC für Konsolen Ich weiß darüber redet man während iRacing eigentlich nicht Ähm Oh ich freue mich Ich habe nichts gegen Ich habe nichts gegen ACC Bin ich bei allgemein die iRacing Community Achso Ja manche sind da ein bisschen engstirnig Ja das ist aber keine Simulation Ja Ne aber dann Grid Legends auch noch Gut das aus rein beruflichen Zwecken Okay ja Aber die Grid Serie war auch nie so schlecht Ja dann God of War kam ja für den PC Jetzt kommt Uncharted für PS5 nochmal Remastered Und Elden Ring Und Horizon Forbidden West Das ist halt so ein paar Worauf ich mich verdammt freue ist das neue Lego Star Wars Warum freuen sich so viele da drauf Hast du mal das Gameplay gesehen? Nee Sieht mega aus Komplett überarbeitet Neues Kampfsystem und so weiter Überarbeitet bin ich auch Überarbeitet im positiven Sinne Maschine Ich muss wirklich sagen Seitdem ich hier Renn Simulator iRating habe Also so eine anderthalb Jahre Ich glaube ich habe nicht mehr als 20 Stunden in irgendein anderen Spiel investiert Oder Das iRating ist ja ein Simulator kein Spiel Bevor ich hier noch gebannt werde Ne ist ein Spiel Okay Deiner Das war jetzt dein Ansatz Die Diskussion hatte ich letztens mit jemandem der Äh Nicht gar nicht in dem Bereich auskönnt Und ja War eine lange Diskussion dann Ob es Spiel und so Weil jeder der iRacing spielen will Fährt halt dreimal gegen die Mauer und hat keinen Bock mehr Ja Also eigentlich ist es ein Spiel Man spielt iRacing nicht Man simuliert iRacing Man fährt Aber es ist ein Videospiel Ja ja nee Das ist immer nur der Scherz den ich mache Ich simuliere Spielst du iRacing? Nein ich simuliere Ja Das sagen wir auch oft genug bei uns ja Das sieht echt gut aus irgendwie Krass Dass ich mal zu dem Lego Spiel sagen würde Dass es gut aussieht Außer dass es Es aussieht wie 30 FPS Auch wenn der Trailer in 60 hochgeladen wurde Ich halte zwar nicht viel von Lego aber die Spiele sind immer ganz gut Oh da ist Jar Jar Beacons Wie sie mögen Skywalkers Saga an Lego Star Wars Und noch ein Highlight Spiel des Jahres Dying Light 2 Ah ja Wirst du dir das in geschnittener Form oder ungeschnittener Form Ansehen? Wenn in ungeschnittener Wenn es in Deutschland erlaubt ist Ja Gran Turismo 7 Gibt es da irgendwelche Infos schon zu? Kommt am 4. März Das weiß ich Gab ein paar Gameplays jetzt letztens dazu glaube ich Okay Wird das eher wieder Richtung 3,4,5,6 oder eher Richtung Sport? Ich glaube eine Mischung aus beidem Also sie haben Also den Teil von Sport integrieren sie dann wahrscheinlich auch Aber jetzt halt mit richtiger Kampagne und so Story Meinst du eine 5 Jahre alte PS4 packt das? Ja Du wirst zwar neben Also du wirst wahrscheinlich dein Headset sehr laut auftreten müssen aber ja 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 Okay Aber sicher dass wir da zeitentechnisch Warte mal gab es jetzt über Rundungen wo du Zeit verloren hast Luca? Nö die Rundenzeiten sind einfach gerade kacke Okay Reifen oder Talent? Ähm Weiß nicht also ich mach gerade echt ein bisschen Piano weil Langsam merkt es und ich Will ja dass du damit auch noch ein bisschen fährst Okay Ja zur Not können wir halt auch einfach 4 Stints oder so machen Ja keine Ahnung Alles gut Wobei aber gerade waren auch Eigentlich müssen die Reifen jetzt noch gehen Gerade waren aber auch LMPs dabei Push Also push auf jeden Fall so weiter wie du bisher gepusht hast Ich glaube das bringt uns am weitesten Jetzt darf der nächste LMP rein Ja Soll ja auch Spaß machen Denkt sich auch der LMP Attempts sind jetzt auch weiter runter gegangen auf 20 Hm Hm Right side Clear Falls sind wir bei meinem IQ angekommen Was ist das? Hm? Falls sind die Temps bei meinem IQ angekommen Ah Moin Gregor Moin Gregor vielen Dank Aber muss ich glaube ich auch erstmal kurz an das schwere Auto gewöhnen Seh ich ganz schön globig Mein Mike soll wohl ein bisschen Summen haben wenn ich rede Summen? Hm Ich mute mich mal Ne meins Nicht deins Kann ja sein dass er irgendeine komische Rückkupplung ist oder so ein Quatsch Ist es jetzt besser ihr Lieben Ja ja nice Ein Anfang des Stints ja aber die Ich meine nur die ersten zwei Stints bei Luca fingen mit niedrigen 44ern an Wenn es halt jetzt in Richtung 45er gehen würde würde ich halt sagen gut lohnen sich die 5 Stints auf einem Reifensatz vielleicht nicht Weil dann die Reifen wirklich nachlassen Jetzt geht's wieder Jetzt geht's wieder Okay Merci Das kommt wieder schreibt Niklas Okay Ach nice Eine Sache noch Eine Sache noch 4 Stints sind auch nicht unbedingt schneller als 3 Ja dauert ja auch länger ne 4 Stints zu fahren als 3 Der Kaiser ist vor dir Nix nicer Wann fahr ich wieder ungefähr in einer dreiviertel Stunde schätze ich etwa Danke dass du mitgespielt hast Niklas Jawoll Rein in die Lone 44er Da kommt ein LMP aus der Garage Clear on the left Ja vorn sind noch alle ganz normal unterwegs Obwohl 6 Sekunden hinter dir Ja vorn sind noch alle ganz normal unterwegs also das wird halt echt noch zehn stunden was genau das wird ein langer running gag immer wenn auto nummer 14 rankommt genau der der vorbei ist so ein ausatmendes und dahinter gleich wieder cast es war so ein richtiges mit rennen geben zu casten der irgendwie in die wand scheppert was der mit casten wolfgang der in reifen verliert rot-grüner apfel danke für den siebten monat bei der weh was denke ich machen wir noch aus eigener kraft position gut das wird sehr schwierig aus eigener kraft war der nächste gegner ist wie weit weg fünf runden aus eigener kraft machen wir gar nichts mehr richtig hier außer die fallen ein paar runden weiter zurück das ist ja keine eigene kraft richtig naja wenn wir dann aus eigener kraft die runden aufholen also man muss halt überlegen fünf runden rückstand bedeutet auf sagen wir mal 15 rechts stunden dass wir pro dass wir jede dritte stunde ich glaube eine runde gut machen ja das sind 100 sekunden das heißt pro stunde müsstest du über 30 sekunden gut machen das ist schon der holz was denn mit casten was auch soll das machen gar nicht mal die fahrer im top split ja vor allem mit dem der mensch wird schwierig genau nicht so tief rüdiger das hätte man zu dem hoh sagen können schade dass er nicht rüdiger heißt soll es auch rüdiger hohe das wäre aber ganz gefährlich so als er auf den apron gefahren ist nicht so tief rüdiger da vorne fährt auch alter es gibt nicht nur hoh sondern hinter dir fährt auch jan ho was er eigentlich auch so smart wäre wenn man sich einfach second throttle aufs lenkrad legt und dann mit dem knopf gas gibt damit man dann die beine entspannen kann auf der geraden das funktioniert tatsächlich bei mir seit ich meine pedale direkt an die wheelbase verbunden hat bei fahren attack ich kann ich kann quasi da wo ich meine kupplung sonst habe die ich anziehe kann ich tatsächlich dann einfach gas geben mit dem recht mit der rechten hand und dann währenddessen kurz mal die beine von mir strengen ja aber es kommt so langsam geht es los wo ich das gerne mal tun würde dann würde die kupplung auf dem lenkrad wie du wolltest auf fünf stints fahren los ja nee das würde unser plan kaputt machen schön rausfinden und wendet beendet vielen dank für den zwölften mit prime ja für alle die später reingekommen sind aktuell fährt luca alpert ja ich würde sagen mit der etwas schlechteren headset qualität als john atkinson auch am start chris monse hat sich vor kurzem verabschiedet das ist unser vierter mate der jetzt von mir genannt oder ob er nur vierer stints fahren und danach wechseln und julian der kommt auch bald wieder nicht mehr so frisch unterwegs sind ja soll ich dann im viertens sind die reifen von dir übernehmen einfach oder also ich sag mal so wenn man das jetzt wenn ich das jetzt müsste würde ich auch noch im vierten stint fahren ist halt die frage ob wir mit dem plan dann irgendwie wieder in berückung kommen oder nicht das müsste gucken das habe ich leider nicht im kopf nach hinten raus wird jetzt halt dann alles weiter nach hinten schoben oder? ja also ich finde es halt nur wichtig dass irgendwie auch alle bei ihren rund fünf stints dann bleiben jetzt habe ich drei jetzt zwei heißt ich brauche noch drei ja gut dann fahr jetzt drei und steig auf jeden fall aus was jeder macht könnt ihr euch selber überlegen ja ich bräuchte auf jeden fall mein stint nach vier uhr also so wie es bei mir auch drin standen hat wegen router neustart sonst wird das wieder eine unterbrechung kannst du das nicht manuell machen? nee ich habe auch schon den fall dass ich es manuell probiert habe und dann hat er es trotzdem gemacht okay dann lieber nicht ich weiß dass hier um drei uhr dreiundvierzig mein guter neustart haben wird warum auch immer halte ich gerade im kopf dass wir fünfzehnter sind und sehe dann wir sind dreizehnter ich wollte kurz in ekstase ausbrechen voll überrascht wir sind auf dreizehn jeder denkt sich so was ist mit ihm los man muss sich auch mal über die kleinen dinge im leben freuen das denke ich mir jeden tag nackt vorm spiegel ich habe so gewusst dass wir das nicht ich habe den schon so ausgelegt gut wir sind nach 22 uhr alles gut schade der erik hafner fährt ein bisschen schneller als usher ich habe die dank für den zweiten mit prime ehre sollte ich mich beim sub lesen die über minuten das war gerade einfach so ein bisschen losi gusi ok copy das war ein i das war ein i okay dann ist man sich ja auch noch zu stolz um zu liften und dann hält man natürlich voll drauf Und jetzt sind wir ein fucking Bunch of Weinkoer. Von Sadr Automobile. Vielen Dank für den 8 mit Prime. Merci. Ah, du hast aber anderthalb Sekunden zum Basarowski gut gemacht. Sehr gut. Wow. Aber im Moment überlegt, dann gemerkt, okay, ist der Freundenschrei. Ja. Weil Julian eigentlich irgendwann mal geweckt werden. Gute Frage. Wann soll denn der fahren? Nach mir. Hat er doch noch 2,5 Stunden. Warum ist John dann noch wach? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wegen dem 5 LFG, die ich mir reingekippt habe. Jetzt ist halt die Frage, gehe ich da noch pennen oder soll ich da noch mal da bleiben? Zumindest bis Julian da ist. Wann hättest du denn deinen nächsten Stint? Um 9 oder 10. Ganz ehrlich, geh pennen. Im Zweifelsfall, das wird schon passen. Im Zweifelsfall knalle ich mir irgendwann ein Earpod ins Ohr und ruf ihn in der Pause an. Und sag die Nummer laut im Stream auf so. Ruf plus 49 17 blablabla an. Nee, das passt schon. Ich glaube, ich mache ja dann eh gleich dreistens, oder? Wenn ich die Liste richtig interpretiere. Ähm, Momentum. Weil ich habe ja auch 2 dann am Anfang gemacht und dann 2 an Monze über, oder 3 an Monze übergeben, stimmt. Mhm. Boah, ey, wirklich, er ist mit dem LMP langsamer als ich. Er ist sogar in. Ja, 3. Mein Gott, ey. Jo. Der Stintplan ist halt für Julian komplett mies gelegt, to be honest. Gehört beim 24er dazu. Ja, er hat da nicht großzügige Pausen. Ja, das wäre, ich glaube, es wäre so retrospektiv geplant, wäre es besser gewesen, John, wobei, kannst du bis 4.30 Uhr quasi frisch im Kopf bleiben? Wenn ich jetzt nicht schlafe? Ja. Ich glaube nicht. Okay, weil wenn, Theorie, ja, okay, gut. Jetzt gerade bin ich es noch, ja, aber. Okay. Es ist auch gerade mal 11, oder? Oder 12? Null. Oh. Ja, ich meine, nur theoretisch hätte man irgendwie versuchen können, seine Stints noch auf dem späteren Morgen zu verlegen, vielleicht, oder so. Ja, das kriegen wir alles hin. Von mir aus kann auch Julia mit mir tauschen, aber er wird halt jetzt eh raufstehen, ne? Das ist richtig. Oder, äh, ich tausche mit John. Das wäre durchaus eine Überlegung wert. Ja, das würde gehen. Ich meine, du hattest ja jetzt drei, John hatte zwei, glaube ich, bisher? Genau, ja. Zweieinhalb war ja. Der dritte, äh, konnte ja nicht gefahren werden, wegen dem. Fünf Runden waren das. Oh. Was? Ho. Wegen Ho. Er ist ja doch gar nirgendwo. Nee, aber ist schuld. Ja, er könnte tatsächlich tauschen. Da macht Luca die zwei Stints nach, äh, nach Julian. Das wäre, ich fahre die unten, rechts, ab, hier, oder was? Genau, du wärst dann quasi bei diesem Triple-Zentrum. Ah, ja, die drei. Genau. Okay, hätte ich nichts klicken. Ja, okay, wenn ihr das so wollen würdet. Weil dann könnte ich früher ins Bett gehen. Dann müsste ich jetzt nicht pennen, dann kann ich nur ein bisschen wach bleiben und dann pennen. Oder musst du auch nicht aufstehen so früh. Da kannst du auch durchmachen, Luca, wie geil wäre das denn, ne? Was? Wenn du jetzt, wenn du, okay, warte, 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 nur dass du es weißt, ne, du taust jetzt mit, deine nächsten Stints wären um vier Uhr, nee, 5.45 Uhr und 6.40 Uhr, ne? Also 5.45 Uhr geht er los, oder was? Ja. Ja, ist okay. Fünf Stunden reichen. Okay. Gut, gut, gut. Bist du dir sicher? Ja, ich habe die ganzen 24er nie mehr als fünf Stunden geschlafen. Also es ist halt kacke, aber nach vier Stunden fahren so ein Automatismus im Muskel, das machst du von alleine. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich hier gerade aktiv noch das Rennen fahre, das ist alles Muscle Memory, was mich irgendwie im Krad, ja, immer runterbringt. Ich würde das gerade sowieso, dass du so labern kannst, nur noch so zu Rennen fangen. Ich glaube, ich bin doch nicht ehrlich, dass überhaupt eine Gehirnzelle für das Rennen fangen gerade arbeitet. Ich bin eigentlich jetzt schon mal im Kopf. So Narfe einfach, wo ich würde mich gerade noch mal an das Zweitrick quasi begeben und mal kurz noch mal meine Muscle Memory ins Gedächtnis rufen. ein Zweitrick, oh, das klingt ja schon Boah. Jägermeister! Was war das denn jetzt? Ja, das war wahrscheinlich Niklas. Er klang aber nicht so wie Niklas. Ich habe Bürgermeister verstanden. Darf ich mal ganz kurz erwähnen, dass Jägermeister aus Wolfenbindel kommt und ich da zur Schule gehöre. Ach, Jägermeister! So, ich, äh, ja, vertrete mir ein, zwei Minuten die Beine und dann fahre ich ein paar Runden noch. Alles klar. Also, wie genau stimmt der Plan? Also, kann ich dann um 20 nach 5 aufstehen und dann bin ich safe, oder? Äh, ja gut, wie steht man jetzt gerade da? Mikrofon aktiviert. Okay, ich schaue da ab. Ich habe jetzt noch genau einen halben Tank. 60 Liter. Du hast noch 16 Runden jetzt. Ich rechne mal kurz durch. Angst. 16 mal 105 Sekunden etwa. So, dann fährst du jetzt noch 29 Minuten. Das heißt, um ungefähr 52 übernehme ich das Auto. Okay, das rutscht alles 20 Minuten quasi in die Vergangenheit. das heißt, das heißt, du... Sag doch einmal nach vorne oder nach hinten. Nach vorne. 5, 5 Uhr 25 würde der nächste Stand beginnen dann von dir. Ah, gut. Kriegen wir hin. Aber sonst ist es halt noch beschissener für John. Hey, es gibt doch Gas! Was für mich? Äh, sonst wäre es Kacke für dich. Ich habe den LMP angemeckert. Achso, ich war gerade Brain-Avker. Okay. Okay. Aber ansonsten gucke ich mal, wie ich mit dem Reifen im nächsten Stint klarkomme. Wenn ich... Also, ich würde deinen Reifen mal übernehmen und wenn ich mir denke, ey, boah, passt. Ich traue mir noch einen Stint damit zu, dann fahre ich noch einen Stint damit, nehme dann für den quasi dritten Stint einen frischen Reifensatz und dann kann halt Julian zwei Stints darauf fahren. Da kannst du vielleicht sogar noch zwei Stints darauf fahren. Dann hätten wir quasi wieder einen fünfer Stint gehabt. Ja. Zwei Stints Julian, zwei du und einen den Start-Stint halt ich. Und dann könnte Chris wieder mit komplett frischen Reifen starten. Mit komplett frischen und ich würde mir auch die drei Zutrauen mit den Gebrauchten wenn es noch zu dem Zeitpunkt geht. Aber ich glaube... Ich glaube, da würde halt Chris zwei Stints... Ja, stimmt. Chris würde zwei Stints machen. Dann hättest du einen Gebrauchten. Warte mal, stimmt da irgendwas mit der Uhrzeit nicht? Äh, die Sim-Time musst du dir anschauen. Da würdest du bei ungefähr neun Uhr morgens fahren. Da würde... Ah ja, hier. Genau, ja. Chris bei 7.10 Uhr und 8.15 Uhr fahren. Das geht aber sicher mit einem Penta-Stint noch auf. Ja. Und dann müssen wir halt schauen. Ich glaube, den letzten Stint sparen wir uns weg und dann hätten wir am Ende vielleicht noch vier Stints auf einem Reifen. Okay, mach mal. Ich markiere das mal gerade, wie ich das denke. Also im Prinzip, wenn ich mich wohlfühle, wäre im Prinzip das der aktuelles Reifensatz von Lukas noch... äh, Luca noch. Dann wäre das der Satz darauf. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Also wenn wir jetzt hier nochmal vier machen könnten, wäre das krass, weil dann müssen wir hier nur drei machen. Wenn wir das so hinbekommen könnten, wäre das krass. ansonsten gucke ich mal. Also du fährst jetzt 14 Runden noch. Ja, also um 0.52 übernehme ich das Cockpit. Monze ist vor mir dran. Monze ist vor mir dran. Ja. Aber dann kriegt der jetzt richtig schön Haltschlaf. Der hat schon Haltschlaf, ja. Ja, jetzt überleg mal, was es für dich bedeutet. Vielleicht brauchst du keinen. Das klang jetzt irgendwie nicht so überzeugend. Äh, vielleicht verbase ich gerade was komplett in unserem Stintplan, aber so grob müsste der eigentlich ausschauen ab. Also quasi ab Stint 13 ist es mal kurz aktualisiert. Ich mach das mal in Orange. Und Ehrewalle für den Raid. Merci, Schatzi. Was habt ihr Schönes gemacht? Wie läuft der Laxus den Umständen entsprechend? Wir haben irgendwann Death erfahren. Und, äh, ja. Seitdem kämpfen wir uns zurück. Das war die Situation. Kurze Aufklärung für alle, die im Simracing, oder im, äh, Ovalbereich nicht. Also eigentlich ist es verboten, hier unten im nicht gebankten Bereich zu überholen. Und Überrundungen finden sowieso von den LMPs außen statt. Jetzt hat sich dieser LMP, der drei, vier Runden hinter dem letzten LMP aus seiner Klasse zurücklag, also hinter dem vorletzten, gedacht, er müsste unbedingt nochmal ein Minimal sparen und ist dann nochmal kurz runter und hat uns kurzerhand sehr, sehr viel Schaden beschert. Aber seitdem kämpfen wir uns zurück, nachdem wir 16 Minuten, äh, Reparaturarbeiten geleistet haben. Ja, sehr vielen Dank für den 23. Vielen, vielen Dank. Ja, geht. Mikrofon aktiviert. Mikrofon aktiviert. Rundgarten. Clear. Wow. Okay, also ich glaube, ab dem Orangenen, da ist jetzt alles aktualisiert, das müsste auch alles stimmen. Äh, du würdest um 5.27 Uhr dran sein, das nächste Mal, Luca. Gut. Und John wäre um 9.07 Uhr das nächste Mal dran. Und ich hoffe, dass Chris das im Bild hat, dass er um 7.17 Uhr eventuell schon am Start ist. Na gut, den kann ich wachklingeln. Der hat halb sieben gesagt, dass er wieder da ist. Okay, easy. Und Julian muss im Prinzip um 3 Uhr da sein, dann ist alles safe. So, jetzt gehe ich aber wirklich nochmal, ich gehe glaube ich nochmal ganz klein, was kleines essen, ne, weil, muss gleich 2 Stunden durchfahren. Und dann geht's nochmal ins Rick. Mikrofon muted. Guten. Oh, und. Danke. Mikrofon muted. Wir sehen uns gleich wieder. Luca? Hm? Weißt du, was jetzt richtig geil wäre? Ha? So eine Gänsekeule. Boah. Aber eine kalte. Mit Klößen und Blaugraut. Dazu noch ein Red Bull. Hm. Hm. Und einen Typen, der neben dem Buffet schläft. Ja, Ron. Boah. Clear on the ride. Einfach perfekt. Ey, wirklich. Ich weiß noch, ich hatte mein Pullover als Kopfkissen. Ich hab... Ey, ich hab wirklich... Ich hab gepennt wie... Also... Nicht mal besoffen schläft man. Hab ich... Also nicht mal besoffen hab ich schon mal besser geschlafen als da in dieser Werkstatt. Weil ich so im Arsch war. Positiv im Arsch. Ja. Weil... Ich bin ja auch noch um 5 Uhr aufgestanden den Tag um da rüber zu fahren zum Nürburgring und dann bist du um drei wach geblieben. Gefahren, gefahren, gefahren. Ja, ja. Also... Das war wirklich erschossen. Ja, das Stück. Oh. Ich war echt froh, dass ich bis neuem fennen konnte. Hohes Disconnectal. Hoh. Hinter dir kommt... Hugo. Hugo. Boah! Car on. Clear. Habe ich mir fast ne Wurst abgeholt. Was haste? Habe ich mir fast ne Wurst abgeholt. Das soll's mit dem Kopf fahren, nicht mit dem Magen. Fast 10 Runden noch. Ich muss mich gerade so zusammenreißen bei Take On Me nicht mitzusingen. Ja okay du brauchst deutlich eindeutig was was mehr fetzt als Take On Me. Aber ich find das gerade voll geil. Aber eh nur noch 20 Minuten und wir müssen langsam Richtung Schlafräder gehen. Du brauchst so ne Night Drive Playlist. Sad Lofi. Ah ja. Irgendwie so ein Video wo Bart Simpson die ganze Zeit heult und traurig ist. Blastik. Okay. Hehehe. Heißt du noch mit Windschatten. Das schmeckt. Und wie das schmeckt. Mmmh lecker lecker lecker. Komm mal schön aus dem Ofen drauf. In den alten Gurken. Fahrst du gerade? Was? Warst du gerade? Was mach ich? Fahren. Ja was? Reifen oder schreien? Bin sie? Nö. Okay. Sollte ich das tun? Naja du bist knapp davor noch ne Runde fahren zu können. Bobby. Wie viel hat denn gefehlt? Mmmh. 0,1 Runden auf jeden Fall. Ja kriegen wir einen. Nächste Event ist Hebring oder? Äh. Ja. Was? Nee. Ventus. Echt? Ja. In vier Wochen. Ah. Fassi äh. Danach gleich schon trainieren dafür. Oh. 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 Ah. Ah. Das ist nämlich unser nächster Ifralov. In Endurance. Boah. Hab ich ja ganz vergessen. Müsst aber auch irgendwann wieder anstehen. Was ehrlich sagen. Ich hab gar keine Lust auf GTE ey. Ah ich eigentlich schon. Nee. Kannste gar nicht über die Cubs fahren. Na komm schon. Barcelona wär ich auch gern mitfahren eigentlich. Boah. Mmmh. Meiß ich nicht. War okay. Wo ist denn das nächste Rennen? Keine Ahnung. Das ist Road America glaube ich. Boah da kann ich dann mit meiner Simmo Cube fahren. Geil. Ja da fahr ich hoffnig auch. Mit dem neuen Rigg und Heusingfeld. Upgrade. Upgrade. Never stand still. Boah ey. Da muss ich um 5 aufstehen. Boah ey. Da muss ich um 5 aufstehen. Ich glaube wenn ich morgen fahre und dann irgendwie um 7 fertig bin mit fahren nochmal. Mhm. Oder zumindest kurz. Halb 8. Da lege ich mich nochmal pennen. Ich verfolge es dann glaube ich bis zum Ende mit. Boah. Ja komm. Ein, zwei Stündchen kann ich mir glaube ich nochmal gönnen danach. Ja. Ja. Aber zum Ende hin will ich auf jeden Fall das. Ja definitiv. So ab. Den will ich dann ja auch wieder zurück sein. Aber ich glaube wenn ich danach noch einen normalen Tag haben kann muss ich ein bisschen pennen. Weil nicht mal 5 Stunden ist natürlich sportlich. Und ich muss ja morgen noch eine Simucube aufbauen. Stimmt's? Du musst eine Simucube aufbauen. Ich muss eine. Ja. Ich habe ja eine. Schön für dich. Habe ich das schon gesagt? Schön für dich. Schön für dich. Ich freue mich. Hm. Ja wirklich seit dem Monat habe ich das Lenkrad dafür schon rumliegen. Ja ich bin gerade noch zufrieden mit Fun Attack. Mit der 2.5er. Ja aber natürlich noch nicht. Die ist auch noch zu neu dass ich mir jetzt was anderes holen würde. Hm. Klar ich merke schon einen Unterschied im DirectWife und so aber. Ich sag mal so also spätestens nach dem Event hier in der Werkstatt von Phoenix da wusste ich ganz genau alles klar jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Weil. Ja wirklich mit was für einer Freude ich da. Ja gut bei mir kam dann der Zeitpunkt okay ich kann auf keinen Fall weiter mit meinen Pedalen fahren. Ja. Da muss irgendwas anderes ja. Ich. Was hast du denn vorher? Ja. Na jetzt gerade fahre ich noch meine Fun Attack CSL Pedale. Ja ich auch. Aber die finde ich gar nicht so schlimm. Aber nach dem Event fand ich die so schlimm. Ne Pedale geht eigentlich. Also ich habe meine Pedale total verstellt. Ich habe die. Ich hatte die Load Sale vorher auf 60% mit den weichen Gummis und jetzt habe ich die harten Gummis drin und auf. 80 oder 90% fahre ich. Du hast die weichen Gummis drin gehabt? Und auf 60%? Das ist ja. Alter ich bin von der T300 Bremse gekommen. Da habe ich noch Schwämme rein gestopft damit das ein bisschen schwerer ist. Ich habe sofort das Härteste rein was überhaupt geht. Am Anfang bin ich mit 30% Load Sale gefahren weil es einfach so eine krasse Umstellung war. Okay. Und jetzt fahre ich halt gleich so weit. Deswegen also Bremse bin ich noch nicht eigentlich. Bin ich zufrieden. Hm. Irgendwann geht es halt auch irgendwie so. Wenn ich so ganz lange fahre dann merke ich es auch irgendwann im linken Bein. Das ist schon viel härter. Soll es auch gar nicht sein. Okay. Boah bei CSL. Was? Ja. Und irgendwie im Warmduscher. Ja. Ne ich bin mittlerweile. Ja ich bin jetzt auf harten Gummis und 80%. Aber auch nur weil die 100% zu viel Flex in meinen Rig geben würden. Ja ich habe halt null Flex im Rig und das merke ich halt. Ja da kannst du mehr Möglichkeiten. Ich bin sogar schneller als Erföhnen. Holpa Holpa. Wow. macht es genau Right side Clear on the Rock All right Still there hold your line clear on the rock Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was wollte ich denn sagen? Du bleibst dann bis Julian kommt, ne? Äh, ja. Wahrscheinlich. Jetzt hab ich ja ein bisschen mehr Zeit und eigentlich fünf Stunden oder so reichen mir. Ey, da kommen gerade echt ein paar Einzelne im Chat. Geil. Jungs, ihr seid der Hammer. Ach, Philipp Moin. Mundo 44, 1000 Zuschauer noch am Start. Starke Leistung. Wählt euch vor, wir möchten gerade Crowdsurfen. So wie Toto Wolf. Den kenn ich nicht. Nach Abu Dhabi. Hey, was? Du kennst den Mercedes-Boss nicht? Also ich kenn Toto Wolf, aber ich wüsste jetzt nicht, dass er Crowdsurfen war. Doch, äh, nach dem Abu Dhabi Grand Prix. Echt? Ja, ja, wir haben ja Constructors-Championship gewonnen und dann waren sie irgendwie fett feiern. Ich dachte, der war noch Power-Sauber auf Michael. Ja, auf Michael ist auch jetzt noch Sauber-Ticket. Der war so not right. No, no. So, will man machen, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich kriege das noch gar nicht in meinen Kopf rein, dass Max Weltmeister geworden ist. Ja, ich auch nicht. Man hat sich so dran gewöhnt, dass er schon extrem gut ist, aber dass er irgendwie nicht so richtig einen Titel kriegt. Und jetzt hat er plötzlich einen. Ich finde auch geil, dass er mit der Nummer 1 fährt. Weil das macht ja irgendwie sonst keiner. Hm. Der Chat fragt, ob du irgendwas singen kannst? Singen. Ja. Boah. Boah, also noch alle meine. Bitte ein Take on me. Äh, take on me. Take it on me. Take me on. Ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, dass gleich irgendwer aus diesem Haus die Tür aufreißt hinter mir und mir einer reinhaut. Weil ich halt ein bisschen laut bin. Das gibt ja Leute, die schlafen um so eine Uhrzeit. Und sitzen nicht vor ihrem unechten Rennrauto und fahren im Kreis. Ich finde ja völlig genial, dass dieses Lied einfach irgendwie in fünf Ländern in den viralen Charts gelandet ist. Das Lied ist mittlerweile eine Legende. Das Lied ist mittlerweile eine Legende. Äh, zwei Runden noch. Mütter haben ja so ein Mutterinstinkt. Weißt du, die wissen, wenn ihr, wenn ihr Kind, sag ich mal, in Gefahr ist. Hat vielleicht Dave ein Chatinstinkt und wenn alle jetzt in den Chat schreiben, Dave, komm ans Rick. In dem Moment kommt Dave ans Rick. Das wäre schon verrückt. Take on me. Take it on me. Take me on. Danni, ich habe nur gerade nochmal mit dem Motz gequatscht, während ich gefahren bin. Ja. Wir haben ein bisschen Stimmung immer. Nice. Die Grüße, ja, schön, aber F1. Max Hamilton. So, und jetzt hast du wieder, jetzt sind wir wieder in den Trend. Wer ist Max Hamilton? Was? Max Hamilton. Nee, Max. Du meinst Kevin Croissant. Nein, was? Was? Wer ist denn Croissant? Ich bin mal gegen Croissant im BMW fix gefahren, aber leck mich am Arsch, ist sehr schnell. Joa, der sollte mal Formel 1... Achso, nee. Der war so schnell, der hat fast Feuer gefangen, ne? Der war richtig unfun. Wenn der in den Bar reinfährt, dann brennt der Asphalt. Okay, ich höre auf mit den Gags. Das ist, äh... Das ist schwierig. Ist ein heißes Thema. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Okay, noch weiter. Ich hab, äh, den Reifenplan unter anderem mal, äh, Niklas unterbreitet. Habe keine konstruktive Antwort bekommen, deswegen probieren wir es einfach. Wahrscheinlich ein geliegendes Jägermeister. Ja, also er hat, also er hat erst gesagt, dass ich frische Reifen aufziehen soll, nur damit ich ihm, äh, nur damit er mir später sagt, ja, du kannst ja auch versuchen, die von Luca zu übernehmen. Und ich gesagt hab, das war der Plan. Ja, ey, wir müssen eh ein bisschen was riskieren. Also, keine Ahnung, ob mein Reifenplan funktioniert. Also, John, ich weiß nicht, hast du mal drüber geschaut? Also, ich will ja echt nicht pessimistisch wirken, aber ganz ehrlich, egal, was wir probieren, komm. Äh, also ich hab mal so... Wo ist, wo ist der Reifenplan? Also, ich hab den mal in den Stint-Plan eingezeichnet. Und da hab ich, äh, quasi die Stints unterschiedlich farblich markiert. Und jede Farbe steht für einen Reifensatz. Achso, das Monster zweifert und ich zweifle. Genau. Ey, wirklich, Platz 18 und dives rein wie der Weltmeister von übermorgen. Denkst du das realistisch mit den vier? Am Morgen? Ja, äh, ja, gegen die Mittagszeit. Also, morgen bis Mittag. Das geht halt bis... Achso, da ist der letzte Stint... Ey, pass mir deine Fuschen an. Da ist der letzte Stint nur eine halbe Stunde lang. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dreistens gehen. Achso. Und die paar Runden drauf gehen auch. Box, box. Okay. Warte mal, ich zieh mir meine Hose an, äh, aus. Moment. Warte, was ist denn jetzt der Plan? Ähm, ich geh in den Triple rein, ja. Okay. Also, machst du jetzt was? Auf den Reifen. Nee, nee, keine frischen Reifen, keine frischen Reifen. Keine frischen Reifen. Ich probiere mich mit dem Reifen und wenn sie sich gut anfühlen, können wir mal den Plan probieren, den ich gerade reingestellt habe. Weil der Reifenabrieb von uns ist ja niedriger als erwartet. An sich finde ich den Plan nicht schlecht. Okay, klar. Können wir so ausprobieren. Ja. Ich meine, wir haben drei Runden, drei, vier Runden jetzt nur noch Rückstand zu Simsport etwa. Vielleicht geht da ja was. Nur noch drei Runden? Äh, ja, das ist gerade nochmal auf drei kurz umgeschlagen. Oh, ja. Hä? Oh. Wir haben keine Black Flag, oder? Wieso sollten wir? Nein, wir sind ausgerollt. Ah, wegen Sprit. Okay. Deswegen gesagt, ja. Oberkante Unterlippe. So, mein liebes Publikum, ich bedanke mich für die tolle Nachtschicht. Wir sehen uns mal im Früh wieder. Ja. In vier Stunden oder so. Oh, in Stunden, ja. Ei, ei, ei. Ich werde dich freudig begrüßen und werde dich... Ach, die Scheiße. Ja, wirklich nur vier Stunden. Und ich werde dich wach machen. Sportler, ja. Ich habe ja vorgeschlafen. Du hättest da noch zweistens? Hm? Okay. Also, ich bin jetzt drei gefahren. Go, go, go! Dann hättest du vielleicht sogar die zwei noch weiterfahren können und ich hätte danach übernommen. Wobei, dann ist der Julian dran. Ja, mal gucken. Ja, ist alles so jetzt ein bisschen strange. Also, ich mache jetzt auch, dass ich versuche mir so schnell wie möglich aus dem Auto zu hauen. Fünf Uhr, richtig? Jo. Mhm. Kriegen wir hin. Ich kann sagen, ich habe sogar schon mal einen Einschlemmungstest mit vier Stunden Schlaf gemacht. Also, kriegen wir schon hin. Ich habe mal ein bisschen Stimmung hier im Chat für Luca. Ey! Jawoll! Party! Ja. Äh. Gute Nacht, mein Herr. Ich bin ein Rundenbergsfahrer. Hahaha! Na ja. Bis morgen früh. Äh, haltet die Ohren steif. Jo. Yous are disconnected from your channel. Huch dich gut aus, Luca. Die Reifen sind bei 64 Prozent. Mhm. Nach drei... Doch, nach drei, oder? Zwölf im Average pro Stint an Verbrauch. Das ist super. Ja. Da dürften wir hinkommen. Ja. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile um 19 Grad auf der Strecke. Keine Ahnung. So. Das weiter sinkt. Ich weiß gerade, was er meint. Also, ich bin gerade sogar 2 Zehntel schneller durch Buster, weil es in meiner Last gab. Gut, war da 45,7. Also, nicht so gut, aber hey. Ich habe vergessen, den Chat für mich auszumachen. Egal, ich gucke einfach nicht hin. Ich mag das so, denn. Spinna, yes, spinna. Ja, ich gucke auch. Str Ich gucke im Art Garofahren. Ihr habt echt neul sein. Ich gucke einfach nicht raus. Die Ausfälle halten sich jetzt gerade echt auf den Grenzen. Mhm. Ob es diese typische Nacht, wo jeder durchkommen will. Das ist ja so der Klassiker bei den 24 Stunden Rennen immer. Ja, das ist der Zeitraum, wo recht ruhig auf der Strecke jeder ballert seine Zeiten und fährt so vor sich hin. Genau. Manche fahren sehr dicht dann halt vorbei und machen ein bisschen Angst. Ja, aber Auto fühlt sich, finde ich, ganz gut an. Also kann mich da nicht beklagen. Perfekt. Aber weniger Zeit gekostet als erwartet tatsächlich, so drei Vierzehntel nur. Ich werde das ab sofort da auch immer so machen in diesem Linksknick. Halte ich mich einfach in. Da sollen die riskieren, außen sich wegzuschappern, wenn sie mich überwunden wollen. Ja, wobei ich glaube, außen ist eigentlich ganz geil als GT3, weil du dann wenigstens, da musst du nicht so einen harten Lenkwinkel fahren in die Linkskurve in den Knick. Ja. Man verliert halt schon gute Vierzehntel, wenn man da versucht mitzuspielen. Hm. Ja, mal gucken. Ja. Aber ja, am Ende vielleicht besser vierzehntel zukassieren als eine Kondition. Oh ja, stimmt. Eine Stunde bis zum Regen. Okay, beim Exit ist er echt aus langsamen Kurven zumindest ein bisschen unruhig. Okay. Ich hab' schon noch einen Cut Collected seit ich unterwegs bin oder noch nicht? Ähm. Das klappt noch nicht. Okay. Das ist gut. Ah ne, das war die erste Runde, ja die Last Lab, die Einrollrunde wurde nicht als Last Lab gewertet, weil das ist eine Einrollrunde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ist schnell, der hat vorhin echt, der hat vorhin schnell aufgeholt. Na ja, fährt momentan 44 EVE bis Mitte. Das wäre schon not bad. Hat auf die schnellste Rennrunde persönlich gesetzt mit 43 EVE. Uff, da sehe ich mich. Also, dass ich das gerne gefahren würde. Da würde ich mich auch gerne sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Moin, Logger. Äh, aktuell, glaube 43. So haben wir noch ein bisschen Spielraum. Moin, moin. Hast du dir den Clip eigentlich mal angeschaut, ob der eine Jugend war ist oder nicht? Ich hab mal eingetippt und auch nochmal nachgeschaut, ob es wichtig war. Der war nicht mehr verfügbar. Boah. Also entweder war es nichts Jugendfreies, was von Twitch schon irgendwie direkt runtergenommen wurde oder so. Oder nicht durch den Filter kam. Aber keine Ahnung. Wird ja gelöscht oder irgendwas. Vielleicht war es ein Scam und die wollten, dass ich das im Stream abspiele oder sowas. Ja, es war ja an Luca eigentlich gerichtet. Weil der zu der Zeit auf dem Auto war und die Team haben, schau, was die anmachen und es dann tut. Boah, vielleicht haben sie es auch irgendwie bereut oder so. Ja. Aber wenn es nichts ist, dann braucht es uns ja nicht zu interessieren. Ja. Ja. Car on. Clear. Ja. Wenn man mit den LMPs im Oval nicht kollidiert, dann sind sie echt cool zum überrundet werden. Jedes Mal so ein Toe, der locker mal eine Zehntel oder zwei bringt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mir gefällt das entspannte festgefahrene gerade ich höre gerade schon die ganze Zeit was bei unseren Teams passiert aber passiert nicht viel ja natürlich schön wenn wir irgendwie noch in die Kämpfe verwickelt werden dass wir da selber was machen können aber aktuell können wir nur die Pace runterfahren und hoffen dass wir noch rankommen mit irgendwelchen Zwischenfällen ich bin scheinlich keinen Zwischenfälle aber das ist für uns technisch was doch ganz gut ja das Gute ist dadurch dass wir halt einfach weiter kämpfen kannst du uns einfach nicht mehr groß erwischen also nicht mehr nach hinten werfen aber wir können halt durch irgendein Schlamassel profitieren ja das stimmt aber wenn eins der nächsten vier Teams vor uns irgendwie einen größeren Fehler hat ja das habe ich heute auch gelernt willkommen bei iRacy ja ich stehe 30 Minuten in der Box und wirst belohnt mit einer groben Karre ja fast wie ATU was da hat sich wieder ein LMP Spinal hat bahnt sich da was größeres an fährt Ferrari bald LMP2 ja das ist die eine LMP2 Überrundung die mich jetzt um den Schattenpartner losreißt das ist immer so belastend ach man also kein Vorwurf an die LMP2 aber es ist immer so herzzerreißend wenn man dann aus dem Windschatten gerissen wird die ron ron Clear on the wrong. Okay, da geht an die Box. Oof. Der geht mit der Selbstverständlichkeit ran, dass ich auf jeden Fall außen bin. Clear. Der kriegt die Lichtruppe. So wie im Bundestag Ordnungsrufe verteilt werden. Oder wie in England. Die Israelen-Type hat die ganze Zeit, Order, Order. Das sagen die wahrscheinlich den Magist von Großbritannien auch immer. Willkommen zu McDonalds, your order. Typischer Karriereweg. Von Politiker zu McDonalds. Ja, der Boris Johnson könnte da echt gut reinpassen, finde ich. Als, ja, Fial-Leiter. Naja, fast. Oder Partyplaner. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Ein Mysterium. Ben Affleck. Hat keinen tieferen Sinn. War einfach nur der erste Name, der mir jetzt eingefallen ist. Dann Affleck. Ja. Okay, ich lasse den LMP hier nicht durch. Ehrenmann. Nee, es geht vom Grabu. Man kann es nicht komplett reparieren. Ein bisschen Schaden bleibt leider doch bestehen. Ja. Zu uns hätten wir das schon längst gemacht. Und auch wenn es ineffizient gewesen wäre, wir hätten dann unseren Spaß maximiert. Hm. Fernand Améry Kiliquil, he said, you have to live in the space. All the time you have to live in the space. The colleague Park is not really good at the time, he stays at 6 seconds of distance. Uh, Juno Park, okay. Jan Ho. It's a D-Racer. Jan Ho. Jan Ho. I'm so sorry. Oh, I have to think of the whole time when I'm Young Ho. I'll tell you the story right away. Okay. It's probably like, okay, you have to know the context to find, but... Okay. Okay. And then the other started laughing and said, Young Ho with his friend Slutty Bitch. That's all so... That's all so... That's all so crazy. It's just like a whole hip hop artist. Yeah, I know the rapper of Young Ho. Yeah, exactly. So similar. Probably because of the same thing he said. That's all. That's all. That's all. That's all. Yeah. ... Uh... Podcasts are super. Im Prinzip zu fast allem nebenbei einen Podcast anhaben. Das ist echt entspannt. Gerade nach dem ganzen Social-Media trouble, den wir heutzutage hat mit... ... Du bist Fanboy, du bist Hater, du bist doof, du bist cool. Es ist halt echt schön, wenn man Leute hat, die sehr, sehr unaufgeregt, wirklich ganz entspannt Gespräche führen können. Es ist super schön, denen einfach zuzuhören. Bei mir ist es eher die Zeit. Also selbst im Nebenwahlmann habe ich fast die Zeit. Ja gut, das ist doch schwierig. Ich habe schon ein paar Podcasts entdeckt, die ganz interessant sind. Da habe ich dich noch nie reingehört. Es ist eher ein Comedy-Podcast, weil ich höre den Namen oft, aber noch nie gehört. So eine Mischung. Also eher ein bisschen Spaß und ein ernstes Themen. Okay, so Infotainment-mäßig. Ja, ja. Okay. Und halt meint das, glaube ich, ja, ja, Comedian auf jeden Fall. Also Felix Lobrecht auf jeden Fall. Ja, verpacken ist ganz gut. Ich glaube, am Amazon-Podcast kann man auch gut verpacken. Das Amazon-Podcast? Mhm. Das ist nur ein Paketwortwitz. Oh, wow. Ey, der hat... Der hat mich sofort gezündet. Der musste noch ein bisschen... ...ziehen. Ja. Ich habe gerade überlegt. Okay, Prime. Prime gibt es noch Podcasts. Ich bin mittlerweile wieder im 54er-Bereich angekommen. Mit den alten Schlappen hier. Schön. Entschuldigung. Tams bleiben gerade bei 19 Grad. Ich denke, viel cooler wird es auch nicht mehr werden. Junge. Dafür bin ich zu heiß. Jetzt wird jeder miese Gag ausgepackt. Ja, ich wäsch schon. Ja, ich wäsch schon. Okay. Ich wollte mir das mit Alarm Prost anhören. Nun kam es halt zu einer echt ungünstigen Zeit. Dieses ganze Rivalität-Thema ging mir irgendwann hart auf die Eier jetzt. Was, Rivalität? Ja, rund um die aktuelle WM. Da haben sie halt über die Saison-Prost-Rivalität gesprochen. Das wird der aktuellen WM verglichen. Ach so, okay. Da denke ich mir ja gut. Da höre ich halt nicht rein. Ja. Auch okay. Aber ich glaube, Alarm Prost ist halt eine der interessantesten Persönlichkeiten im Motorsport. Wird halt super gern mal irgendwie ein paar Sätze mit dem tauschen. Ich finde es ein bisschen traurig, wie er jetzt bei Alpin behandelt wurde. Also quasi dieser Ausschmiss. Und dann wollten sie abgleichen mit der Ankündigung und sowas. Dass er das Team verlässt. Mhm. Haben sie aber nicht so gehandhabt, sondern einfach das Statement rausgehauen. Da hat er sich ein bisschen hintergangen gefühlt. Kann ich ihn auch verstehen. Es ist halt auch die Frage, warum es so ein Konzern wie Renault slash Alpin überhaupt nötig hat, jemanden rauszuschmeißen und dann... Und eine Person auch noch rauszuschmeißen. Ja, rausschmeißen habe ich kein großes Problem mit. Aber dass sie im Endeffekt dann so ein Theater machen, ja gut, wir geben selbst bekannt, dass sie nicht rausgeschmissen haben. Das verstehe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Führende aus der Kategorie saugt sich aber auch echt lange mit Windschatten an. Der will den Windschatten haben. Ja, Image-Sache. Ja, Alpin will ja jetzt wieder ein anderes Image aufbauen, beziehungsweise strukturelle Veränderungen und sowas. Also, you heard it here first, Alpin wird nächste Saison sowas von abstinken. Die werden kein WM-fähiges Autobahn, safe nicht. Ich weiß, das wünscht man sich so als Geheimfavorit und die haben einen großen Konzern irgendwie im Nacken. Ja, pappelapapp. Ein erfolgreiches Team, genauso Aston Martin, tut mir leid für alle Vettelfans, aber ist so. Wenn du zu neuen Reglements sofort so gravierende Personal einboosten hast, dann wird das nichts. Also, keine Ahnung, Ottmar Safnau war, glaube ich, auch ein richtig wichtiger Bestandteil bei dem Team. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn das da hinter den Kulissen halt nicht rund läuft, kein gutes Zeichen. Genauso auch bei Alpin, dass da Leute rausfliegen. Ja, bei manchen Teams weiß man einfach, dass die nächstes Jahr kein gutes Auto hinstellen werden. Genauso Haas auch, wo wir mit ihren Problemchen zu kämpfen haben. Ja. Bei Haas... Auch was Entwicklung und Facilities und sowas betrifft. Okay, es sind jetzt mehr an Ferrari dran, aber... Zac Brown hat ja auch schon für McLaren gesagt, hey, uns fehlt halt die Infrastruktur. Und wenn selbst McLaren sowas sagt, wo soll dann Alpin plötzlich die Infrastruktur herhaben? Also, ich glaube, viele Leute werden sich selbst an die Kräfteverhältnisse Ende 2021 noch zurücksehen. Das einzige Team, wo ich den Sprung an die Spitze sehe, ist vielleicht Ferrari. Und da ist halt die Frage, sind Leclerc und Sainz wirklich so gut? Oder würden die im Prinzip gegen Hamilton und Verstappen genauso ablosen, wie ist ein Bottas, Perez oder... Ja, äh, Albon, Gasti oder sonst wer tun? Das ist halt die Frage. Na, ich schätze beide als ziemlich stark ein. Als kleinen Favorit hätte es bei Sainz, der eine echt steigere Saison hingelegt hat. Absolut. Ich war kurz davor, ihn als Fahrer des Jahres zu nehmen, wegen der ganzen Geschichten zwischen Hamilton und Verstappen. Und dann dachte ich, ja, Verstappens Leistung war eigentlich so gut, das kannst du, trotz der ganzen Unsportlichkeiten und so, auch von neben der Strecke der beiden, kannst du da nicht sagen, dass die fahrerische Leistung kleiner gewichtet wird als das. Ich hatte einen ganz kleinen Moment in der Bus Stopper, aber ist es okay. War los, Bruder? Ja, war nur zu schnell beim Entry. Die links, rechts. Um ehrlich zu sein, ich glaube, auch wenn man sich nächste Season einen spannenden Kampf wünscht, ich kann mir vorstellen, nächste Season werden ein großer Teil der Formel 1 Zuschauer nichts zu lachen haben. Sagen wir es so. Das ist das, wie ich mir die kommende Saison einfach vorstelle. Ja, ich lasse mich überraschen, aber ich denke, die Top-Teams, wenn die Top-Teams bleiben, bloß nur ein bisschen anders durchgemischt. Von den Verhältnissen her. Mhm. Mhm. Wie ist es jetzt bei Whirl, Honda ist nicht mehr offiziell Motorenpartner, aber hilft noch irgendwie mit oder irgendwas mit der Entwicklung? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Das war irgendwie Ende der letzten Season so, ja, Honda will doch noch in der F1 verbleiben, wo ich mir dachte, was denn jetzt los? Wäre aber ein genialer Coup von Honda, würde sie jetzt vielleicht dann doch als Motorlieferant noch benannt werden, aber den Engine-Freeze quasi bezweckt haben. Mhm. Das sagen ja einige, dass Honda jetzt einfach zu früh ausstecken ist. Jetzt, wo sie gerade am Kommen sind, dass... Das ist immer so. ...dass sie da aussteigen wollen. Ende 2008, ja, für verkaufen das Team an Ross Brau für einen Euro. Mhm. Ja. Wären wir noch ein Jahr drin geblieben und hätten es Mercedes verkauft. Bei Bull Powertrains heißt es okay. Warum brauchen die denn Züge? Mhm. Ja. 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 ok also dreistens hatte du genau 64 da bin ich mal gespannt wie das jetzt ist 12 prozent bis jetzt von ihm herrisch das war hoch kollegen von ihm dienchen bei dien muss ich an die serie denken die ich aktuell zum zweiten mal bis zum ende gucke zu benötigen und da habe ich natürlich an den carry on der wii ich habe schon einmal hinbekommen dass ich so akkuraten lied nachgesungen habe das ist auf youtube geklämt wurde ali ja das original ab von scherbe lief weiß ich ob ich darauf stolz sein kann oder ob man sich mehr wäre ich schon stolz drauf max auto vor uns waren der box entsteht meine eigentlich an neun und acht runden acht runden wir sind schon draußen dann jetzt denke ich mir weiter ballern ja einfach ballern ja mann ob i racing oder halo infinite einfach ballern einfach ballern ja alles gut war trotzdem eine zehntel schneller als vorhin nach similieren wir sind aktuell 13 grad am ende des aktiven feldes aber du versächtlich dass man noch ein paar plätze nach vorne bringen als wir haben insgesamt aufgeholt tatsächlich weil uns fehlen jetzt nur noch drei runden zu dem nächsten auto davor war es so dass wir vier bis fünf oder hat es nicht immer bis bei vier bis fünf rumgependelt jetzt drei bis vier ja ja das auf jeden fall ist ein fortschritt da ist halt im zweifelsfall wichtig falls sie irgendwie mal fünf minuten repairs haben weil dann sind wir bei drei runden eher dran als bei vier runden rückstand kannst du mir sagen ob den fahrerwechsel eventuell gemacht haben mhm ähm ähm haben sie gemacht der dürfte jetzt aber schon fast am ende seines ist hatte gerade ist jetzt gerade zweitens den ah ok 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 kann dir aber nicht sagen ob also derselbe wie eben bei der sind auf dem reifen oder derselbe fahrer wie eben vom mail will nur wissen ob ich zu dem jetzt direkt aufschließen kann ein bisschen oder nicht oder ob es zeitentechisch schwierig wird ja fährt noch die oh boy die bis mittleren vier vierziger oh ja fahr mir ins auto brillant Achtung du reinscheinst der strecke ich bin auch komplett auf der bremse gewesen ich war komplett auf der bremse ich konnte nichts mehr machen äh geht die karte noch zur box oder ich weiß nicht ob wir noch fahren können du musst mal sagen waren wir äh warte ja das auto bewegt sich kaum noch oder lenkt kaum noch kommen gerade ein paar autos jetzt wäre ne kommt noch einer jetzt wäre frei äh kann ja ne ich 90 grad ja das auto lenkt komplett schief äh kannst du es irgendwie zur box retten kann ich versuchen ja kann ja die bus stop im zweifel cutten ne ja genau wächst nicht mehr als im slaughter ja kannst du dem auto das wir erwischt haben sorry schreiben mit dem verweis dass ich nicht mehr bremsen konnte ja ja oh das war ein ghost contact ja 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 ich habe halt nicht damit gerechnet dass sie da hinten bleiben dachte die senden halt das sind drei autos hintereinander gewesen und was sagen die repass 2 40 20 20 optional ok ja besser ja lassen wir es ablaufen und fahren warte das war das pink team oder ähm das war wakuruma motorsport aber das war safe in ghost contact ne ich meine wen ich erwischt habe danach achso den danach verdammt entweder oder das war oder Ja, ich war halt voll auf der Bremse, da ging gar nichts mehr. Alter, der hat Lenknaut nichts mehr gebracht, du wärst auf die Strecke so oder so zurückkommen. Ich hab sogar zwei Leute erwischt. Das war Marco Massetti. Ja. Ja, ich hab den grad schon geschrieben. Der andere LMP schreibt grad auch, der dich abgeschlossen hat, dass es Netcode war. Was halt wirklich, da waren locker... Weiß nicht. Halber Meter Platz noch. Ich hätte das machen sollen, was du gesagt hast. Einfach links innen bleiben. Ich hab da halt sogar gebremst, damit die einfach da vorbeigehen vorzeitig und ich nicht die Kontrolle verliere, wenn ich außen bin. Er wollte dann sogar überholen. Er wäre sogar vorbeigekommen. Er war sogar vorbei. Bro, der war einfach neben mir. Oh, komm, iRacing. Das ist jetzt auf keinen wirklich zurückzuführen. Das ist einfach grad iRacing Bullshit. Ja, weil er hat halt genau das gemacht, was ich auch wollte. Also klar, theoretisch hätte ich weiter rechts fahren können, aber... Wenn man das mal... Weißt du, theoretisch kann auch jeder, wenn es zum Überholmann überkommt, der eine am linken Streckenrand sein, der andere am rechten Streckenrand. Aber in dem Fall hätte es eigentlich geklappt. Ja, es tut mir leid für die, die ich erwischt hab. Wie ist es eigentlich, wenn du fährst? Kriegst du dann auch trotzdem alle Nachrichten zugestellt, oder? Hm, ich glaub schon, ja. Okay, das muss ein bisschen stressig sein. Wir haben aber sonst grad nix gekriegt, außer von denen zu bestimmen. Ja... Die Nacht. Ja, alles läuft ruhig, bis es einmal nicht ruhig ist. Hm. Ja, und... Mega schade, dass ich auch zwei Leute dann gleich erwische. Also... Macht's jetzt... Ach, bei dem einen vielleicht sogar komplett die Achse gebrochen bei dem LMP, weil ich bin dann mit dem Heck dann auf die Kiste. Der Lambo... Der sieht mich halt gar nicht. Selbst mit Triple sieht er mich da, glaub ich, null. Nee. Der kann da gar nix machen. Ich hab ein bisschen gekauft, als ich gesehen hab, du rollst da schon Richtung Fahrbahnwitter, dass da jetzt keiner kommen würde, oder so. Dann wären wir zwar auch, äh, mit ziemlich viel Speed mit dem Heck in die Wand geknallt, aber hätten niemand mitgerissen. Ich sag mal so, theoretisch... Das war halt einfach... Bad Time-Luck. Theoretisch er sieht mich schon, aber da denkst du eigentlich nicht, dass der dann auf dich zugeschossen kommt. Oh, Mann, ey. Laufen die Optionals runter, wenn du grad nicht transetzt? Wie viel hatte ich nochmal angesagt? 19 Minuten oder so, ne? 20 irgendwas. Okay, dann sind sie auf jeden Fall runtergelaufen, weil ich bin jetzt bei 17.45. Okay, alles klar. Ja, dann schau ich mal. Nee, bis jetzt sind wir noch nicht raus, aber... Ja, wir müssen jetzt halt schauen, was das Auto nach den Reparaturen macht, wie hoch der Top-Speed-Verlust ist und so weiter. Wäre jetzt halt schade, das dann abzubrechen. Haben quasi schon die Hälfte geschafft. Dann könnt ihr ja trotzdem noch Zauber-P13 mitnehmen. Gegebenenfalls fallen ja auch noch andere aus. Der erste Anfang der Nacht. Ja, ich mein, theoretisch 445 Runden sind's ja... Nee, 445 Runden sind's ja noch grob. Ich sag mal so, wenn jetzt... In den nächsten 400 Runden noch 15 Autos raus... Äh, die 12 Autos von uns rausfliegen, könnten wir das sogar noch gewinnen. Theoretisch. Aber... Mal gucken. Oh, hast du einen Motor noch an vom Autorad? Äh, ja. Ja. Wie mach ich den aus? I. Hm? I. I? I. 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 Wenn ich jetzt rausgehe, dann bleibt der aus, oder? Ja. Ja. Okay. Ich denk bloß dran, rechtzeitig wieder einzusteigen. Jo. Mach ich. Die Jungs haben... Aber diesmal haben wir echtes Unglück gefressen. Also... Ich schreib den Jungs mal... Gerade... Turn off your engines... While... Reparatur. Oder haben die den vielleicht aus und wir sehen's noch nicht? Was, dass die Motor Schaden haben? Nee, die haben den Motor noch an. Ob man denen das auch noch schreiben sollte? Achso... Das ist denen die Sache. Okay. Okay. Kurz schauen, wieso es da in der Perspektive ausschaut. Dann machst du nix. Dann machst du nix. ... ... ... ja die also lmp hat uns abgeschossen ist auch nicht ganz korrekt tatsächlich war es nicht mal ein abschluss es war halt einfach nur das racing gedacht hätte er hätte uns abgeschossen für die leute da war noch ein ganzes stück platz für die leute die das technisch nicht wissen was mit net code gemeint ist im prinzip kann racing ja nicht eins zu eins jederzeit wissen was auf der strecke passiert deswegen berechnete spiel teilweise sachen im voraus und erwartet in dem fall bei dem geschwindigkeitsüberschuss okay es wird wohl krachen zwischen den beiden naja in der realität waren wir beide klug genug dass wir die kollision vermieden hätten racing dachte nicht dass wir klug genug sein würden und deswegen hat es gekracht ja das kann halt verstärkt werden manchmal durch latenz des servers und so weiter dass aus größeren abständen trotzdem irgendwie eine kollision berechnet wird habe ich im w12 auf schock sehen zwei metern die platz waren wo sie nebeneinander waren und plötzlich sind sobald er wegflogen die höher die geschwindigkeit ist auch schlimmer ne ja aber eine positive sache hat wir sind pünktlich zum regen mit der reparatur fertig stürmen 20 minuten in 30 minuten trocken das war jetzt aufziehen das ist ja so geil wenn jetzt die option freigegeben wird wets mh-hm Die Reparatur dauert noch 11 Minuten, ja. Ich weiß mal von außen, ob das Auto welche Fortschritte macht, aber es sieht immer noch aus wie ein Blechhaufen. Naja, vielleicht ist das der Schaden, den wir gebraucht haben, damit unser Auto wieder komplett geraten wird. Es ist ja nicht Zufall, dass ich mit dem Heck eingeschlagen bin. Ja, das Fieses auf dem Gras kannst du dann halt wirklich gar nichts mehr machen bei Daytona. Ja, allgemein Gras ist zum Teil wie glatteis. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn da mal Wasser drauf ist. Da gibt es ja diesen lustigen Clip von einem einen R8, der irgendwie acht Dreher hintereinander macht. Ach man, dieses ganze Aufholen jetzt zunichte. Ach man, dieses ganze Aufholen jetzt zunichte. Naja, wir haben ja auch nichts verloren. Es ist positionstechnisch. Kann mal schauen, was noch nach vorne geht. Irgendwelche werden auch noch Unfälle haben. Kann ja nicht sein, dass es nur uns trifft. Auch wenn es gerade irgendwie so aussieht. Ey, wir sind immerhin grob in der oberen Hälfte oder gerade so in der Hälfte der verschiedenen Teams bei der GT3. Ja, das stimmt. Also rund die Hälfte des Feldes hat es wohl schlechter erwischt. Also ich meine, dass das Auto sich äußerlich verändert, allein daran erkennen zu können, dass halt der Außenspiegel immer wieder wackelt. Wahrscheinlich. Oh ja, da wurde gerade vorne was gerichtet. Vor der rechter Kurzschlügel. Ah, der war davor schief. Darum ging es mir. Wie lange ist noch? Siebeneinhalb Minuten. Okay. Mach mal eine Flasche Shampoos auf. Das Shampoos? Ja, das für den armen Mann. Das hat sich gut gemacht. Das hat mich geändert. Das ihr habt. Der ist im Moment gefühlt. Und die nächste Seite ist onder der Covid-19. Diespoth-unke... Das ist angesichtsungsvoll. Und das nächste Seite ist mir das. 6,5 Minuten. Ja, aufgeben ist keine Option, das stimmt schon. Für mich ist, also wenn das Lenkrad massgeblich schief steht, dann ist für mich irgendwie so die Zeit zum Aufgeben, aber davor noch nicht. Ja, wenn man jetzt mit 90 Grad Unterschied, dann klar, macht keinen Sinn. Da wäre man eine Gefahr für alle anderen auf der Strecke. Bei den Lenkungen wird meistens schon wieder gerade gestellt. Ganz minimal wird ja noch gehen. Ja, gucken wir mal, wie das bei Team Blue gerade aussieht. Na ja, da entscheidet sich gerade zwischen P1 und P2. P1 bis 4, plus minus eine Runde. Okay. Auf geht's, Florian. Rein in den Lachs. Ja, auch ein Hinweis an die Leute im Chat. Ausrufezeichen Phoenix. Sehr gerne, äh, Follow da lassen. Punkt 1. Und Punkt 2, ihr könnt, äh, das ja auch auf dem zweiten Screen laufen lassen, im Prinzip. Warum habe ich da in der Kurve gebremst? Ähm, weil ich sonst die Außenbahn hätte nehmen müssen. Also, mein Gedanke war, der würde innen reinstechen, ich würde außen sein. Und wenn man mit derselben Geschwindigkeit da durchfährt wie sonst, also wenn ihr den Apex verpasst, trägt es sich in der Regel ja immer weiter nach außen. Und in dem Fall war es halt so, dass ich natürlich nicht den Apex, also ich hätte den Apex verpasst, wenn ich die innen durchlasse. Und dann muss ich logischerweise langsamer da durchfahren. Das war der Gedanke dahinter. Ich glaube, technisch gesehen korrekt. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja gut, war halt doof. Ja, Ehre für die ganzen Fahrt raus, die gerade eintrudeln. Ich glaube, der LMP hat auch nicht damit gerechnet, oder? Ja, er hatte halt Geduld. Er hatte extrem viel Geduld. Sonst gehen die LMPs da halt rein, wie es sonst was. Ja. Deswegen, für mich war es eigentlich das Erwartbarste, dass er da reingehen würde, aber er wollte halt absolut kein Risiko anscheinend eingehen. Ja, ist halt doof, ne? Du hast dich daran gewöhnt, dass die LMPs komisch waren und dann plötzlich will einer komplett safe fahren. Ja, manchmal sind es die Ausreißer, die es dann ein bisschen verändern. Du hast 30 Autos, die du als LMP neben der Ideallinie überholst, weil du dir einen Weg suchst und dann macht er plötzlich an der Platze und dem fährst du rein. Front sieht aber gesund aus vom Auto. Hex sieht halt hinten links eingeklappt aus. Hex sieht ein bisschen aus wie... Ja. Ich glaube, mal von der Dritte an. Aber der Hex-Spoiler sieht tatsächlich gerade aus. Obwohl, hinten wurde jetzt schon ein bisschen was gemacht, oder? Also Hex... Ganz so. Hex-Spoiler, würde ich sagen, ist tatsächlich gerade als davor. Ich würde sagen, gleich, aber... Echt? Okay. Ja, am Heck wurde... Ach doch, am Heck wurde schon was gemacht. Ich glaube, der... könnte wieder okay werden. Wie lang haben wir noch? Eine Minute. Okay. So. Dann kannst du den Motor wieder anmachen. Jo. War bei 54% Reifen. Habe ich jetzt neue drauf? Weiß es gerade nicht. Ich fahre einfach weiter. Dann können wir beim nächsten Mal gucken und wenn ich da keine frischen ausgewählt habe, wählen wir einfach schnell frische aus. Ja. Das wäre jetzt sowieso dann... Ne, warte mal. Das wäre jetzt im Prinzip der Stint... Auf dem, genau. Das wäre der Stint, wo ich meinte, wenn ich mich wohlfühle auf dem Luca-Reifensatz, fahre ich noch einen. Dann würde Julian deinen Reifen übernehmen, mit dem du einzeln gefahren bist. Genau. Und Luca würde den übernehmen. Go, go, go! Genau, ja. Und? Ist gerade. Schön. Okay, das dürfte noch der alte Reifensatz sein. Ja gut, wir sind jetzt 63 Runden zurück. Coming soon. Ist jetzt 68 Runden zurück. Guck, wenn es gewöhnlich passiert, genau nehme ich das, lieber Chad. In fünf Runden haben wir die überholt, die wir weggeschossen haben. Das ist jetzt echt keine Position, die wir so gewinnen würden. Ja. Aber wir werden dann öfter. das ist ja gerade. Damit ist ja gerade so, Na, da wird es ja gerade so gewinnen. Wir sind ja gerade so geschehen. Wir sind ja gerade so. wir sind ja gerade so. Ja,